Nebenan ist ein Anruf für Sie. Nicht jetzt, Menschenskind! Es ist Ihr Großvater. Mein Großvater? Jetzt? Tut mir leid, er sagt, es sei dringend. Zitternd begebe ich mich in den Probensaal, wo der Hörer auf dem Tisch liegt. Großvater, wie geht es Dir? Schlecht. Großvater, ich habe gleich Premiere. Kann sich Frau Bär um Dich kümmern? Nein. Nein. Angespannt presse ich den Hörer ans Ohr. Großvater, ich höre Dich ganz schlecht. Hier ist so ein Lärm. Ich bin im Festspielhaus. Und eigentlich dürfen wir so kurz vor dem Auftritt keine Anrufe mehr entgegennehmen. Also warum geht es Dir schlecht? Schweigen. Dann ein Seufzer. Frau Bär ist wohl tot. Sie bewegt sich nicht mehr. Okay, keine Panik. Keine Panik. Sie schläft vielleicht nur. Ich meine, so eine Haushälterin muss sich ja auch mal ausruhen. Besonders, wenn sie einen so schwierigen Pflegefall wie meinen Großvater hat. Seit fünf Jahren ist Frau Bär rund um die Uhr für ihn da. Und sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich hole Tiefluft. Äh, wo ist sie denn? Auf dem Sofa. Sie atmet nicht. Seit wann? Mir bricht der Schweiß aus. Seit heute Morgen. Also, für Eingeweihte ist die Sache klar. Leute, die stundenlang auf dem Sofa sitzen und dabei nicht atmen, sind in der Regel tot. Und da Großvater nur noch mich hat, weil meine Eltern vor vielen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind und Großmutter auch schon lange im Nirwana-Wald, hat Großvater mich angerufen. Aber ich will das nicht wahrhaben, nicht hier und nicht jetzt, nicht vor der Karmen-Premiere, nicht vor meinem großen Auftritt. Ich nestle den Hörer aus der schwarzlockigen Zigeunerinnen-Perücke und reiße mir den klappernden Riesenohrring ab. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Die Tür fliegt auf und Dutzende von geschminkten und verkleideten Darstellern sowie Musikern im Frack strömen aufgeregt in den Saal. Um mich herum setzt freudiges Gefiedel ein. Premierenfieber. Normalerweise liebe ich das. Ich presse den Hörer ans Ohr. Großvater, bist du noch dran? Am anderen Ende der Leitung entsteht eine lange Pause, dann... Ja. Mein Herz rast und hämmert. Der kalte Schweiß steht mir auf der Stirn. Die gepuderten Perücken um mich herum bewegen sich wie in Zeitlupe. Neben mir bläst einer rücksichtslos in seinen Fagott und der Don Escamelio schmettert keine zwei Meter neben mir. Auf in den Kampf, Torero! Die Kinder vom Chor toben aufgeregt durcheinander. Der Chordirektor klatscht in die Hände. Der Inspezient mustert mich besorgt. Frau Bär ist also wirklich und unmissverständlich tot, brülle ich in den Krach hinein, als wenn sie davon wieder lebendig würde. Ja, kommt es ganz leise und kraftlos aus dem Hörer. Ich atme so tief ich kann in meinen hämmernden Brustkorb. Frau Bär. Aber das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch erst gestern telefoniert. Sie hat mir doch noch toi 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 gewünscht für meine Premiere und sie würde sich die Übertragung im Fernsehen ansehen. Opas geliebte alte Treue, Frau Bär, kann doch nicht einfach, obwohl ihr Herz hatte ja schon häufig verrückt gespielt. Sie wollte nur noch den Großvater überleben, hat sie immer gesagt. Ja, ohne Frau Bär ist mein Großvater hilflos, aufgeschmissen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Mein Großvater sitzt im Rollstuhl. Orchester, bitte auf die Plätze. Die Vorstellung beginnt in 15 Minuten. Die Stimme des Inspezienten erreicht mich wie durch eine dicke Wattewolke. Ich presse das Telefon ans Ohr und fahre mir mit der anderen Hand wie wild durch die lange schwarze Perücke, unter der mir so unerträglich heiß geworden ist. Ruhe bewahren. Keine Panik. Zwischen uns liegen 700 Kilometer. Aber ich werde das jetzt hier regeln. Es ist ja nicht so, dass ich keine Erfahrung im Improvisieren habe, als um die Welt reisende Opernsängerin und geschiedene Mutter von zwei Kindern. Ich schaffe das. Ich bin eine starke Frau. Frau Herbst, Sie müssten jetzt auflegen, sagt mir der Inspezient, der besorgt auf mich herabsieht. Sie müssen auf die Bühne. Und an den Hals, wie soll ich gleich singen? Wie soll ich gleich auf dem Tisch tanzen? Barfuß, mit Kastagnetten in den Händen, die Hüften schwingen und tralalala, die Liebe ist wie ein bunter Vogelgurren. Vor laufender Fernsehkamera, vor dem anspruchsvollen Festspielpublikum, vor der Welt. Und, während mein Großvater neben seiner toten Haushälterin im Reihenhaus in Erkenschwick sitzt. Ruhig durchatmen. Keine Panik. Gleich morgen früh werde ich nach Düsseldorf fliegen. Die zweite Vorstellung kann ja jemand anders singen. Die Russin, wenn es sein muss. Nein, jetzt nicht darüber nachdenken. Für diese Rolle habe ich mein Leben lang gekämpft. Sie ist mein absoluter Lebenstraum. Wen kann ich denn jetzt verdammt nochmal anrufen? Ich räuspere mich. Da müssen doch noch irgendwelche Nummern am Küchenbrett hängen. Äh, Frau Bär hat doch immer alle Nummern aufgeschrieben. Für den Notfall, kreische ich ins Telefon. Pause. Großvater, was für Nummern stehen denn am Notfallbrett? Pause. Seufzen. Dann Deine. Jemand schiebt mir einen Stuhl in die Kniekehlen. Mein Gott, wie ich mich schäme. Ich kann doch meinen Großvater jetzt nicht im Stich lassen. Frau Herbst. Der Inspezient hat den Dirigenten geholt. Beide reden auf mich ein, aber ich sehe nur, wie sie ihre Münder auf und zu machen, wie Fische im Aquarium. Kein Ton von dem, was sie sagen, dringt zu mir durch. Plötzlich durchzuckt mich ein sehr klarer, realer Gedanke. Mein Gewissen. Die große Uhr über der Garderobentür zeigt sieben Minuten vor sechs. Es klingelt zum zweiten Mal. Wie durch dicken Nebel sehe ich jetzt Dieter Fuchs in die Garderobe stürmen, meinen Manager. Er hat rote Flecken am Hals und zupft nervös an seiner Krawatte. Die Menschen, die sich besorgt um mich scharen, reden auf ihn ein. Er wird puterrot, der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Er brüllt mich an, dass ich jetzt sofort meinen Arsch auf die Bühne bewegen soll. Um meinen Opa könne sich doch irgendein Wehrdienstverweigerer oder eine barmherzige Tante kümmern. Da sehe ich in der amorphen Masse derer, die sich um mich scharen, ganz deutlich das Gesicht von Frau Bär. Sie nickt mir aufmunternd zu. Plötzlich frage ich mich, was ich hier eigentlich noch mache. Mit einer ruckartigen Bewegung reiße ich mir die Perücke vom Kopf. Im stillen Frieden ist es so harmonisch, als hätten Jürgen und ich uns nie getrennt. Wir sitzen mit Großvater und den Kindern beim Essen und unterhalten uns so freundschaftlich wie immer. Und die Carmen hast du nun abgesagt, erkundigt sich Jürgen lächelnd und trinkt einen Schluck Kaffee. Abgesagt trifft es nicht ganz, muss ich zugeben. Abgehauen kommt der Sache schon näher. Das war zwar ein bühnenreifer Abgang, aber leider nicht auf der Bühne. Vom Manager Dieter Fuchs seitdem kein Wort. Ich schätze, der ist beleidigt. Dafür viele liebe Worte von meinem mich immer noch liebenden Ex. Es hat ja diese Russin gesungen. Ja, plötzlich bin ich so einsilbig wie Großvater, der bleich und wechsern am Tischende hockt und ins leere starrt. Die hat ja ganz tolle Kritiken gekriegt. Jürgen weiß immer alles, bevor der Rest der Welt es weiß. Mit Sicherheit hat er heute Morgen um sechs seine Nase ins Internet gesteckt, damit er mir von den tollen Kritiken berichten kann. Ich versinke erst mal in meinem Glas. Das ist eines meiner schlimmsten Laster. Ich trinke wahnsinnig gern Champagner. Das Zeug hilft erstens gegen Lampenfieber und verleiht einem zweitens bis tausendstens, auch in anderen Situationen, das Gefühl, dass das Leben schön ist. Die soll ja noch blutjung sein, setzt Jürgen das Thema mit hassenswerter Penetranz fort. Und bildhübsch. Kann schon sein, murmele ich verdrossen. Wie soll ich mich für eine junge Kollegin freuen, die den Tod der Pflegerin meines Großvaters für ihren Karrieresprung benutzt hat? Mama, die sieht echt geil aus, mischt sich Robby mit überkieksender Stimme ein. Voll die langen schwarzen Haare und voll die super Figur. Ich werde mich doch jetzt nicht aus der Fassung bringen lassen. Von einem pubertierenden Rotzbuben, der auch noch mein Sohn ist. Also unser Sohn, um der Wahrheit Genüge zu tun. Die junge Russin wird wohl noch Weltkarriere machen. Jürgen stopft sich ein Stück Streuselkuchen rein. Das Sprungbrett dafür hast du ihr gegeben. Ich stoße ein unfrohes Lachen aus. Nein, Jürgen hat sich nicht geändert. Nun gönn ihm doch den kleinen inneren Triumph, sage ich mir. Er nimmt doch während der Festspielzeit die Kinder, damit du Karriere machen kannst. Nun hat das Schicksal dir einen kleinen Tritt versetzt. Und er freut sich darüber. Da stehst du doch drüber. Und nächste Woche stehst du wieder im Festspielhaus und zeigst allen, was eine Harke ist. Die hat sich ins gemachte Nest gesetzt, stellt Jürgen mit gönnerhaftem Lächeln fest. Du wirst dich jetzt wohl erst mal um deinen Großvater kümmern müssen. Schließlich bist du seine einzige Angehörige. Panik durchzuckt mich wie ein Blitzschlag. Ich werde auch die nächste Vorstellung nicht singen? Ich werde diesen Festspielsommer womöglich gar nicht mehr... Jetzt reiß dich zusammen, Ella. Es geht nicht immer nur um dich. Frau Gewissen aus meiner Firma Ego & Co. GmbH steht mit dem Besen vor ihrem Reihenhaus, fegt Laub und schüttelt dabei tadelnd den Kopf. So gefasst wie möglich stelle ich das Glas ab und gehe zu meinem Großvater. Mit reglosem Gesicht sitzt er in seinem Rollstuhl und starrt ins Leere. Hm. Meiner neuen Aufgabe als Altenpflegerin fühle ich mich keineswegs gewachsen. So eine Rolle habe ich noch nie einstudiert. Großvater, kann ich etwas für dich tun? Schweigen. Seine Lippen sind ganz schmal. Großvater! Ich möchte jetzt was essen. Müde sieht er mich an. Seine Augen sind klein und grau und leuchten schon lange nicht mehr. Ich blinzle ein paar Tränen weg, schnappe mir einen Löffel und binde ihm ungelenkt dieser Wirte um den Hals. Das kann doch alles so schwer nicht sein. Schließlich habe ich auch mal Kinder gefüttert. Dabei habe ich ihnen immer was vorgesungen und dann ging das wunderbar. Die Kinder beobachten mein ungeschicktes Tun argwöhnisch. Jenny ist elf, Robby fünfzehn. Na dann mal los! Ein Löffelchen für Frau Bär, möchte ich sagen. Verkneife es mir aber gerade noch. Das darf doch alles nicht wahr sein. Bis Freitag war ich die gefeierte Diva. Wein, Vibe und Gesang. Proben, Arien, Liebesszenen, Blumen am Bühnenausgang, Weltreisen und Superkritiken in der Zeitung. Dieses Leben scheint mir Lichtjahre entfernt. Jetzt sitze ich in Erkenschwick in einem oberspießigen Lokal neben dem städtischen Friedhof und füttere meinen greisen Großvater mit püriertem Kartoffelbrei. Jürgen beobachtet mich dabei mit diesem zufriedenen Lächeln, dass er immer drauf hat, wenn ich was nicht kann und er sich mir überlegen fühlt. Selbst als er noch mein Steuerberater war und ganz schnell geschnallt hatte, dass ich nichts von Finanzen verstehe, hat er schon so gegrinst. Ich war das nichtsahnende, süße Dummchen, das seine Kanzlei aufsuchte, als der Geldsegen eintraf, und er war der große Durchblicker, der zwar nicht gut aussah, aber meine Finanzangelegenheiten und später auch mein ganzes Leben in die Hand genommen hat. Er hat mir immer gönnerhaft das Kreuzchen dahin gemacht, wo ich unterschreiben sollte. Tja, mit logischem Denken habe ich es nicht so. Meine Gehirnhälften sind zwei müde alte Herren, die vor vielen Jahren mal versucht haben, eine Firma zu gründen, die sie Ego und Co. GmbH nennen wollten. Herr Dr. Vernunft, der Geschäftsführer, kränkelt genauso vor sich hin wie Herr Direktor Logik. Nur bei Frau Bauchgefühl, bei Frau Spaßhab, Herrn Karrieregeil und Herrn Egoschwein, dem Juniorchef in den unteren Räumen, da geht immer die Post ab. Also meine Gehirnzellen sind eigentlich immer nur am Singen und am Feiern. Bis auf Frau Gewissen, die mäkelt ständig dazwischen eine schreckliche Spießerin. Ich weiß auch nicht, wer die in der Firma Ego und Co. GmbH eingestellt hat. Aber wegen ihr bin ich jetzt bei Großvater in Erkenschwick und nicht bei den Sophienhöher Festspielen. Da sieht es in Jürgens Oberstübchen schon ganz anders aus. Seine Gehirnzellen sind straff organisiert, tragen Seitenscheitel, gebügelte Hosen und sitzen alle artig an ihrem Platz im Großraumbüro. Gut, okay, ich packe das. Ich bin eine sehr flexible und spontane, nun ja, Frau. Also nicht, dass ich mich nicht gern um meinen Großvater kümmere. Großvater und ich, wir waren immer, ähm, also wir haben uns im Wesentlichen, naja, eigentlich gar nicht so oft gesehen. Wir leben ja in ganz verschiedenen Welten. Es liegen fast 50 Jahre zwischen uns. Ich bin Ende 30 und er ist irgendwas in der Nähe von 90. Aber er ist ja auch aus einem anderen Jahrtausend. Sein Frauenbild hat mit meinem so viel zu tun wie der Louvre mit dem Phantasialand. Er war wirklich not amused, als ich Jürgen damals verließ, nur weil ich mich in Felix verliebt hatte. Aber wir arrangieren uns schon. Der Papa hat eine neue Freundin! Jenny schaut mich triumphierend über ihre Cola hinweg an. Ungläubig glotze ich Jürgen an. Du hast eine Freundin? Jenny, du solltest doch nichts sagen, zischt Jürgen unsere Tochter an. Am Grad seiner Verlegenheit ist zu ermessen, wie ernst es ihm mit der besagten Dame ist. Wieso denn nicht? Ich finde das großartig, behaupte ich. Wie, äh, wer, ich meine, was macht sie denn? Die hat einen ganz abgefahrenen Job, fängt Robby an und seine Stimme kiext wieder über vor lauter Sensationslust. Mamski, darauf kommst du nie! Aber Jürgen unterbricht ihn. Ja, die ist nämlich Hausfrau. Äh, was ist denn daran abgefahren, wundere ich mich. Angespanntes Schweigen. Mir wird ganz heiß im Gesicht. Habe ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt? Ich lache, um zu signalisieren, dass ich mich wirklich freue über die Nachricht. Aber Jürgen verzieht keine Miene. Äh, nicht, dass ich damit Probleme hätte, wenn eine Frau heutzutage Hausfrau ist, versuche ich das Feuer zu löschen, gieße aber offensichtlich nur noch mehr Öl hinein. Äh, ich meine, ähm, es gibt natürlich auch Frauen, die was Richtiges können. Großvater hebt den Kopf und starrt an die Wand. Meine Aufregung verpufft schlagartig. Eigentlich bin ich sprachlos. Jürgen hat mich, er hat tatsächlich Ersatz für mich gefunden. Wie sieht sie aus, wage ich mich schließlich auf dünnes Eis? Ganz anders als du, Mamski! Jenny kringelt meine Haare zu kleinen Locken, was ich nicht zu deuten weiß. Will sie mich aufmuntern oder trösten? Sie ist unauffällig, teilt Jürgen mir mit plötzlicher Entschlossenheit mit. Das ist der Hauptunterschied zu dir. Sie hat sehr kurze, graue Haare, verrät Jenny, als spielten wir hier Ich sehe was, was du nicht siehst. Und sie trägt am liebsten braune Korthosen und Flanellhemden und flache Schuhe und kein Make-up. Aber sie sieht sehr nett aus, nicht wahr, Großvater, wendet sich Jürgen an meinen Großvater, der zusammengesunken im Rollstuhl sitzt. Schweigen. Dann. Sie ist ein zurückhaltendes Mädchen. Okay, registriere ich heimlich. Großvater kennt sie also schon. Mir wird ganz kalt. Und dass sie zurückhaltend ist, findet er wahrscheinlich erstrebenswert. Für ein Mädchen. Wie alt mag sie sein? Darf ich wagen, das zu fragen? Besser nicht. Wenn sie graue Haare hat. Schlimmstenfalls ist sie schon in den Wechseljahren. Okay, sprudelt es umgehend aus mir hervor. Sowas nennt man wohl natürlichen Schick. Und für eine Hausfrau ist das ja auch ganz praktisch, nicht wahr? Ähm, das war jetzt nicht im geringsten ironisch gemeint. Ich freue mich wirklich für Jürgen, dass er eine Nachfolgerin für mich gefunden hat. Ich meine, das war ja praktisch unmöglich. Obwohl souverän lächelnd versuche ich, die in mir aufwallenden Gefühlsregungen zu verbergen. Sie ist tatsächlich meine Nachfolgerin. Sie übernimmt meine Rolle, auch mit den Kindern und so. Also werde ich, Frau von Welt, die ich bin, auf sie zugehen. Sie in unserer Familie willkommen heißen und ihr meine Freundschaft anbieten. Ja, das werde ich tun. Sie selbst ist dazu sicherlich zu schüchtern. Da ist es doch völlig verständlich, dass es an mir ist, auf sie zuzugehen. Ich freue mich so für dich, Jürgen, juble ich mit perfekt geschulter Stimme, ein bisschen zu laut, sodass alle schwarz gekleideten Trauereulen im Restaurant die Sahnetorte in ihre traurigen Schnäbelstopfen rübergucken. Ein neues Mitglied unserer wunderbaren, modernen Patchwork-Familie. Ich bin plötzlich ganz aufgeregt. Wir werden hoffentlich Freundinnen, von mir aus schon mal ganz sicher. Bestimmt werden wir zwei Flaschen Champagner leeren und die Köpfe zusammenstecken, sie ihren völlig naturbelassenen Grauen und ich meinen blond Gestränten und über die kleinen liebenswerten Schwächen von Jürgen kichern. Dann werde ich sie fragen, ob sie links oder rechts schläft in unserem ehemaligen Ehebett und ob er immer noch im Bad regelmäßig mit dem Kopf gegen die Dachschräge knallt, wenn er aus der Wanne steigt. Welch heiterer Abend kommt er auf uns zu? Triumphierend sehe ich Jürgen an, der lediglich die Augen senkt. Ella, bemerkt Jürgen schließlich, Hannemarie ist meine Freundin, nicht deine. Aber natürlich ist Hannemarie deine Freundin, aber sie kann doch auch meine Freundin werden und dann sind alle eine glückliche Familie. Hannemarie, trumpft Robby auf, mit Haar wie Hammer. Wow, sage ich. Hannemarie, das ist ja was ganz Abgefahrenes. Ich hebe das Champagnerglas. Auf Hammer, Marie, gluckse ich begeistert. Ich glaube, dein Großvater will etwas sagen, sagt Jürgen. Ich schaue Großvater an. Und richtig. Großvater öffnet den Mund und spricht. Ich will ins Bett. Prinzessin, mach dir überhaupt keine Sorgen, ruft mein geliebter Felix in den Hörer, als ich ihn endlich erreiche und ihm das Dilemma mit Großvater erzählt habe. Felix ist ein sehr erfolgreicher Unternehmensberater und so gut wie dauernd unterwegs. Vielleicht ist unsere Beziehung deshalb so aufregend. Ich liebe es, wenn er mich Prinzessin nennt. Felix, wo bist du denn? In Grönland, ruft Felix fröhlich. Ich habe mit einer Tiefkühlfirma einen Wahnsinns-Deal gemacht. Wir vertreiben jetzt Gefrierkost an die Eskimos. Er lacht mit seiner warmen, tiefen Stimme, bei der ich immer noch Herzklopfen bekomme. Ja, so ist mein Felix. Der würde auch den Wüstenbewohnern Sand verkaufen und den Schweden Knäckebrot. Es knackt in der Leitung, was beweist, dass Felix wirklich sehr weit weg ist. Tut mir leid, dass ich dich nicht eher zurückgerufen habe. Da oben sind alle im totalen Funkloch. Mein Felix ist das Glück meines Lebens. Er trägt seinen Namen völlig zurecht. Er ist der fröhlichste, sorgloseste, leidenschaftlichste, appetitlichste... Ähm, das tut jetzt nichts zur Sache. Er macht wahnsinnig tolle Deals, die irre viel Geld bringen. Meistens im Ausland. Er spricht acht Sprachen. Und er sieht einfach toll aus. Also nicht, dass Jürgen nicht toll aussehe, aber, ähm, okay, Jürgen sieht nicht toll aus. Er hat nicht wirklich hier geschrien, als Männlichkeit, Breitschultrigkeit, Lässigkeit und all das verteilt wurde. Da stand er eher in der Schlange, Gediegenheit, Häuslichkeit, Zuverlässigkeit. Ganz anders Felix. Er ist das Bild von einem Mann. Ein durchtrainierter Athlet mit dichten, schwarzen Locken, wundervollen Grübchen und strahlend weißen Zähnen. Eigentlich viel zu schön für mich. Unsere erste Begegnung läuft immer wieder wie ein Film vor mir ab. Wir haben uns beim Skifahren kennengelernt, in Moritz. Ja, ich weiß, dass es eigentlich Sankt Moritz heißt, aber Insider sagen nur ganz cool Moritz. Ich hatte auf einer Gala im Palace Hotel einen gut bezahlten Auftritt und war sogar mit dem Privatflieger eingeflogen worden. Und er stand an der Bar dieses Fünf-Sterne-Schuppens und hörte mir zu. Obwohl, ehrlich gesagt, plauderte er die ganze Zeit mit diesem Multimillionär, der mich engagiert hatte. Ich glaube, er hat sich erkundigt, wer ich bin. Aber nachher lud er mich zum Skifahren ein. Es ist nicht so, dass ich nicht Skifahren kann. Also einen Babylift schaffe ich schon. Da steckt man sich so einen roten Teller an den Hintern und muss aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fällt, wenn der in halsbrecherischer Geschwindigkeit plötzlich steil nach oben schnellt. Ich habe Felix strahlend angelächelt und so getan, als hätte ich nur zufällig meine perfekte Skiausrüstung im Opernhaus stehen lassen. Aber da kannte ich meinen Felix noch nicht. Er hatte nämlich im Handumdrehen genauso eine organisiert. Und ehe ich mich versah, saßen wir zwei in einer süßen, schnuckeligen Gondel und schaukelten höchst romantisch auf irgendeinen Teufelsriff oder Höllenkar hinauf. Er half mir, die Skischuhschnallen zuzumachen, wobei er mich ganz zufällig am Bein berührte, und oben stiegen wir aus. Das macht Ihnen doch keine Probleme, rief Felix, der in seinem knallroten Anzug bereits 200 Meter senkrecht unter mir stand und mich mit seinen strahlend weißen Zähnen im braun gebrannten Gesicht fröhlich anlachte. Aber nein, rief ich genauso fröhlich, wo denken Sie hin, haha. Also fuhr ich beherzt los. Nur, dass meine Beine sich in Sekundenschnelle komplett verknotet hatten und ich mit dem Gesicht zuunterst in einer nicht präparierten Piste lag. Aber Felix zog mich lachend aus dem Schnee. Ich lachte auch, oder habe ich geweint? Er nahm mich huckepack und sauste mit mir zu Tal. Ich kreischte und quietschte, aber nicht aus Todesangst, nein! Es war die pure Lebensfreude, dieses geile Gefühl mit einem schmucken Robert Redford in Jung zu Tal zu rasen. Als wir unten waren, stellte er mich auf die Beine, die zitterten wie Espenlaub. Er schloss mich fest in seine Arme und hinderte mich irgendwie daran, das Bewusstsein zu verlieren. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Indem er mich küsste. Prinzessin, mach dir keine Sorgen! Ich komme mit der nächsten Maschine nach Hause und dann kümmern wir uns um deinen alten Herrn! Ich stehe in dem handtuchschmalen Garten des Reihenhauses meines Großvaters und versuche, mit den spitzen Absätzen meiner schwarzen Beerdigungspöms nicht im feuchten Gras einzusacken. Er braucht Pflege rund um die Uhr, raune ich in mein Handy. Er muss sogar... Das mache ich alles bei uns zu Hause in der Parkallee, ruft Felix, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Die Parkallee am Sophienberg ist das Oberluxusviertel der Stadt. Rund um den Schlosspark und die dazugehörige Parkallee stehen die tollsten Villen. Eine davon haben wir vor drei Jahren spontan gekauft und Felix hat sie perfekt eingerichtet. Felix kann einfach alles. Aber er ist ein schwerer Pflegefall, gebe ich zu bedenken. Ich spreche leise, denn Großvaters Schlafzimmerfenster ist direkt neben mir. Und ich muss sehen, dass ich wieder auf die Bühne komme, sonst ist die Saison vorbei und dann... Ich wage nicht, das Unaussprechliche auch nur zu denken. Prinzessin, das mache alles ich. Mach dir keine Sorgen. Du singst und ich kümmere mich um deinen alten Großvater. Tja, so ist mein Felix. Jürgen hätte stundenlang das Für und Wider abgewägt, so lange bis mein Großvater längst im Himmel gewesen wäre. Felix, seit wann bist du Altenpfleger? Außerdem hast du doch überhaupt keine Zeit, wiegele ich ab. Du bist doch ständig im Ausland unterwegs. Du verdienst richtig Geld. Du bist gerade in einer unglaublich erfolgreichen Phase. Na, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ach, mein Felix ist immer so lässig. Sonst stecken wir ihn eben ins Altersheim, sprudelt es freudig aus dem Hörer. Da organisiere ich ihm schon eine feine Bude und eine schnucklige Pflegerin obendrein. Mein Schuh sackt abrupt in den schlammigen Boden. Altersheim, rufe ich entrüstet. Mein Großvater? Nie. So, hier entlang bitte. Die dralle Person im hellblau-weiß gestreiften Kittel eiert auf ihren ausgelatschten Birkenstock-Sandalen vor uns her. Es riecht nach Bonawachs und Blumenkohl, nach Urin und Meisterpropper. Sie können von Glück sagen, dass wir für ihren Herrn Großvater auf die Schnelle noch ein Einzelzimmer organisieren konnten, ruft die Heimleiterin aufgekratzt über die Schulter. Aber wir sagen auch Dankeschön für die großzügige Spende. Wie viel hast du ihm gegeben, zische ich Felix zu, der munter den Rollstuhl über die Gänge schiebt. 20 Riesen. 20.000 Euro? Für den Großvater von Ella Herbst ist nichts zu teuer, konstatiert Felix aufgeräumt, während er Großvater kumpelhaft auf die Schulter klopft. Gell, Großvater? Da wären wir, schreit die Heimleiterin. Immer herein in die gute Stuben. Na bitte, freut sich Felix, als wir die muffige Dachkammer betreten. Ist doch ne geile Bude. Also, eigentlich liebe ich die frische, jugendliche Art von Felix. Ich meine, er ist noch so ungezwungen, so herrlich unkonventionell. Deswegen bin ich ja so fasziniert von ihm. Aber manchmal kann er sich auch im Ton vergreifen. Doch ein bisschen frischer Wind tut diesen alten Mauern auch mal ganz gut. Und meinem Großvater auch. Sei mir doch mal ehrlich. Das Leben geht weiter. Und alles ist gut. Und jetzt machen wir erstmal richtig Urlaub, schlägt Felix vor, als wir endlich wieder im Auto sitzen. Obwohl, Auto ist, glaube ich, ein unpassendes Wort für diesen metallikfarbenen, weich gepolsterten Porsche Cayenne. Wir haben ihn quasi geschenkt gekriegt, sagt Felix, von Herrn oder Frau Porsche persönlich. Es war den Porsches eine Ehre, einer Ella Herbst den Wagen zu überlassen. Sie wollen nur eine Premierenkarte für die Carmen. Aber ich war nicht bei der Premiere die Carmen. Wurscht, freut sich Felix. Ist das nicht ein Wahnsinns-Sound aus der Stereoanlage? Er dreht das Radio auf volle Lautstärke und zu meinem Entsetzen tönt mir die Abanera aus Carmen entgegen. Allerdings von der jungen Russin. Nicht von mir. Die Russin singt leider gut. Um genau zu sein, sie singt fantastisch. Meine müden Gehirnhälften nicken wohlwollend mit den ergrauten Köpfen. Ja, ja, murmelt Herr Doktor Vernunft. Das muss man der Jugend lassen. Die kennt noch keine Angst. Die singt einfach. Die ist ein Naturtalent. Jetzt kommt das hohe Haar. Ich zucke zusammen und presse mich in den Ledersitz. Das ist sowas von unfair. Herr Karrieregeil in der unteren Büroetage wird ganz grün im Gesicht. Ich meine, das kann die doch nicht bringen. Mal eben am Premierentag um zehn vor sechs einspringen. Die hat ja kaum ihr Ausreisevisum gehabt. Die kann kein Deutsch und nichts. Die hat doch meines Wissens letztes Jahr noch als Putzfrau gearbeitet. In der Oper von Novosibirsk oder so. Das haben sie in der Kantine erzählt. Aber was schert uns die Russin? Viel wichtiger ist doch jetzt, wie es meinem Großvater geht, nicht wahr? Im Moment schläft er in seinem Zimmer im Altersheim. Wenn er im Rollstuhl sitzt, sieht er aus dem Dachfenster nur ein Stück Himmel und einen Ast von der Kastanie, die im Altersheimgarten steht. Aber ich werde ihn ja jeden Tag an die frische Luft schieben. Versprochen. Und wenn ich demnächst mit Carmen auf Welttournee gehe, dann erledigt Felix das. Die werden schon Spaß haben, die zwei. Plötzlich schießt mir das Adrenalin nur so in die Adern. Wenn ich auf Welttournee gehe. Verdammt! Verdammt! Warum singt die denn nur so schamlos gut? Die ist doch gerade erst 25 oder so. Die kann ja überhaupt noch keine erotische Ausstrahlung haben. Ich meine, die Carmen ist eine reife Frau, die die Männer an der Nase herumführt, die sich nimmt, wen sie will, die nur mit den Kastanietten klappern muss. Und den Offizieren und Toreros steht schon das Messer in der Hose. Als die Arie auf dem hohen Fiss endet, rauscht der Beifall, dass es die Boxen der Stereoanlage sprengt. Das Publikum johlt und pfeift. Füße getrappelt. Da Capo rufe. Und das im hochheiligen Festspielhaus. Mir schießen die Tränen in die Augen. Aber das macht bestimmt der Gegenwind. Ich meine, das Schiebedach ist offen. Nicht, dass ich ihr das nicht gönne, dieser, ähm, wie heißt sie überhaupt, Olga-irgendwer. Das ist mein Job. Ich könnte sie umbringen. Das waren meine Kastanietten. Meine Arien. Mein Publikum. Mein Don José. Meine Gage. Tralalalalalalalalalalalalalalala. Ich habe diese Stelle geliebt. Ich fühlte mich immer so männermordend. Jung. An dieser Stelle vergaß ich immer, dass ich bald 40 werde. Und jetzt wird es mir grausam bewusst. Na, Großvater, wie geht's dir heute? Seufzen. Schweigen. Großvater sitzt im Rollstuhl und starrt vor sich hin. Psychologie für Anfänger gestern, heute Morgen. Absatz 1. Das offene Gespräch. Dir gefällt mein Lebensstil nicht. Frau Bär und du, ihr wart immer recht genügsam, nicht wahr? Und ihr habt auch immer schön leise Kirchenmusik im Radio gehört. Meine Opern-Arien waren euch zu laut und zu schrill. Dazu mein Champagner immer und mein neureicher Mann, wie ihr findet. Und mein Haus, mein Boot. Das verbuchst du alles unter Geltungsdrang, Gefallsucht, Hoffart. Wie schon bei Paulus in den Korintherbriefen, brabbele ich ziemlich hilflos vor mich hin. Ich möchte ins Bad. Okay, klar, ich springe auf. Ins Bad, natürlich. Plötzlich spüre ich, wie ich immer schneller altere. Wahrscheinlich hält man meinen Großvater und mich demnächst noch für ein Ehepaar. Das Bad teilt sich mein Großvater mit seinem Zimmernachbarn. Jeder hat von seiner Seite aus eine Eingangstür, die verständlicherweise ausdrücklich nicht von innen verriegelt werden soll. Ich klopfe. Nichts. Vorsichtig öffne ich die Tür. Es riecht nach Sacrotan. Da sind eine Dusche, in der man sitzen kann, ein Plastikhocker, zwei Spiegelschränkchen, zwei Handtuchhalter, zwei Rasierpinsel, zwei Flaschen Cookie Dent. Ein Klo. Ich räuspere mich. Okay, ich rufe dann mal den Pfleger. Er ist mein Großvater. Aber es gibt doch noch sowas wie eine Intimsphäre. Während ich noch überlege, ob ich mich aus dem Fenster hänge und mein Opa muss Pipi in den Garten brüllen oder auf den roten Alarmschalter drücken soll, der neben der Toilette angebracht ist, wird von der anderen Seite die Tür aufgerissen. Ein sehr platinblonder Frauenkopf keift in österreichischer Mundart ins angrenzende Zimmer. Also das interessiert mir nicht, dass du dich so hängen lässt. Wenn du scheißen musst, dann scheiß. Und ich putze dir auch den Arsch aus. Aber ich bin nicht dein Putzfetzenherst. Holla. Da hat aber jemand eine andere Tonart drauf. Die Platinblonde zerrt einen sperrigen Rollstuhl herein. Ich gewahre einen knackigen Frauenhintern, der von hippen Hüfthosen so spärlich bedeckt wird, dass ein knapper Seidentanker hervorblitzt. Und wir stoßen zusammen. Oh, sage ich. Hoppla. Sie fährt herum. Ihre Augen blicken hektisch. Ihr Mund ist ein schmaler Strich. Aber eigentlich ist die Frau bildschön. Sie ist perfekt geschminkt und trägt ein supermodisches Outfit. Sie sieht aus, als käme sie gerade von einer Modenschau. Aber sie hat offensichtlich Stress. Entschuldigung, entfährt es mir. Ich glaube, wir sind Zimmernachbarn. Augenblicklich lächelt sie. Ich habe schon von Ihnen gehört, sagt sie und schüttelt mir kräftig die Hand. Sie sind die Opernsängerin. Ich bin Katharina Eder und das hier ist Martin, mein Mann. Ich schaue auf den rotgesichtigen, bullig wirkenden Mann, den sie versucht, ins Bad zu buxieren und auf den sie eben noch so laut eingeschimpft hat. Er ist in meinem Alter. Böse sitzt er in seinem Rollstuhl. Sein linker Arm liegt verdreht auf seinem Schoß. Er sieht nicht so aus, als sei er zum Scherzen aufgelegt. Äh, bitte nach Ihnen, mache ich höflich Platz. Der Platzhirsch hat hier ältere Rechte und wie der dreinblickt, muss er ganz dringend. Katharina Eder schlüpft neugierig durch das schmale Bad und steht schon im Zimmer meines Großvaters. Da muss man doch erstmal Grüß Gott sagen, schreit sie meinen armen Großvater ins Ohr. Eder Katharina, wir sind Nachbarn. Sie will ihm die gichtverkrümmte Hand schütteln, aber ich kann sie gerade noch davon abhalten. Mein Großvater zeigt keine Regung. Kann er mich hören, schreit sie mich an. Ja, flüstere ich und zucke zusammen. Nur zu gut. Wir sollten nicht in der dritten Person über jemanden reden, der absolut klar bei Verstand ist, raune ich. Großvater, das ist Katharina Eder, unsere Nachbarin. Großvater hebt den Kopf. Ich möchte ins Bad. Später hocken Katharina Eder und ich im Innenhof des Altersheims. Meinen Großvater habe ich unter die große Kastanie geschoben, wo er seine Ruhe hat. Und Martin sitzt mit bösem Gesicht bei uns an der Gartenmauer. Der Martin hatte einen Schlaganfall, berichtet Katharina und rührt Zucker in ihren Kaffee. Seitdem ist er unerträglich. Sie schiebt mir einen Pappbecher hin. Kaffee? Nein, danke. Meinst du, die haben hier Champagner? Hä? Katharina schaut mich an, als hätte ich sie gefragt, ob man hier mit dem Heißluftballon landen kann. Champagner will ich auch, lässt sich Martin aus seinem Rollstuhl vernehmen. Geh, Herrs, du weißt genau, dass du keinen Alkohol kriegst, herrscht Katharina ihn an. Du stehst unter Medikamenten. Reiß dich zusammen, Mann! Ah, halt's Maul, blafft Martin zurück. Ich sauf an die Wui. Recht hat er, denke ich, und mache mich auf die Suche nach Champagner. Es gibt Umstände, die schreien förmlich nach Alkohol. Schließlich werde ich in der Kantine fündig. Hinter dem Spülmittel im Küchenschrank modert ein angestaubtes Pikolöchen vor sich hin. Es ist zwar warm und es ist Söhnlein-brilliant, aber es gibt Situationen, da darf man nicht wählerisch sein. Ihr habt ja einen ganz schön rüden Umgangston, versuche ich, die Stimmung aufzulockern, als ich wiederkomme. Anders geht das nicht, sagt Katharina. Er braucht klare Grenzen. Sie nimmt einen Schluck Kaffee. Dann weist sie mit dem Kopf auf ihren Mann. Ein Schlaganfall aus heiterem Himmel. Wir waren gerade beim Skifahren. Ich schweige. Jetzt lerne ich endlich mal die berühmte Ella Herbst kennen, strahlt Katharina mich an, bemüht, das Thema zu wechseln. Ich hab ja schon so viel von dir gehört. Ich hatte leider nie die Zeit, ins Festspielhaus zu gehen. Ich hab lange als Model gearbeitet. Weißt, sie wirft einen Blick auf ihren Mann, der aus einer Schnabeltasse Tee schlürft. Ich hatte international Erfolg, aber Martin noch viel mehr. Hast du noch nie von Martin Eder gehört? Dem berühmten Skifahrer? Mir bleibt der Mund offen stehen und ich schütte schnell etwas warmen Sekt hinein. Das ist der Martin Eder? Der Pistenpanther von Mühlbach am Hochkönig? Dieser unverwundbare Skigott war doch in allen Talkshows und Sportshows. Gut, irgendwann war es still um ihn geworden, aber das war mir gar nicht aufgefallen. Oh Gott, denke ich, das Gleiche wird mir passieren. Man wird mich schlichtweg vergessen. Ich würde am liebsten lautlos heulen, aber das geht jetzt absolut nicht. Der Pistenpanther sitzt im Rollstuhl? Mir klebt die Zunge am Gaumen und ich nehme schnell einen Schluck Sekt. Psst, macht Katharina und dreht sich weg. Muss er ja nicht so mitkriegen. Schlaganfall, mitten auf der Piste, Karriere zu Ende, Rollstuhl, Herzinfarkt, aus. Dass dieser ehemalige Unverwundbare wie ein Häufchen Elend zusammengesunken im Rollstuhl sitzt und sich von seiner Frau füttern, wickeln und anschreien lässt. Ohne groß zu überlegen strecke ich Martin Eder mein Söhnlein brillant hin. Ein Anflug von einem Lächeln geht über sein unrasiertes, fleckiges Gesicht. Er greift nach der Flasche und setzt sie an den Mund. Gierig trinkt er den lauwarmen, restschäbigen Billigsekt und rülpst laut. Kann sein, dass ich heute einen neuen Freund gewonnen habe. Jetzt sei mal nicht gleich so pessimistisch, Ella. Klar hast du die Premiere geschmissen. Klar singt die kleine Russin sensationell. Aber in der nächsten Saison bist du wieder ganz vorn dabei. Dafür sorge ich, beim Augenlicht meines Sohnes. Ich bin froh, dass Dieter Fuchs endlich mal anruft. Schließlich sind seit der hingeworfenen Premiere ganze zwei Wochen vergangen, ohne dass ein Hahn nach mir gekräht hätte. Aber warum darf ich dann keine einzige Vorstellung der diesjährigen Festspiele mehr singen? Ich kann es nicht fassen. Sie können mich doch nicht einfach so absägen. Mein Puls hämmert mir in den Ohren. Ich bettle Dieter um Jobs an. Das kann doch nicht wahr sein. Keiner sägt dich ab, Ella. Das musst du mir glauben. Aber die Olga, die ist einfach die Sensation. Da können alle mitreden, selbst die, die nichts von Kunst verstehen. Die Frau sieht geil aus. Das sieht auch der letzte Müllkutscher. Panik durchzuckt mich. Er wird doch nicht... Seit er mein Manager ist, haben sich meine Gagen verdreifacht. Wird er jetzt die Gagen der Russin verzehnfachen? Mann, ich bin doch nicht blöd, kanzle ich ihn ab. Du sollst mir nicht das Massenphänomen Publikum erklären. Du sollst mir Engagements verschaffen. Das tue ich doch, Ella, glaub mir. Du bist unangefochten die Nummer eins. Und das bleibst du auch, beim Augenlicht meines Sohnes. Ich bin einigermaßen verblüfft, wie oft er bereit ist, seinen Sohn auf dem Altar der Versprechungen zu opfern. Eigentlich müsste der arme Junge schon völlig erblindet sein. Rufst du mich dann sofort an? Höre ich mich flehen. Verdammt. Am Ende denkt Dieter noch, ich wäre total auf ihn angewiesen. Und das bin ich ja auch. Dieter, der Fuchs, der dumme Gänse wie mich, aus ihren Hühnerstellen raubt und in seine Höhle schleppt, um sie dort genüsslich zu zerfleischen, hat alle Federn, äh, Fäden in der Hand. Aber es fällt mir schwer, es zuzugeben. Ich kann doch nicht selbst zum Hörer greifen, um mich irgendwo anzupreisen. Wer das nötig hat, ist unten durch. Klinkenputzen? Ich? Nie. Natürlich. Aber jetzt entspann dich doch erstmal. Geh mit deinem Großvater im Park spazieren oder fang an zu malen oder zu töpfern. Und hast du nicht sogar zwei Kinder? Ich glaube, ich höre nicht richtig, schnauze ich ins Telefon. Du bist mein Manager, nicht mein Beschäftigungstherapeut. Also, Ella, wenn das so ist, kann ich im Moment wirklich nichts für dich tun. Unwillkürlich fange ich an zu keuchen. Ich habe das Gefühl, gleich ersticken zu müssen. Er will nichts mehr für mich tun. Hallo? Schreie ich panisch. Dieter? Dieter? Aber da hat Dieter Fuchs schon aufgelegt. Okay. Keine Panik. Ich werde mich doch von Dieter nicht durcheinander bringen lassen. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, wie ich diesen wunderschönen Sommer im herrlichen Salzkammergut verbringen kann. Felix ist zurzeit allerdings oft geschäftlich unterwegs und lässt mich viel allein. Aber einer muss ja das Geld verdienen. Großvater schläft viel. Mehr als zweimal am Tag kann ich ihn nicht besuchen. Er redet so gut wie nichts. Eigentlich ist es ja ganz schön, mal so richtig Zeit für mein Privatleben zu haben. Mich um meine Freunde kümmern zu können, zum Beispiel. Ähm, welche Freunde? Äh, wie denn auch bei meinem überfüllten Terminkalender? Hammermarie! Familienzuwachs! Ganz genau! Ich setze mich einfach in den Porsche und rausche mal eben rüber nach Bad Reichenhall. Natürlich kann ich jederzeit meine Kinder besuchen, das gilt ja auch für Jürgen. Wir müssen uns noch nicht mal telefonisch anmelden. Wir haben einen total lockeren, unkomplizierten Umgang. Als ich vor dem Steuerberater-Bungalow vorfahre, habe ich ganz schön Herzklopfen. Was, wenn sie gar nicht zu Hause sind? Da sehe ich, wie sich die Gardine am Schlafzimmerfenster bewegt. Ach, Hammermarie! Ich bin's doch nur! Mamski! Ich schwinge mich aus der Karosse, greife noch schnell nach der Kühlbox mit dem Shampoos sowie nach meinem Geschenk für Hannemarie und klingele aufgeräumt am Gartentor. Da steht sie auf der Schwelle. Meine Nachfolgerin. Die neue Hausfrau im Steuerberater-Bungalow. Nun gut, sie trägt wirklich braune Korthosen und ein Flanellhemd. Und hat wirklich graue Haare. Wer hätte das gedacht? Aber das macht doch nichts! Sie kann doch trotzdem meine beste Freundin werden! Hannemarie, wie schön, dich endlich kennenzulernen! Ich darf doch hoffentlich du sagen. Du scheinst älter zu sein als ich, aber ich mache mal den Anfang. Willkommen in der Familie! Tach, sagt sie ziemlich einsilbig. Sie sieht nicht so aus, als würde sie sich ein Loch in den Bauch freuen. Aber Großvater hatte gesagt, sie sei zurückhaltend. Jürgen ist mit den Kindern unterwegs, teilt Hammermarie mir sachlich mit. Aber das macht doch nichts! Aufgeregt drängele ich mich an ihr vorbei in den Flur. Sieht noch genauso aus wie früher, stelle ich fachmännisch fest. Die Tür zum Gästeklo klemmt immer noch, stimmt's? Ich stoße mit Schwung die Klotüre auf und fahre erschrocken zurück. Eine fauchende Katze flüchtet mit eingezogenem Schwanz durch das Klofenster ins Freie. Neben der Toilette steht ein Katzenklo, dessen weiße Steinchen von zwei dampfenden braunen Haufen verunziert werden. Mir fällt nichts Originelleres ein als, offensichtlich habe ich das Viech gerade beim Kacken gestört. Das ist kein Viech, sagt Hannemarie geziert. Das ist ein reinrassiger Tonkanese. Ich lache befreit. Und ich hatte gedacht, das ist eine Katze. Seit wann können reinrassige Pekinesen durchs Fenster springen? Das ist eine Katze. Hannemaries stahlgraue Augen fixieren mich ausdruckslos und ich bin mir im Moment gar nicht mehr so sicher, ob ich möchte, dass wir gute Freundinnen werden. Na, wie dem auch sei, moderiere ich diese peinliche Szene ab. Gehen wir in den Garten? Mit Schwung öffne ich die Terrassentür und schaue mich lächelnd nach meiner Nachfolgerin um. Sicher hat sie schon zwei Shampoosgläser in der Hand. Doch Hannemarie erwidert mein Lächeln nicht. Sie steht immer noch da, die Hände in den Korthosentaschen vergraben. Na gut, vielleicht ist es merkwürdig für sie, ihrer Vorgängerin in deren ehemaligem Haus zu begegnen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich als nächstes sagen soll. Wir sitzen auf der Terrasse meines, also natürlich Jürgens, Bungalows und Hannemarie schweigt. Mann, die ist ja wirklich sehr zurückhaltend. Und warum die was gegen Friseure hat, würde ich auch gern mal wissen. Ich muss sie ein bisschen aus der Reserve locken. Und? Stimmt das Bild, das du dir von mir gemacht hast? Kokett recke ich das Kinn gegen den blauen Himmel. Ich meine, du kennst mich sicher nur aus dem Fernsehen. Wieso sollte ich mir ein Bild von dir machen? Na, weil ich deine, ich kichere verschwörerisch, Vorgängerin bin. Du wohnst in dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Du isst von meinem Tellerchen. Du trinkst aus meinem Becherchen. Du schläfst in meinem Bettchen. Du hütest alle meine Entchen und du, ähm... Also das mit dem Schwänzchen in die Höhe bringe ich jetzt nicht wirklich über die Lippen. Dazu ist die Sache noch zu frisch. Na und? Na, du musst dir doch Gedanken darüber gemacht haben, wer das alles vor dir... Nein. Ich merke, wie ich Boden verliere. Auf meinem eigenen, ähm, ehemaligen Grund und Boden. Mir fehlen die Worte. Ich meine, wie kann man nur so direkt sein, so unverblümt, so unhöflich, um nicht zu sagen, so herzlos und gemein? Okay. Das war jetzt nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Mann, das ist ja wohl die trübsinnigste Unke, die mir je begegnet ist. Was mache ich denn jetzt? Allein der Gedanke, in mein leeres Haus nach Sophienhöhe zurückzufahren, ist unerträglich. Macht nichts. Das Wetter ist herrlich und ich habe mir bei meinem absoluten Lieblingsladen erst mal eine super schicke Dreiviertelhose gekauft. Ehrlich gesagt, eigentlich zwei. Eine enge Jeans in Größe 36. Die süße Verkäuferin hat wahrscheinlich noch schnell ein falsches Etikett dran gemacht, damit ich mich freue. Und eine weiße, die voll edel aussieht und zu meinen Ballerinas passt. Und wenn man dieses super schöne rosa Spaghetti-Träger-Top mit den handbestickten Applikationen dazu rechnet. Menschenskind, ich bin 39 und habe wirklich noch eine gute Figur. Meinen 40. Geburtstag will ich ganz groß feiern. So mit 500 Gästen. Alles gute Freunde natürlich. Da muss ich noch mal überlegen, ob ich die zusammenkriege. Bei Feinden wäre das kein Problem. Da fallen mir auf Anhieb doppelt so viele ein. Und vorher gebe ich erstmal einen Liederabend, damit alle hören, dass ich den Zenit stimmlich noch nicht überschritten habe. Olga Krasnenko hin oder her. Und dann fließt der Champagner in Strömen und ich feiere mein sensationelles Comeback. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Ferien sind vorbei. Jürgen liefert die Kinder pflichtgemäß vor unserem Gartentor ab. Weil ich eine moderne Ex-Frau bin, bitte ich ihn auf einen Kaffee herein. Du bist braun geworden, stellt Jürgen fest. Täusche ich mich oder ist da wieder dieses angedeutete, zynische Lächeln? Und du dick, möchte ich sagen. Unterlasse es aber. Jürgen steckt in einem grasgrünen Ensemble aus kurzen Hosen, die seine weißen behaarten Beine noch besser zur Geltung bringen und einem engen T-Shirt, das seinen Bauch betont. Überall auf dem grünen Jürgen kleben Katzenhaare. Zu allem Überfluss hat er braune Halbschuhe mit Tennissocken an. Eine Kombination, die man eigentlich nur trägt, wenn man darauf wartet, dass die Polizei kommt und einen in eine geschlossene Anstalt bringt. Ich mag meinen Ex-Mann, wie erwähnt. Wahrscheinlich war ich nur so gemein, weil ich seinen Worten »Du bist braun« entnommen habe, »Du hast also nichts mehr zu tun«. Und das stimmt nicht! Ich habe mir nur mal eine künstlerische Pause gegönnt. Das war sogar dringend nötig. Sonst hätte ich früher oder später noch ein Burn-out-Syndrom bekommen. »Wie war dein Sommer?«, fragt Jürgen und schlürft den Kaffee, den ich ihm serviert habe. »Wunderbar«, behaupte ich und wachse gleich noch ein paar Zentimeter. »Schau mal, was Hannemarie für dich gebacken hat.« Jürgen wickelt Streuselkuchen aus einer Alufolie und stopft sich gleich hungrig ein Stück in den Mund. Das erinnert mich an früher, als Jürgen und ich noch zusammen gefrühstückt haben. Da hat er den Kaffee genauso geschlürft wie jetzt und mir haben sich die zähen Nägel eingerollt bei dem Geräusch. Naja, ich muss ja nicht mehr mit ihm frühstücken. Das tut ja jetzt Hammer, Marie. »Und was habt ihr so gemacht?« Interessiert neige ich den Kopf. »Wir hatten sehr schöne Ferien in Bad Reichenhall. Wir waren in der Therme und im Kurpark. Wir haben Minigolf gespielt und wir waren in Berchtesgaden im Hauptquartier des Führers. Na super, gebe ich mich begeistert. Sag Hannemarie ganz liebe Grüße und danke für den fantastischen Streuselkuchen. Er hat wirklich ganz vorzüglich geschmeckt. Sie hat auch über zwei Stunden die Butterschaumig gerührt. Wie geht es denn Felix? »Wunderbar! Er ist in Shanghai.« »Was macht Felix denn in Shanghai?« Jürgen hebt eine Augenbraue. »Oh, wie ich das hasse, dieses überhebliche, spöttische Augenbrauenheben.« »Geschäfte,« sage ich kühl. Also nicht, dass ich nicht wüsste, was Felix so macht, wenn er Geschäfte macht. Bis jetzt haben die vielen Meetings stets zu weiteren Meetings geführt. Also er investiert und fusioniert. Er berät Firmen und so und handelt und bringt wichtige Leute zusammen. Weltweit. Er ist Unternehmensberater, lasse ich mich schließlich zu einer Auskunft herab. Er hat eine internationale Consulting-Firma gegründet. Außerdem geht dich das einen Scheißdreck an, füge ich im Stillen dazu. »Und wen oder was hat er jetzt in Shanghai beraten?« »Ein Weinimperium«, improvisiere ich. Ich bemühe mich, beschwingt zu klingen. »Er berät die chinesische Winzer-Mafia.« »Schweigen.« Kann es sein, dass Jürgen schon wieder mit dem Mundwinkel zuckt? Dafür reichen seine Chinesischkenntnisse aus? »Was interessiert dich das eigentlich alles?« gifte ich Jürgen an. »Hauptsache, es geht bei dir beruflich wieder voran«, sagt Jürgen. »Wie sehr ich nicht über meine berufliche Situation reden möchte, merke ich erst, als ich gemeinerweise nach Flecken auf Jürgens weißer Weste suche. Und derer gibt es viele. Wenn ich bedenke, wie sehr er sich auch schon geirrt hat, wenn er den Leuten irgendwelche Delta-Aktien und Wertpapiere und Fonds zu Steuersparzwecken aufgeschwatzt hat. Wie gut, dass es mich nicht betrifft. Meine Knete ist in trockenen Tüchern. Er hat sie ganz solide angelegt. »Naja, du bist offensichtlich nicht wirklich über die Geschäfte von Felix im Bilde«, zerrt Jürgen weiter an meinem Geduldsfaden. »Wieso? Ich hab dir doch gerade erklärt, dass Felix die Wahnsinnsgeschäfte macht im In- und Ausland. Hörst du mir denn gar nicht zu?« »Doch, ich höre sogar sehr genau zu. Ich höre sozusagen auch die Zwischentöne, bläht sich Jürgen unnötig auf. Das bringt meinen Beruf als Steuerberater so mit sich.« »Schade, dass die Stimmung so gekippt ist. Dabei war es doch bis eben noch so nett. Der gemeinsame Kaffee. Unsere netten Kinder. Klar haben wir jetzt neue Partner, die viel besser zu uns passen. So what?« Es ist schön, sich jetzt morgens um die Kinder zu kümmern. Aufzustehen, unter die kalte Dusche zu springen, die Kinder zu wecken, Brote zu schmieren, Schultaschen aufzuräumen und dann neben Jennys Fahrrad bis zur Schule zu joggen. Dann laufe ich noch eine große Runde und wenn ich nach Hause komme, dann ist es gerade erst neun. Da war ich früher in der dritten Traumphase. Abends gehe ich mit den Kindern zu Bett. Keinerlei Termine mehr. Es ist nämlich so, dass – ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll – also Dieter Fuchs, mein Manager, meinte, das sei wirklich blöd gelaufen. Dieter legt sich ja wahnsinnig für mich ins Zeug. Meine Asuzene an der Mett, die ich im September hätte singen sollen, und auch meine Eboli in Mailand, die für Oktober geplant war, sind jetzt ganz kurzfristig umbesetzt worden. Dieter konnte mir das gar nicht erklären und hat mir beim Augenlicht seines Sohnes versichert, dass es nicht Olga Krasnenko ist, die diese Partie in jetzt singt. Es ist nur so, dass ich gelte in den gehobenen Opernkreisen jetzt als – wie hat er sich ausgedrückt? labil. Also echt. Das ist ja wohl. Ich und labil. Nur weil ich zehn Minuten vor der Premiere – dieses Jahr ist der Wurm drin. Und das verdanke ich alles meinem Großvater. Als ich spätabends mit Jenny und Robby vom Reitenheim komme, steht Felix Porsche in der Einfahrt. Na endlich! Drinnen prasselt bereits ein wärmendes Feuer im Kamin. Aus der Küche duftet es nach Wärme und Geborgenheit. Felix hat die Stereoanlage auf volle Lautstärke gestellt. Meine Arien hallen durchs Haus. Ich weiß, dass er mir damit eine Freude machen will, aber es zieht sich alles in mir zusammen. Zum Glück kommt Jenny mir zuvor. Och nee, ey! Jetzt nicht auch noch dieses Gekreisch! Blitzschnell haben ihre geübten Finger die CD ausgehebelt und irgendwas Fetziges, Rhythmisches dröhnt aus den Boxen. Jenny wippt im Takt dazu und wackelt mit den Hüften. Prinzessin! Da steht mein heißgeliebter Felix, die Kochschürze lässig umgebunden, die Ärmel seines schneeweißen Hemdes cool aufgerollt, mit zwei Gläsern Champagner in den Händen. Da bist du wieder, meine Traumfrau! Ich falle ihm um den Hals und drücke ihn so fest, dass der Champagner überschwappt. Er schnuppert an meinem Nacken. Hm, apart. Neues Parfum? Altersheim, murmele ich verlegen. Wo warst du denn so lange? Ich habe den Deal meines Lebens gemacht! Felix strahlt über das ganze braungebrannte Gesicht. Er sieht hinreißend aus. Immer wieder muss ich feststellen, dass ich den bestaussehenden Mann der Welt habe. Und er hat gekocht? Ist das nicht ein Wahnsinn? Auf dem Gaggenauherd, in der riesigen Küche, die mit allen professionellen Luxusgeräten dieser Welt ausgestattet ist, brutzeln Garnelen in Knoblauchbutter. Der Tisch im Esszimmer ist bereits gedeckt. Langstielige Kerzen, unser bestes Porzellan und Kristallgläser. Haben wir was zu feiern? Überraschung, sagt Felix. Wir trinken den Champagner. Felix greift um meine Taille und schwenkt mich zu den fetzigen Rhythmen aus der Stereoanlage hin und her. Jenny und Robby schwufen mit. Ach, wir sind so eine coole Familie. Unkonventionell. Ja, genau. Spontan, ungeplant, unprogrammiert. Als wir fertig getanzt haben, setzen wir uns erschöpft an den Tisch. Felix serviert uns mit Damastserviette über dem Arm das Essen. Es ist wie immer super köstlich. Beim Dessert lässt Felix schließlich die Bombe platzen. Vor euch sitzt der Gewinner des Wettbewerbs für internationale Kommunikation im Bereich Investment. Wow, schreie ich begeistert und klatsche Beifall. Was genau hast du gewonnen, will Jenny wissen. Felix zieht ein pralles Bündel Geldscheine aus der Hosentasche und wedelt damit herum. Es sind Fünfhunderter und Tausender. Richtig viel. Sieht fett aus, sagt Robby unbeeindruckt. Hoffentlich hast du keine Bank überfallen. Wir lachen. Robby ist sowas von witzig mit seinen 15 Jahren. Und wie bist du an den Job gekommen, fragt Jenny neugierig. Ich hatte in Shanghai mit dem Botschafter der Commodore Islands zu tun, erklärt Felix. Und wer genau hat dir jetzt das viele Geld, versuche ich den Faden wieder aufzunehmen. Felix sieht auf seine goldene Rolex. Das ist eine von den vielen, die ihm sein Freund Ingo total günstig besorgt hat. Ingo handelt weltweit mit Rolexen und Felix berät ihn. Sie erobern gerade den indonesischen Markt. Commodore Island ist jetzt jedenfalls im Rolex-Rausch. Um halb acht kommt der Börsenbericht und wenn ihr nichts dagegen habt, dann gucke ich jetzt mal, wo der Dow Jones steht. Und wow! Wir stürmen alle ins Wohnzimmer, in dem unser riesiger Breitbildfernseher dezent in die Wand eingelassen ist. Und tatsächlich, gerade als sich der Fernseher geräuschlos dem Betrachter zudreht, erklärt irgendein Kerl mit Fliege den Stand des Dow Jones. Felix schlägt sich auf die Schenkel vor Begeisterung und wedelt mit seinen Geldscheinen vor dem Bildschirm herum. Das ist nächste Woche das Dreifache wert! Tja, Felix hat voll den Überblick. Sieht ganz so aus, als wäre Felix auf Dauer der Erfolgreichere von uns. So, heute habe ich einen Eierkocher, einen Toaster und ein Waffeleisen ins Altersheim geschleppt. Das hat alles Felix besorgt. Damit Großvater nicht immer dieses lauwarme, zähe Zeug essen muss, wo er doch eh so Probleme mit den Zähnen hat. Grüß Gott! In der Teeküche des Altersheims steht die nette Pflegerin mit dem langen, blonden Zopf, die immer so geduldig und nett zu meinem Großvater ist, am Spülbecken und schrubbt Töpfe aus. Sie heißt Simone. Sie hat ganz rote Hände. Na, wie geht's dem Großvater? fragt sie, obwohl ich sie das Gleiche fragen könnte. Wie immer, sage ich und zucke mit den Achseln. Ich versuche es ihm ein bisschen nett zu machen, aber er springt nicht gerade aus dem Hemd. Er redet ja nicht viel, sagt Simone und zuckt mit den Schultern. Dafür rede ich umso mehr, versuche ich einen launigen Scherz. Ich packe meine Habseligkeiten aus. Simone strahlt mich an. Das finde ich aber nett von dir, dass du unsere alte Teeküche ein bisschen aufrüstest. Klar, sage ich. Gern. Das Waffeleisen ist der neueste Hit, freut sich Simone und hält das chromblinkende Gerät andächtig in den Händen. Ich wollte, ich könnte mir so eines leisten. Ich bitte dich, sage ich schnell. Dann nimm es mit, ich schenke es dir. Aber nein. Simone sieht sich hastig in der Teeküche um, ob auch niemand zugehört hat. Wir dürfen keine Geschenke annehmen. Dann leih es dir einfach, schlage ich locker vor und schiebe das glänzende Chromteil in ihren Jutesack, der an der Heizung hängt. Danke, stößt Simone mit tränenfeuchten Augen aus. Dich hat uns wirklich der Himmel geschickt. Na, jetzt übertreibst du aber wegen eines lumpigen Waffeleisens? Und die neue Parkbank vor dem Haus, die Lampen im Eingangsbereich. Ja, sage ich. Was ist damit? Na, das hast doch du alles gespendet. Vielen Dank auch im Namen der anderen Bewohner und Pfleger. Sie schüttet mir beherzt die Hand. Verlegen reibe ich mir das Spülwasser am Hosenbein ab. Das habe ich doch gern gemacht. Äh, kann es sein, dass ich hier was nicht mitbekommen habe? Und der Kleinbus? Ja, mir bricht der Schweiß aus. Welchen kleinen Bus meinst du genau? Na, der behindertengerechte Bus, den du gespendet hast, damit unsere alten Läutchen Ausflüge machen können. Ach so, der! Mir entfährt ein hysterischer Lacher. Der Kleinbus, ja! Der stand bei uns sowieso nur rum. Hat Felix etwa das ganze Zeug gekauft? Von seinem Dow Jones-Gewinn? Und behauptet, ich hätte das alles gespendet, damit ich einen guten Stand bei den alten Läutchen habe? Oder bei meinem Großvater? So viel, wie Felix gerade verdient, da können wir ruhig mal an andere denken. Du bist wirklich großzügig, lächelt Simone. Magst du einen Kräutertee? Wir haben... Sie kramt im Einbauschrank. Malve, Pfefferminz. Ein Champagner wäre mir jetzt lieber. Weil ich meine vielen Spenden erstmal verkraften muss. In dem Moment fällt bei Simone der Groschen. Stimmt! Du trinkst ja lieber Champagner! Sie reißt die Kühlschranktür auf und entnimmt ihr eine eiskalte Flasche Mouille Chandon. Dein Felix hat uns eine Kiste vorbeigebracht. Im Keller stehen noch zwölf. Das ist doch... Also, wirklich... Wir haben auch Gläser! Simone kramt schon wieder zwischen den Teebeuteln herum. Teegläser allerdings nur... Sie poliert mir eines mit dem Geschirrtuch blank. Dein Mann schwärmt so von dir, strahlt Simone. Die sich zur Feier unserer netten kleinen Unterhaltung gleich auch ein Teegläschen Champagner gönnt. Wie stolz er auf dich ist! Ihr seid wirklich ein ganz tolles Paar! Ich bin auch wahnsinnig glücklich mit ihm. Und du? Versuche ich das Thema zu wechseln. Hast du auch einen Mann? Nein! Ruft sie erleichtert aus. Nein! Ich hatte eigentlich immer Pech mit Männern. Der erste war Alkoholiker. Der zweite hat mich geschlagen. Der dritte hat mich betrogen. Der vierte war ein totaler Spießer. Und der fünfte ein Spieler. Also, einen Spießer hatte ich auch schon, kichere ich. Aber einen Spieler? Ja! Der hat mir die tollsten Dinge erzählt, wen er alles kennt und was er besitzt. Simone wischt sich mit dem Handrücken eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Aber in Wirklichkeit war er spielsüchtig und sitzt jetzt im Knast. Oh, sage ich beiläufig und trinke einen Schluck Champagner. Er hat mir nichts als Schulden hinterlassen. Ich musste seine Gläubiger vertrösten, habe mein Häuschen verloren und bin mit den Kindern in eine Sozialwohnung am Bahnhof gezogen. Und am Ende habe ich Privatinsolvenz angemeldet. Sie trinkt einen Schluck und stellt dann mit Schwung das Teeglas auf die Arbeitsplatte. Aber jetzt bin ich ihn wenigstens los. Simone putzt zufrieden weiter an ihren Töpfen herum. Und wie kommst du so über die Runden? Frage ich so beiläufig wie möglich. Ich stehe morgens um halb vier auf und trage Zeitung aus. Dann komme ich um sechs nach Hause und wecke die Kinder. Wenn die alle in der Schule sind, bringe ich die Wohnung in Ordnung, koche und so weiter. Und dann arbeitest du noch im Altersheim? Ja, natürlich. Ab zehn Uhr morgens bis abends um sechs. Und diese lieben alten Leutchen, was die mir Liebe geben, Gefühle, Dankbarkeit, Anerkennung. Das ist es doch, was dich jeden Morgen aufstehen, in die Hände spucken und dich sagen lässt, ein neuer Tag, packe ich es an. Hastig greife ich zum Champagnerglas und leere es in einem Zug. Den Nachmittag verbringe ich beim besten Friseur der Stadt. Ich lasse mir Haarverlängerungen machen. Ausschlaggebend war der letzte Anruf von Dieter Fuchs. Wir kamen irgendwie auf, die Krasnenko zu sprechen. Und Dieter sagte sinngemäß, die hätte ja so tolle lange Haare, diese Mähne. Das sei so männermordend. Er hätte zufällig erfahren, dass die Vogue gerade Aufnahmen mit ihr macht. Und sie käme wohl jetzt aufs Titelbild der nächsten Ausgabe. Halbnackt, nur von ihren eigenen fließenden langen Haaren bedeckt. Voll sexy. Die Überschrift würde lauten, in meinen Träumen singe ich nackt. Im Nachhinein überlege ich, woher er das alles weiß. Wo er doch beim Augenlicht seines Sohnes schwört, nichts mit der Krasnenko zu tun zu haben. Also nicht, dass ich auch nur auf die Idee käme, Dieter würde die jetzt managen oder so. Und ihr womöglich meine Engagements zuschieben. Naja, in der Branche wird viel geredet. Ich lasse mir also jetzt die Haare verlängern. Dann kann ich demnächst auch solche tollen, erotischen Titelfotos machen lassen. Außerdem sehe ich mit den langen Haaren zehn Jahre jünger aus. Das sagt auch der süße, goldige Guido, der Starrfrisör der Stadt. Nach vier Stunden habe ich eine lange, seidene Haarpracht, die bis zur Schulter reicht. Mehr als 300 Strähnen haben sie mir an den Kopf gezaubert, mit fünf Mann hoch. Das macht dann 1846,30 Euro. Wenn man bedenkt, dass jede Strähne letztlich nur sechs Euro kostet, das ist es auf jeden Fall wert. Guido versichert mir, dass ich mit den Haaren alles machen kann. Waschen, föhnen, bürsten, schwimmen gehen, ja. Und auf meine Nachfrage hin natürlich auch eine Carmen-Perücke drüber stülpen. Unglaublich. Strahlend reiche ich ihm meine goldene Visa-Karte. 2000, sage ich gönnerhaft. Danke. Er lächelt und zieht die Karte durch den Schlitz. Na, sagt er und wiederholt den Vorgang. Geht's, strahle ich und drehe mich immer wieder vor dem Spiegel, während ich meine Haare durch die Luft fliegen lasse. Ich glaube, der Apparat will sie nicht. Och, kein Problem. Ich nestle in meiner rosa Chanel-Tasche, die Felix mir aus New York mitgebracht hat. Dann nehmen wir die Diners. Aber auch die Eurocard will nicht, weder die goldene noch die Platin. Ich halte inne. Guidos Augen werden zu schlitzen, als er mein Zögern bemerkt. Wenn Sie Zahlungsschwierigkeiten haben, sofort lächelt er wieder lieb, dann... Ich habe keine Zahlungsschwierigkeiten, falle ich ihm ins Wort. Wahrscheinlich hatten Sie die Karten nur gemeinsam mit dem Handy in einem Fach, hilft Guido mir über die aufsteigende Schamesröte hinweg. Dann sind die Magnetstreifen deaktiviert. Das passiert meinen Kundinnen oft. Mir schießt das Adrenalin in die Kniekehlen. Oder was macht die Beine sonst so puddingweich? Angst? Panik? Scham? Diesen Sommer habe ich keinen Cent verdient. Aber Tausende von Euros ausgegeben. Aber Tausende. Sollte meine Bank... Blödsinn. Quatsch. Ich, Ella Herbst, habe Millionen. Vielleicht nicht gerade auf meinen Girokonten, aber... Wissen Sie was, Guido, sage ich munter. Ich gehe jetzt zur Bank und hebe das Geld in Bar ab. Und dann bringe ich es Ihnen noch heute vorbei. Ich stiebe hochroten Kopfes mit fliegenden Haaren aus dem Friseursalon und hasste über die Straße. Die Bank hat vielleicht schon zu? Nein. Die Tür ist offen. Es drängeln sich noch einige Leute vor den Schaltern. Ich stürme hinein und räuspere mich ein paar Mal. Ah, der Bankdirektor hat mich schon entdeckt. Er springt auf und kommt mir entgegen, wobei er sein Jackett zuknöpft. Fast so, als ob er auf mich gewartet hätte. Frau Herbst, bitte hier entlang. Er bietet mir einen Stuhl an, wobei er keinerlei Bemerkung über meine Haare macht, so sehr ich sie auch über die Schulter werfe. Ich bin froh, dass Sie endlich einmal persönlich erscheinen, bemerkt der Direktor und macht sich übereifrig, an seinem Computer zu schaffen. Sie haben... Er tippt auf dem Computer herum und ich fühle plötzlich einen unerträglichen Stich in der Magengegend. In letzter Zeit... Na was jetzt, Mann? Mach es doch nicht so spannend. Guido wartet im Fegefeuer der Eitelkeiten auf mich und denen schulde ich noch zwei Riesen. Ja, ich hatte ein paar größere Ausgaben, helfe ich dem armen Mann auf die Sprünge. Spenden für das Altersheim und so. Jetzt bräuchte ich nur mal eben 2000 Euro. Ich streiche immer lasziv durchs Haar. Für meinen Friseur. Ich lache kokett. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sie haben in den letzten drei Monaten, er schaut mich über seinen Brillenrand prüfend an, sämtliche Überziehungskredite voll ausgeschöpft. Insofern ist zurzeit keine Barabhebung. Er lässt seine Aussage unvollendet im Raume stehen. Überziehungskredit stoße ich überrascht zwischen zwei hysterischen Lachern aus. Das Wort kenne ich nicht. Ich meine, ich bin doch im Plus. Leider nein, sagt der Bankdirektor. Er beugt sich leicht vor und sieht mir direkt in die Augen. Vielleicht sollten Sie sich mal ein Bild von Ihrem Kontostand machen. Oh Gott, denke ich widerwillig. Dieser ganze Bankkram interessiert mich nicht die Bohne. Zum Glück macht das ja immer Felix. Und früher hat es Jürgen für mich gemacht. Ich habe noch nie im Leben einen Kontoauszug geöffnet. Und aus dem Automaten holen kann ich die Dinger schon gar nicht. Wie ich die armen Menschen immer bemitleide, die sich am Bankomaten ihre Auszüge drucken lassen, besorgt darauf starren und dann nach langem Überlegen 20 Euro abheben. Okay, sage ich und lache entfaffnend. Doch der Direktor mustert mich mit eingefrorener Miene. Aber jetzt hätte ich nur gern schnell 2000 Euro für den Friseur. Der schließt nämlich gleich. Nein, sagt der Bankdirektor. Sie haben nicht nur keine 2000 Euro mehr. Er hebt den Kopf und fummelt an seiner Krawatte. Sie haben bei dieser Bank Schulden in fünfstelliger Höhe. Prinzessin, schreit Felix in den Hörer, als ich ihm an eine Hausecke gelehnt, weil mich meine Beine nicht mehr tragen wollen, mein Elend gleich telefonisch mitteile. Mach dir keine Sorgen. Ich habe nur ein Konto in der Schweiz eröffnet, wegen der Steuern. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Natürlich. Mein Felix ist so ein unglaublich vorausschauender Mann. Liebste Prinzessin, das hätte ich dir sagen sollen, kommt seine Stimme von sehr weit her. Ich wusste nicht, dass du in eine so blöde Verlegenheit kommst. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt, stoße ich erleichtert aus. Ich meine, ich habe 20 Jahre lang richtig Kohle verdient. Prinzessin, es tut mir ja so leid. Du bist nicht pleite. Dummerchen, du hast Millionen. Und warum hast du sie in die Schweiz verfrachtet, bringe ich leicht beunruhigt hervor. Prinzessin, wegen der Steuer. Du hast dieses Jahr nicht so viel verdient. Aber sie veranlagen dich ja bei der Umsatzvorsteuerprüfung, so wie für letztes Jahr. Und dann liegt das Geld erstmal beim Finanzamt. Das ist alles eine wahnsinnig langwierige Geschichte. Und so ist die Knete erstmal in Sicherheit. Ach so, sage ich. Obwohl ich eigentlich gar nichts verstanden habe. Aber egal. Ich gleiche dein Girokonto sofort wieder aus, schreit Felix hilfsbereit. Prima, rufe ich. Und überweise bitte gleich das Geld an den Friseur. Dann habe ich den ganzen Ärger von der Backe. Ich diktiere ihm die Nummer, die auf Guidos Rechnung knapp über zuständiges Gericht steht. Klar, ruft Felix. Mach ich sofort, Prinzessin. Du siehst bestimmt super toll aus. Ich kann es kaum erwarten, dich mit deiner Haarpracht zu sehen. Tja, mein Felix. Der hat als einziger mitgekriegt, dass ich beim Friseur war. Klar, dass mein Großvater diese unglaublich wichtige Tatsache komplett ignoriert. Simone ist gerade mit ihm zu Gange. Geschäftlich räumt sie Hygieneartikel aus dem Bad zusammen. Großvater sitzt frisch gewaschen und gekämmt an seinem Tisch und starrt an die Wand. Vor ihm steht ein Plastikteller mit einem halben Stück Käsebrot und eine Schnabeltasse mit lauwarmem Tee. Aber jetzt komme ich in dieses Elend. Die Sonne geht auf. Er starrt wortlos vor sich hin. Na, fällt dir was auf? Schweigen. Wow, entfährt es Simone, die mit einer zusammengerollten Inkontinenzeinlage aus dem Bad kommt. Herr Professor, schreit sie, Sie müssen stolz sein auf Ihre erfolgreiche, schöne Enkelin. Schweigen. Ich könnte das viergestrichene C erreichen oder mit Vierlingen niederkommen. Er würde keine Mine verziehen. Na gut, wir ziehen mal wieder einmal mit dem Rollstuhl los. Zum Glück treffen wir auf dem frisch gewohnerten Gang Katharina, die ihren laut schimpfenden Martin schiebt. Wir quetschen uns gemeinsam in den Aufzug. Wow, sagt Katharina anerkennend. Ist das für einen neuen Auftritt? Ähm, nicht direkt, aber ich bin sozusagen allzeit bereit. Toll, dass du nicht aufgibst, sagt Katharina. Tust du ja auch nicht, antworte ich. Das habe ich von dir gelernt. Gratulation zu ihrer tollen Enkeltochter, schreit Katharina meinen Großvater an. Aber der stopft sich nur Oropax in seine Ohren. Wie geht's bei euch so, will ich wissen. Ach, Ella, seufzt Katharina. Seit drei Jahren immer dasselbe. Ich warte auf ein Wunder, aber es tut sich nichts. Der Martin will nicht mehr. Den Eindruck vermittelt er mir allerdings auch. Er blockiert den Rollstuhl bockig wie ein Kleinkind, indem er den linken Fuß in die Erde rammt. Also Martin, sage ich, jetzt heb mal deinen Fuß hoch. Ich bücke mich, aber er tritt nach mir. Bring mal Champagner, schnauzt er mich an. Champagner, Willi. Hast du ihm etwa Champagner gegeben, fragt Katharina entsetzt. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich und Champagner, das passt doch gar nicht zusammen. Schleunigst schiebe ich meinen Großvater in Richtung Park. Bring mal einen Schnaps, brüllt Martin seine Frau an. Saufen wir, bis ich sterb. Mann, bin ich froh, dass du so nett zu mir bist, murmele ich in Richtung Großvater. An meinem Geburtstag stehen 40 dunkelrote Baccararosen auf dem Tisch. Felix hat es nicht geschafft, pünktlich aus Australien zurückzukommen, weil sie am Flughafen streiken. Die Kinder umarmen mich stürmisch und Robbie wirbelt mich im Kreis herum. Coole, coole Mamski, schreit er mit überkieksender Stimme. Du siehst super aus und bald singst du auch wieder. Lass dich nur nicht unterkriegen. Vorsicht, meine Haare, schreie ich lachend. Jenny hat mir ein wunderschönes Bild gemalt. Ich auf der Bühne, im traumhaften Abendkleid, singe eine Arie. Noten purzeln mir aus dem Mund und ein begeistertes Publikum applaudiert. Gott, darunter steht in geschwungenen Lettern, das wirst du wieder sein, fragt sich wann. Mir kommen die Tränen. Brutal wird mir bewusst, dass ich heute 40 werde. Irgendwie ist das mit der Riesenparty doch nicht zustande gekommen. Irgendwie haben die ganzen Freunde und Kollegen von der Oper, die ich eingeladen habe, gerade heute was anderes vorgehabt. Energisch blinzle ich die aufsteigenden Tränen weg und strahle so gut es geht. Mamski, du sollst auch mal das Positive sehen, sagt Jenny tadelnd, als ich mich in eine Papierserviette schnäuze. Jetzt hast du endlich mal Zeit für uns. Genau, pflichtet Robby ihr bei. Das war doch immer dein größter Wunsch. Jetzt ist er in Erfüllung gegangen. Das gibt mir den Rest. Na toll, heule ich in die Serviette. Ich will doch nur noch ein bisschen singen. Ist das denn zu viel verlangt? Man kann mich doch nicht einfach so von heute auf morgen... Ich schnäuze mich so laut wie ein wehrendes Pferd. Ich vergrabe das Gesicht in den Händen und gebe mich einem Weinkrampf hin. Meine Schultern beben und ich schluchze und keuche. Bühnenreif. Mamski, du kommst in die Wechseljahre, bohrt Robby ungerührt in der Wunde. Da ist Heulen ganz normal. Robby und Jenny wollen mich aufheitern. Sie balancieren eine selbstgebackene Geburtstagstorte mit 40 brennenden Kerzen und singen Happy Birthday, liebe Mamski. Ich bin so richtig in Heullaune. Die Hälfte meines Lebens ist definitiv vorbei. Und ich bin nicht etwa auf dem Höhepunkt. Ich bin auf dem Tiefpunkt. Dieter hat heute nicht angerufen. Großvater auch nicht. Noch nicht mal Jürgen, geschweige denn Hannemarie. Niemand. Nachher werde ich die Torte mit zu Großvater ins Altersheim nehmen. Und dann machen wir alle so richtig einen drauf. Ich habe nämlich sehr wohl noch Freunde. Simone, Katharina, Großvater. Jenny und Robby machen hinter meinem Rücken wilde Zeichen. Robby versucht daraufhin, irgendetwas unauffällig vom Tisch zu schubsen. Ich höre auf zu heulen und fasse hinter seinen Rücken. Die Sophienhöhe Nachrichten. Von heute. Herzlichen Glückwunsch, neue Carmen, so lautet die fette Titelzeile. Mein Blick fällt auf das Titelfoto. Eine Sängerin auf einer Bühne. Ein Orchester. Applaudierende Menschen. Genau das Bild, das Jenny abgemalt hat. Aber Moment mal, das ist doch... Ich reiße ihm die Zeitung aus der Hand. Die Krasnenko für die nächsten Sophienhöher Festspiele verpflichtet. Eröffnung mit Carmen in neuer Inszenierung. Mamski, wir wollten dir das heute nicht zeigen. Jenny versucht die Zeitung wieder an sich zu reißen. Aber du erfährst es ja doch irgendwann. Ja, sie sieht ziemlich gut aus, ächze ich, mühsam Haltung bewahrend. Und ich gönne ihr den Erfolg von ganzem... Ähm... Robbie reagiert geistesgegenwärtig. Er knallt die Geburtstagstorte mitten auf die Krasnenko. Wachs und Krümel verunzieren ihr Gesicht. Zum ersten Mal fühle ich mich gut. So, Mamski, Kerzen ausblasen! Ich puste, als ginge es um mein Leben. Das ganze rote Wachs spritzt auf das makellose Antlitz von Olga Krasnenko. Und Spucke und Tränen. Und Großvater hat die Geburtstagstorte geschmeckt? Wir hocken alle in seinem kleinen Zimmerchen, Simone, Katharina, Martin, übellaunig vor sich hin mümmelnd, und ich. Der Novemberregen prasselt unaufhörlich auf sein schräges Dachfenster, das den Blick auf vorüberziehende Wolkenmassen freigibt. Ich halte mich an einer Flasche Champagner fest, die ich mir statt des Kuchens gegönnt habe. Mein Gott, 40! Vor meinen Augen dreht sich alles. Wahrscheinlich bin ich längst Alkoholikerin. Das kommt noch erschwerend dazu. Ich bin eine gescheiterte Existenz. Oh Gott, ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Ich straffe mich. Wisst ihr was, ihr Lieben? Durchbreche ich die bedrückende Stille. Wir brauchen mal Tapetenwechsel. Spazieren gehen können wir bei dem tristen Wetter nicht. Ich lade euch ins Kino ein. Simone hat von einem ganz tollen Film gehört. Wie im Himmel. Er handelt von einem Kirchenchor und ist auf Schwedisch mit deutschen Untertiteln. Es geht um einen Dirigenten, der hat einen Herzinfarkt. Simone unterbricht sich mit einem irritierten Seitenblick auf Martin, der unverdrossen Schokoladenkuchen in sich hineinstopft. Und dann kann er nicht mehr dirigieren. Danach fährt er nach Schweden, kauft die alte Schule in seinem Dorf, verliebt sich in die Kassiererin vom Supermarkt, lernt Radfahren und hinterher singen alle durcheinander. Kurz darauf sitzen wir zu dritt in meinem tollen Cayenne. Wir waren schon mit dem ganzen Kirchenchor in Wie im Himmel, schwärmt Simone vom Rücksitz aus. Ja, das liegt nahe, sage ich und betrachte Simone durch den Rückspiegel. Sie knabbert genießerisch an ein paar Weihnachtsplätzchen, der ihr jemand im Altersheim zugesteckt hat. Was für ein genügsamer, zufriedener Mensch. Wie kindlich sie sich noch freuen kann. Und singst du gerne im Kirchenchor, frage ich freundlich. Oh, das ist fantastisch. Komm doch mal zu einer Probe, Ella. Ich lache. Nichts für ungut, aber ich bin Solistin bei den Sophienhöher Festspielen, ähm, gewesen. Das ist ja gerade das Tolle, wenn du bei uns mitsingen würdest, das wäre so eine Bereicherung für unser Dorf. Das nenne ich freier Fall. Bevor ich mich in so eine Dorfkirche stelle und im Kirchenchor singe, muss die Donau rückwärts fließen. Ich straffe mich und gebe Gas. Nichts für ungut, meine Lieben. Weißt du was, Ella, redet Katharina nun auch auf mich ein. Wenn ich den Kirchenchor nicht hätte, würde ich die ganze Katastrophe mit dem Martin gar nicht überstehen. Ja, räume ich gönnerhaft ein, Musik kann einem sehr viel geben. Dann komm doch auch, sing doch mit, betteln die beiden. Schadensbegrenzung ist angesagt. Das ist so, als wenn Martin als ehemaliger Olympiasieger und Weltmeister plötzlich am Babylift fahren würde, gebe ich von mir. Katharina schaut mich von der Seite an. Weißt du, was er darum geben würde, wenn er das noch könnte? Ich sehe Katharinas Gesicht und umklammere das Lenkrad. Ich habe alles zerstört. Mein Leben, meine Karriere, meine Freundschaften. Ich möchte am liebsten gegen die Leitplanke donnern. Der Film läuft in einem Kino in der Altstadt. Ich springe nur kurz zum Bankschalter, rufe ich, erleichtert das Schweigen durchbrechen zu können, damit ich euch nachher zum Essen einladen kann. Voller gedämpfter Vorfreude auf etwas, das mir diesen 40. Geburtstag noch retten kann, krame ich die Bankomatkarte aus meiner ehemals rosa Chanel-Tasche. Wie war noch gleich die Geheimnummer? Ach ja, das, was ich wiege und das, was ich gern wiegen würde. Ich bediene die Tastatur und schiebe die Karte in den Schlitz. Der Automat überlegt, dann spuckt er die Karte wieder aus. Kein verfügbarer Betrag. Ich höre leise Alarmglocken. Aber Felix hatte doch gesagt... Auch der zweite Versuch erfolglos. Okay, sage ich versöhnlich, letzte Chance. Ich habe heute Geburtstag, jetzt gib mir einfach die Knete und ich lasse dich in Ruhe. Zum dritten Mal stopfe ich die Karte in den Schlitz und tippe die Nummer ein. Der Bankomat fackelt nicht lange, verschluckt die Karte und macht die Augen zu. Mir ist, als hätte ich einen Magenschwinger bekommen. Ich ringe um Beherrschung. Da draußen sitzen Simone und Katharina in meinem verdammten Porsche. Beide haben sich mühsam von ihren Pflichten losgeeist und wollen mir heute die Ehre geben, mit mir ins Kino zu gehen und ich habe keinen Euro mehr in der Tasche. Zitternd hole ich die andere Karte heraus. Deren Geheimnummer ist mir allerdings entfallen. Und Felix ist in Australien. Und da ist es jetzt vier Uhr nachts. Egal. Ich reiße mein Nokia aus der Tasche und wähle seine Handynummer. Er meldet sich überraschend schnell. Im Hintergrund ist lautes Stimmengewirr zu hören. Sicher steht er am Flughafen in der First Class Line und versucht, auf die nächste Maschine zu kommen. Prinzessin, brüllt er begeistert. Happy Birthday! Ich wollte dich sowieso gerade anrufen. Hatte hier nur noch was Dringendes zu erledigen. Tut mir so leid, dass ich an deinem runden Geburtstag nicht... Wie lautet die Geheimzahl meiner Bankomatkarte? Komme ich gleich zur Sache. Ähm, äh, ich bin gerade in einem super wichtigen Meeting. Äh, welche denn? Na, die von der Sophienhöher Dorfsparkasse. Mann, was ist denn da für ein Lärm im Hintergrund? Ich hab kurzfristig Geld gebraucht, ruft Felix, immer noch bestens gelaunt. Musste hier in was Todsicheres investieren. Du musstest was von meinem Girokonto investieren? Du kriegst es ja wieder. Zehnfach. Hundertfach. Ich möchte nur mit zwei Freundinnen ins Kino gehen, brülle ich gegen den Krach an. Prima, gute Idee. Rauschen. Dann aus weiter Ferne. Haut mal richtig auf den Putz, ihr feschen Weiberleut. Ja, aber ich habe kein Geld. Jetzt heule ich fast. Katharina kommt in den Schalterraum. Sie macht mir ein Zeichen, dass sie sehr wohl Geld habe und ich mich nicht künstlich aufregen soll. Simone steht draußen am Auto und tippt auf ihre Armbanduhr. Diese Trottel von der Sparkasse, höre ich Felix aus weiter Ferne rufen. Das erkläre ich dir, wenn ich wieder da bin. Ein ohrenbetäubender Begeisterungsschrei verhindert jede weitere Kommunikation. Wir machen hier gerade einen sensationellen Deal. Er steht also doch nicht am Flughafen in der Warteschlange. Komm schon, Ella. Katharina hält mir die Tür auf. Ist alles in Ordnung? Ja, klar, natürlich. Ich müsste dich bloß bitten, mir das Geld für das Kino... Ein kleiner Irrtum der Bank, murmele ich, als ich mich wieder hinters Steuer setze. Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Dabei fällt mein Blick auf die Benzinanzeige. Mir bricht der Schweiß aus. Ich fahre auf Reserve, murmele ich vor mich hin. Dabei fällt mir auf, wie symbolisch das ist, was ich da gerade gesagt habe. Ach, geh, sagt Katharina. Dann tank mal eben auf dem Rückweg. Ich starre auf die graue, regennasse Straße. Der Scheibenwischer verschmiert Schlieren auf meiner Windschutzscheibe. Du müsstest mir für das Tanken dann noch mal Geld leihen, krächze ich heiser. Ich geb dir einfach mal 200. Katharina kramt in ihrer Handtasche und stopft mir den Schein in die Jackentasche. Ich sehe sie kurz von der Seite an. Kriegst du sofort morgen wieder. Mach dir keinen Kopf, sagt Katharina. Du hast heute Geburtstag. Ich wollte euch doch zum Essen einladen. Dann laden wir dich eben zum Essen ein, okay? Sie sagt das so langsam und deutlich, als spräche sie mit einer debilen Dreijährigen. Ich fasse es nicht. Okay, dass ich keine Riesenparty hatte. Okay, dass ich kein Konzert gegeben habe. Okay, dass mein Grußvater mir heute kein Liebeswort gesagt hat. Okay, dass mein Mann heute in Australien ist und nicht bei mir. Mit allem kann ich leben. Aber dass ich mir Geld fürs Kino leihen muss, so habe ich mir meinen Vierzigsten wirklich nicht vorgestellt. Felix kann mir alles erklären. Er hatte einige wichtige kurzfristige Investitionen zu tätigen und musste noch einmal auf mein Konto bei der Sparkasse zurückgreifen. Die Investitionen waren aber absolut erfolgreich. Es war ein Megadeal. Und das Geld ist schon längst wieder an Ort und Stelle. Jetzt kann ich ins Kino gehen und meine Freundinnen einladen, bis wir viereckige Augen haben. Ich kann das Kino auch kaufen, wenn ich will. Das Felix aber auch immer gleich so übertreiben muss. Ein bisschen ärgerlich bin ich schon. Obwohl ich mit der Sache noch nicht fertig bin, kann ich nicht fassen, was er da als Geburtstagsgeschenk aus dem Ärmel zieht. Eine wunderschöne Damenuhr mit goldenem Armband, ganz schlicht und edel, mit schwarzem Zifferblatt und goldenen Ziffern. Und jede einzelne davon ist ein kleiner, verschnorkelter Violinschlüssel. Ist das nicht süß? Und die Schließe am Handgelenk hat die Form einer Stimmgabel. Ich schlage mir die Hand vor den Mund. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Das war nur ein winziger Prozentsatz von dem, was ich dort verdient habe, beruhigt mich Felix. Geh, Weiberl, nun freu dich doch. Sei nicht so spießig. Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles im Griff. Wie er da vor mir steht, mein Felix, groß, breitschulterig, tiefgebräunt. Das gewählte, schwarze Haar fällt ihm glänzend über den schneeweißen Hemdkragen. Nur um sicherzugehen, dass ich auch alles richtig verstanden habe, frage ich, das Geld liegt also wieder auf den beiden Girokonten? Ja. Nein. Ja. Ich erstarre. Ja, was jetzt? Normalerweise bin ich kein Korinthenkacker, aber das hier verstehe ich nicht. Es liegt wieder auf deinen Girokonten und du kannst jederzeit ran. Aber? Irgendwie höre ich doch an seiner Stimme das... Kein Aber. Alles ist in Ordnung. Du kannst jederzeit was abheben. Es kostet mich nur einen kleinen Anruf. Was ist denn da in seinem Blick? Angst schnürt mir die Kehle zu. Er verheimlicht mir doch nichts. Ich meine, wir sind seit fünf Jahren glücklich verheiratet, Vertrauen ist die absolute Basis einer guten Ehe und wir haben von Anfang an gemeinsame Konten gehabt. Eine nie gekannte Furcht steigt in mir hoch. Eine kindische, albtraumhafte Furcht. Jürgen hat doch mit seinen Unkenrufen nicht etwa... Recht? Meine Gedanken flattern wie eine Schar Schmetterlinge. Was soll ich bloß sagen, ohne Felix zu verletzen? Ich musste mir nämlich von Katharina 200 Euro leihen, damit ich sie ins Kino einladen konnte und tanken musste ich auch noch. Felix zieht sofort einen Bündel Scheine aus der Hosentasche und steckt sie mir zu. Es sind mindestens 5000 Euro. Erleichterung macht sich breit. Gott sei Dank. Ich breche in hilfloses Gelächter aus. Wo hast du das denn jetzt her? Verdient, sagt Felix stolz. Mit einem einzigen gelungenen Deal. Wie gut, dass die Fluglotsen gestreikt haben. Ja, was war das denn für ein Deal? Felix stutzt. Meine Frau interessiert sich für meine Geschäfte? Ähm, klar, sage ich. Tut mir leid, dass ich das nicht früher in der Form gemacht habe, aber ich war ja dauernd unter Termindruck und fast nie zu Hause. Dieter Fuchs hat übrigens angerufen, wechselt Felix abrupt das Thema. Er hat wieder ein paar ganz tolle Auftritte für dich. Fernsehauftritte, wohlgemerkt. Und zwar nicht in irgendeinem popeligen Regionalsender. Wirklich? Ich seufze erleichtert auf. Endlich! Und das sagst du erst jetzt? Du sollst Dieter Fuchs dringend zurückrufen. Felix reicht mir sein Ferrari-Handy. Dieters Nummer ist schon gewählt. Offensichtlich ist auch er erleichtert, dass wir mit dem beziehungsfeindlichen Geldthema durch sind. Ich mag das rote Ding nicht besonders, weil es die Geräusche von quietschenden Reifen als Klingelton. Also nicht, dass ich das nicht lustig fände. Ich bin auch voll der Schumi-Fan. Und Felix hat es ja auch von Ralf persönlich geschenkt bekommen. Oder war es der ältere, der mit dem Kinn? Und Angeber-Handy habe ich nie gesagt. Ist ja auch egal. Jedenfalls geht meine Karriere jetzt weiter. Und Felix ist wieder da. Alles ist gut. Dieter hat eigentlich gar keinen tollen Auftritt für mich. Also jedenfalls nicht das, was ich hoffte. Dein Felix nervt mich dauernd, dass ich was für dich tun soll, mault er ziemlich übellaunig in den Hörer. Mein Felix ruft dich an, stoße ich wie betäubt hervor. Das wusste ich nicht. Das ist... Mein Gott, ich kann mir die Engagements doch nicht aus den Fingern saugen, unterbricht mich Dieter Fuchs genervt. Aber früher konnten wir uns doch vor Angeboten gar nicht retten. Er atmet hörbar aus. Früher, ja. Ach, ich kann mich auch immer noch vor Angeboten nicht retten. Jetzt lacht Dieter sein lautes Proletenlachen. Aber die gelten leider nicht dir. Mir stellen sich alle Nackenhaare auf. Sondern? Oh, bitte bete ich lieber Gott, lass es ihn nicht sagen. Mach, dass sein Sohn noch nicht blind ist. Na, der krassen Nenko natürlich. Das dürfte sich ja wohl bis in den letzten Winkel der Welt rumgesprochen haben, dass ich jetzt ihr Manager bin. Ich schlucke. Also doch. Ella, du kannst mir gratulieren. Ich hab die krassen Nenko unter Exklusivvertrag. Die kann ja kaum Deutsch lesen und schreiben. Aber ich hab ihr gesagt, sie soll da unterschreiben, wo das Kreuzchen ist. Das kenne ich von irgendwoher. Aber ich verdränge es tapfer. Toll, säusele ich und es klingt wie ein Wimmern. Gratuliere. Felix reißt mir das Handy aus der Hand und schreit. Dieter, alter Schwede, du Sauhund, du. Und es klingt absolut nicht vorwurfsvoll. Eher bewundernd. Anerkennend. Unter Männern ist das wohl so üblich. Aber du hast doch für die Ella auch was ganz Sensationelles, moderiert Felix das Gespräch wieder in interessantere Bahnen. Da war doch was mit RTL. Ich zucke zusammen. Ella, du weißt, wie ich für dich kämpfe, sagt Dieter nun wieder in gemäßigtem Tonfall. Es geht um eine sechsstellige Gage. Okay, räume ich versöhnlich ein. Das hört sich ja endlich mal wieder vernünftig an. Diese Wahnsinnsnummer findet in Australien statt. Ich werde jäh von wilder Hoffnung gepackt. An der Sydney Opera Hall? Mann, das ist ein ganz alter Traum von mir. Welches Stück? Die Dschungelshow. Gibt es die jetzt als Musical? Ich bemühe mich um einen möglichst ruhigen Ton, kann aber das Zittern in meiner Stimme nicht verbergen. Äh, Moment mal, du meinst jetzt nicht im Ernst? Mir wird ganz schwindelig. Ich brauche jetzt unbedingt einen Schluck Champagner. Im Grunde war klar, dass das alles naive Hirngespinste waren. Dieter hat keine Oper für mich. Er will mich in die Dschungelshow schicken, wo die abgehalfterten, gescheiterten Existenzen Würmer fressen, um noch eine Sau auf sich aufmerksam zu machen. Meine Karriere als seriöse Opernsängerin ist aus und vorbei. Ich sinke kraftlos in mich zusammen. Also machst du es oder machst du es nicht? Für 120.000 Mäuse! Ich heule fast. Felix reißt mir das Handy aus der Hand. Ist doch super! Wann geht's los? Spinnst du, herrsche ich ihn an. Das mache ich nie und nimmer. Ich verhandle noch, sagt Dieter. Und plötzlich hat er es eilig, das Telefonat zu beenden. Ich melde mich, wenn aus der Sache was wird. Prinzessin! Nachdem du jetzt hier seit Monaten deinen alten Großvater im Rollstuhl durch die Gegend schiebst und schon ganz depressiv wirst, habe ich dem Dieter mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern gemacht. Er ist schließlich dein Manager und muss für dich arbeiten. Aber ich will doch keine Würmer essen! Ach, geh! Für 120.000 Euro kann dir doch ganz egal sein, was du isst. Augen zu und durch! Ich starre meinen Felix an. Kann es sein, dass hier irgendwas ganz fürchterlich aus dem Ruder gerät? Er hat es doch nur gut gemeint, lacht Katharina, der ich am nächsten Tag davon erzähle. Wir hocken wie so oft in unserem kleinen Badezimmer, sie auf dem Wannenrand und ich auf dem Klodeckel. Da das Wetter inzwischen miserabel ist, haben wir uns auf diese kleine Insel zurückgezogen. Mein Puls hat sich inzwischen beruhigt, aber ich habe immer noch höllische Kopfschmerzen. Auf dem Weg zum Altersheim bin ich an der Dorfsparkasse vorbeigefahren und der Bankomat hat zu meiner grenzenlosen Erleichterung sofort dienstfertig darüber Auskunft gegeben, dass beide Konten prima gefüllt sind. Jedenfalls bin ich jetzt hier bei Katharina und habe ihr als erstes das Geld fürs Kino und Tanken wiedergegeben. Unsere beiden Pfleglinge hocken in ihren Zimmern, in ihren Rollstühlen und starren vor sich hin. Was für ein trostloses Dasein. Es ist ein Warten, aber nicht auf einen Erfolg, ein Warten auf den Tod. Ich möchte... Nein, heulen kommt nicht in Frage. Katharina heult ja auch nicht. Sei froh, dass du so einen tollen Mann hast, flüstert Katharina mit einem Seitenblick in das angrenzende Zimmer. Der vom Cortison aufgedunsene Martin hockt in seinem Rollstuhl und starrt mürrisch auf den Fußboden. Na, was ist denn hier für eine Krisensitzung? Simone kommt fröhlich mit einem Stapel frischer Handtücher herein, wirft ihren Zopf nach hinten und macht sich daran, sie zu verstauen. Sie sieht mich über die Schulter hinweg forschend an. Ella? Alles in Ordnung? Nein, knurre ich und bin den Tränen nahe. Ella soll in einer RTL-Show Würmer essen, berichtet Katharina brühwarm, für 120.000 Euro. Simone stößt sich den Kopf am Waschbecken, als sie versucht abrupt aufzustehen. 120.000 Euro? Und da überlegst du noch? Ich überlege nicht, ich lehne entrüstet ab, sage ich und drücke zur Untermauerung meiner Entscheidung einmal auf die Klospülung. Ich bin eine Opernsängerin und keine... Also für 120.000 Euro würde ich die Scheiße meiner sämtlichen Pfleglinge essen, konstatiert Simone todernst, und zwar mit Messer und Gabel. Ich starre sie an. Katharina lacht. Und dazu machst du dir einen Champagner auf. Ich würde aber auch Pipi trinken für den Preis, räumt Simone ein. Ihr seid ja bescheuert, jaule ich beleidigt. Ihr habt ja keine Ahnung, was ich durchmache. Jetzt fängt auch Simone an zu gackern. Weißt du, was ich hier verdiene, gluckst sie? Nein, murre ich sauer. Ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Sieben Euro die Stunde. Und davon ernähre ich vier Kinder und zahle Steuern. Aber ich bin glücklich. Ich starre sie wortlos an. Dabei hast du jetzt auch so eine wichtige Aufgabe. Simone schüttelt tadelnd den Kopf. Würmer essen, ja? Deinen Großvater auf seinem letzten Weg begleiten. Simone schaut mir ganz ernsthaft ins Gesicht. Begreife die Krise als Chance. Katharina legt mir die Hand auf die Schulter. Simone hat recht. Scheiß doch endlich mal auf deinen Karriereknick und fang an zu leben. Dein Großvater braucht dich. Auf einmal wird mir klar, dass ich zwei wunderbare Freundinnen habe. Nur eine Wunde hört nicht auf zu brennen. Warum hat Felix Dieter angerufen? Doch nicht etwa, weil wir dringend Geld brauchen? Was hat er genau in Australien gemacht? Ich reibe mir die Schläfen. Mit plötzlicher Entschlossenheit greife ich zum Handy und sage Dieter Fuchs die Dschungelshow ab. Zwischen Martin und Katharina hat sich etwas Grundlegendes verändert. Sie streiten nicht mehr. Das ist schon fast unheimlich. Irgendwie fehlt mir das ständige Gekeife aus dem Nebenzimmer, das meistens damit endete, dass Katharina aufgebracht in unser gemeinsames Badezimmer kam. Dort hockten wir dann und haben geplaudert. Meist habe ich uns einen Champagner organisiert, den wir aus Zahnputzbechern getrunken haben, bis es uns besser ging. Jetzt bleibt Katharina in ihrer Hälfte. Es läuft leise Weihnachtsmusik im Radio. Sonst ist es ganz still. Als wenn sie auf etwas warten würden, denke ich, und ich bekomme Gänsehaut. Draußen wird es schon früh dunkel. Wenn Großvater mit seinem Mittagsschläfchen fertig ist, lohnt es sich auch fast gar nicht mehr rauszugehen. Es war auch wirklich mühsam in letzter Zeit, ihn für einen Winterspaziergang fertig zu machen. Über eine halbe Stunde war ich damit beschäftigt, ihn mit seinem langen Unterhosen, Anzug, Mantel, Hut, Handschuhen und Schal anzukleiden und ihn schließlich in den Rollstuhl zu setzen. Am Ende war ich schweißgebadet. Nun aber sitzen wir im Dunkeln in seinem Kämmerlein. Es ist gerade mal vier und ich finde es mies, jetzt schon zu gehen. Möchtest du Musik hören? Nein. Ich sehe mich suchend im Zimmer um. Soll ich dir was vorlesen? Hoffentlich nicht. Nein. Was kann ich denn für dich tun? Du kannst mir Geld von der Bank holen. Oh, das ist ja mal was ganz Neues. Wieso brauchst du Geld von der Bank? Ich will Simone was geben. Das finde ich gut. Wenn man bedenkt, wie nötig Simone die verdammte Knete hat und schließlich ist bald Weihnachten. Okay, wie viel soll ich denn abheben? Seufzen. Schweigen. Dann 20 Euro. Hm, mache ich und werfe mich schon mal in Mantel und Schal. Das ist großzügig von dir. In Fünfern. Aha. Äh, ja. Okay. Erleichtert haue ich ab. Wenigstens kann ich mal kurz an die frische Luft. Großvater hat mir mit Verschwörerblick seine Bankomatkarte gegeben und mir flüsternd die Geheimnummer anvertraut, so als sei das ganze Altersheim voller Verbrecher, die ihn um sein Geld bringen wollen. Ich bete die Nummer wie eine mathematische Formel vor mich hin. 20 lächerliche Euro. Na gut. Wo ich schon mal hier bin, kann ich ja auch gleich was von meinem Konto abheben. Es ist ja wieder gedeckt. Jenny braucht dringend Material für ihre Weihnachtsbastelei in der Schule. Ich tippe meine Nummer ein und 50 Euro. So, diese bescheidene Bitte kann der Bankomat mir nicht abschlagen. Denkste. Kein verfügbarer Betrag. Ich ringe nach Luft. Das darf doch nicht. Ich muss für Jenny. Der Bastelladen ist gleich um die Ecke. Ich sollte das jetzt erledigen. Da ist es bestimmt moralisch vertretbar, wenn ich... Die Bankomatkarte von Großvater in meiner Manteltasche fühlt sich gut an. Natürlich nur leihweise. Das werde ich ihm auch ganz unauffällig zurücküberweisen. Ich schiebe Großvaters Karte in den Schlitz. Reifeisenkasse Erkenschwick steht darauf. Der Bankomat fragt mich ungerührt, wie viel ich abzuheben gedenke. Nur einen Fuffi. Okay, gut, sagt der Bankomat und spuckt den Fuffi aus. So einfach ist das. Jemand betritt die Schalterhalle. Es ist ein finster aussehender Mann mit Loden, Mantel und Hut. Er wirft mir einen herablassenden, verächtlichen Seitenblick zu. Oder bilde ich mir das nur ein? Wie ein Dieb raffe ich den Fünfziger und die Karte an mich und renne in den Schreibwarenladen schräg gegenüber. Die Bastelsachen für Jenny kosten 27 Euro. Ich bestehe darauf, dass man mir vier Fünfer rausgibt. Fast habe ich das Gefühl, der finstere Kerl von vorhin steht hinter mir und beobachtet mich. Vielleicht ruft er ja bereits die Polizei und lässt mich wegen Diebstahls verhaften. Auf einmal fühle ich mich schrecklich unwohl. Ich renne wie ein Schulkind durch die dunklen Straßen ins Altersheim zurück, wobei ich über das frische Glatteis schlittere. Na endlich, murrt Großvater in seinem Rollstuhl. Ich dachte schon, du bist mit meiner Knete durchgebrannt. War das ein Scherz? Großvater hat einen ganzen Satz gesagt. Ich beuge mich zu ihm, damit ich in sein sonst so abweisendes Gesicht schauen kann. Und tatsächlich, es ist so etwas wie ein Lächeln darauf zu erkennen. Jetzt habe ich wieder kein Geld und zu allem Überfluss ist Felix diesmal telefonisch nicht zu erreichen. Da ruft Dieter wieder an. Ich begrüße ihn schon etwas weniger kühl. Ella, ich habe eine lukrative Sache für dich, sagt er mit nervöser Fröhlichkeit. Ich esse keine Würmer und ich fahre nicht in den Dschungel. Nein, das musst du auch nicht. Pass auf, das ist ein ganz seriöses Sendekonzept, versucht Dieter, mich milde zu stimmen. Ein Promi besucht eine ganz normale Familie. Dort muss er etwas machen, das jemand in dieser Familie besonders gut kann, der Promi aber nicht. Das muss er dann lernen und führt es nach einer Woche in einer Live-Show vor. Ich bin Sängerin, protestiere ich mit hochrotem Kopf. Hast du keine seriösen Engagements für mich? Geh mir nicht auf die Nerven, blökt Dieter mich an. Immerhin verdienst du damit richtig Kohle. Und was kann die normale Familie, was ich nicht kann? Da ich nur singen kann und sonst gar nichts, dürfte es nicht schwer sein, so eine Familie zu finden. Das weiß man vorher nicht. Also, machst du es oder machst du es nicht? Dieters Stimme klingt deutlich genervt. Ich trinke einen Schluck Champagner und hole Tiefluft. Okay, ich mach's ja, höre ich mich kleinlaut sagen. Vielen Dank, Dieter. Dann fliegst du morgen Nachmittag nach Hamburg. Mein Sekretariat ruft dich an, sagt Dieter und legt auf. Hamburg hat sicher nette Fleckchen. Alles rund um die Oper zum Beispiel. Diese tollen Geschäfte. Die Alster mit den feinen Restaurants. Das vier Jahreszeiten, in denen ich immer logiere. Naja, alles Schnee von gestern. Dieser gottverlassene kalte Acker direkt an einer Autobahnauffahrt hat nichts mit vergangenem Luxus zu tun. Ein dunkles Gehüft steht einsam auf einem Feld. Ein paar alte Lastwagen und ein verlassener Bagger zeichnen sich gespenstisch vor der Kulisse des Grauens ab. Mir ist kalt. Ich will nach Hause. Ein aufgeregt wirkendes Fernsehteam hat mich im VW-Bus hierher gebracht zu meiner Gastgeberfamilie, die schon ganz gespannt auf den Promi wartet. Ich weiß nicht, wem mehr Mitleid gebührt. Wir laufen über den gefrorenen Morast auf das abweisend wirkende Haus zu. Und Kamera läuft! Plötzlich fühle ich mich in grelles Scheinwerferlicht getaucht, während jemand für mich an der Haustür klingelt. Ich erstarre. Okay, wir sind jetzt samstags abends zur besten Sendezeit in fünf Millionen Wohnzimmern und ich, Ella Herbst, bin voll der Profi. Ich habe hier fröhlich geklingelt, weil es mir Spaß macht, fremde Familien mit meinem Besuch zu überraschen und etwas zu lernen, was die können und ich nicht. Ich höre eifrige Kinderschritte, dann wird die Tür aufgerissen und eine dralle Rothaarige mit einem etwas gewöhnungsbedürftigen Morgenmantel blinzelt hinter einer erwartungsvollen, ebenfalls rothaarigen Kinderschar ins Scheinwerferlicht. In der einen Hand hält sie eine Zigarette, in der anderen eine Dose Bier. Hallo, rufe ich so aufgeräumt wie möglich. Ich bin die Überraschung! Mami, wer ist die? Ich weiß nicht, Schatzilein, vielleicht ist die Frau von der Redaktion und will uns noch was Wichtiges sagen. Ich bin Ella Herbst, die Opernsängerin, flöte ich tapfer. Ihr geht wahrscheinlich nicht so oft in die Oper. Statt einer Antwort rennt der Kleine auf seinen Pantoffeln wieder weg. Irgend so eine alte Opernsängerin, blökt er enttäuscht ins Wohnzimmer. Dafür taucht der Familienvater, ein Lastwagenfahrer, auf. Er hat einen Bierbauch, über dem sich ein zu enges T-Shirt spannt, auf dem steht »Ich bin 40, na und?«, was mir kurzzeitig Trost verleiht. Eine Tätowierung am Oberarm und einen Ring im Ohr. Super. Hier bin ich genau richtig. Danke, Dieter. Nachdem sich die Enttäuschung auf beiden Seiten gelegt hat, werde ich immerhin ins Wohnzimmer gebeten. Wir wussten, es kommt eine berühmte Sängerin. Der Lastwagenfahrer, dem vorne ein Zahn fehlt, schaut mich fragend an. Wie war nochmal der Name? Er betrachtet mich ohne großes Interesse. Ella Herbst, erkläre ich. Ich denke daran, dass Felix ganz allein für unser Familienauskommen schuftet und dass ich mich gefälligst auch mal wieder bemühen sollte. Was muss ich denn jetzt tun? Frage ich so aufgeräumt, als wäre ich auf einem Kindergeburtstag. Bestimmt hat es was mit den Lastern da draußen zu tun, schießt es mir durch den Kopf. Die Fernsehtussi schaltet einen Laptop ein, den sie auf dem Fernfahrer-Wohnzimmertisch aufgebaut hat, und plötzlich spricht Jörg Pilawa zu mir. Er sitzt fein gekleidet in einem Fernsehstudio und wirkt so hanseatisch kühl wie ein steif gefrorenes Bettlaken. Hallo, liebe Ella, sagt er strahlend. Wir alle kennen dich als fantastische Opernsängerin. Aber kannst du auch Bagger fahren? Nein, sage ich schnell. Das habe ich nie behauptet. Die Kinder lachen. Genau das wirst du nämlich bei der Familie Nordhorn lernen, meint Jörg grinsend. Du hast genau eine Woche Zeit, um folgenden Parcours zu schaffen. Ich mache den Mund auf, um etwas zu sagen, aber dann bleibe ich einfach nur stumm. Man sieht einen Bagger vor riesigen Eisenstäben, die einen tückischen Slalom-Parcours bilden, den ein Normalsterblicher nicht mal mit einem Bleistift in der Hand nachfahren könnte. Und jetzt, liebe Ella, wünsche ich dir viel Spaß beim Üben, verabschiedet sich Jörg Pilawa vom Bildschirm. Ich sehe dich dann in meiner Sendung Promis unter Druck. Wie heißt die Sendung? Ich fahre zu dem Fernsehteam herum. Promis unter Druck? Ja, wussten Sie das denn nicht? Ich stehe einen Moment verdattert da und starre auf den Bildschirm, auf dem der Bagger zu sehen ist. Dann lasse ich die Schultern fallen und entspanne mich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde es erst gar nicht probieren. Die Familie starrt mich an. Wenn Sie das schaffen mit dem Bagger, kriegen wir jeder einen Herzenswunsch erfüllt, jammert die Rothaarige. Ein neuer Laster für meinen Mann, ein Friseursalon für mich, das ist mein Lebenstraum und die Kinder kommen in den Fußballverein und in den Reitclub. Sie schaut mich vorwurfsvoll an. Ich bin wie gelähmt vor Entsetzen. Ich meine, was für eine ungeheure Bürde laden diese Fernsehleute eigentlich auf meine Schultern? Unsicher schaue ich von einem zum anderen. Ich meine, ich bin selbst Mutter von einem Jungen, der solche Träume hat wie ihr. Sie macht es, sie macht es, sie macht es, hüpft der Kleine mit leuchtenden Augen auf und ab. Fünf Lebensträume, sagt die Redakteurin. Fünf Millionen Zuschauer. Das ist ja Erpressung. Tja, also ich könnte es ja wenigstens versuchen, höre ich mich sagen. Katharina hat die ganze Lagerhalle ausräumen lassen. Überall liegen Holzbretter herum, Schleifmaschinen, Lacke und Kunststoffe in riesigen Behältern. Ich habe zur Bedingung gemacht, dass ich zu Hause üben kann und nicht bei der Lastwagenfahrerfamilie wohnen muss. Nach langem Hin und Her hat man zögerlich eingewilligt. Mit Hilfe einiger Monteure vom Fernsehen wurde das 15 Meter lange und 7 Meter hohe Eisengestell samt Bagger in der Halle aufgebaut. Jetzt steht das komplizierte Ungetüm dort, wo früher Martins Skier entstanden und sieht einfach nur furchterregend aus. Ich sitze bei minus 15 Grad und Schneegestöber in dem Bagger und frage mich, ob das nicht alles ein entsetzlicher Albtraum ist. Ich trage Martins alten Skianzug, eine grobe Arbeiterweste und Feldstiefel mit dreilpaar dicken Socken. Wenn man diese wahnsinnige Frau so anschaut, geht es mir durch den Kopf, die da in einer leeren Lagerhalle täglich 14 Stunden Bagger fährt, kann man schon Mitleid mit ihr kriegen. Zumal schon zwei Champagnerflaschen in der Kälte zerborsten sind. Mit starrem Blick aufs Honorar übe ich das millimetergenaue Vorwärts- und Rückwärtsfahren, das präzise Drehen des Führerhäuschens, seitwärts Knirschen auf den Ketten, das Heben und Senken der drei verschiedenen Baggerarmgelenke, wobei die eine Hand immer das Gegenteil von der anderen tun muss, damit nicht der Greifarm nach oben schnellt und womöglich das Lagerhallendach abdeckt. Nach unzähligen Versuchen schaffe ich am vierten Tag immerhin den ersten Meter. Einen einzigen Meter. Mir läuft die Nase. Die Scheibe ist beschlagen. Ich haue wutentbrannt auf den Schalthebel, den ich seit Stunden wie eine Bekloppte umklammere, und da schnellt der Greifarm mit voller Wucht nach oben und reißt das riesige Eisengestell aus der Verankerung. Es scheppert und klirrt, als sich mehrere Eisenstäbe verbiegen und zwei Deckenlampen zerbersten. Es blitzt, dann peitscht ein Knall durch die Halle, und schließlich ist es stockdunkel. Ich bin wie gelähmt vor Schreck. Mit zitternden Knien schlängele ich mich im Finstern aus dem Führerhäuschen. Ich vergrabe das Gesicht in meinen schmuddeligen Handschuhen und werde von Schluchzern geschüttelt. Wie tief muss ich denn noch sinken? Eine klamme Kälte kriecht mir das Rückgrat hinauf, als sich die Lagerhallentür knarrend öffnet. Na, Süße, wie geht's voran? Katharina steht da, bewaffnet mit einer Taschenlampe und einem Topf heißer Suppe. Das gibt mir neue Kraft. Ich rappele mich auf. Ach, es ist beschissen! Wütend trete ich gegen die Kettenräder. Dieser bescheuerte Parcours, heule ich. Dieses riesige Eisengestell hätte mich erschlagen können, und das wäre auch besser gewesen. Ach, den biegen wir doch schon wieder hin. Wir halten hier alle zu dir, Ella. Das ganze Dorf ist auf deiner Seite. Sie zieht mich auf einen Stapel Bretter und stellt das Tablett auf meine Knie. Nicht heulen, Süße! Du schaffst das! Katharina legt lachend den Arm um meine Schultern und drückt mich ganz fest. Das ist doch nur ein Spiel! Ja, aber es geht um diese Leute, heule ich. Ich bin jetzt zuständig für ihren Lebenstraum. Du hättest die Augen von diesem Jungen sehen sollen. Ich kann sie nicht enttäuschen! Katharina lacht. Ich würde gern mit dir tauschen. Mit meinem Martin geht's zu Ende und du heulst, weil du Bagger fahren musst. Ich ziehe die Nase hoch und wische mir mit dem Lederhandschuh die blöden Tränen ab. Echt? Wie? Woher? Ich meine... Er hat sich verändert, sagt Katharina, und ihr Blick wird ganz weich. Er sagt, dass er mich liebt. Das hier war unser Lebenstraum. Wir wollten noch so viel erreichen. Das ganze Altersheim klatscht Beifall, als ich einen Tag vor Heiligabend strahlend von meiner Siegestour zurückkomme. Ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. In drei Minuten und 56 Sekunden bin ich durch den ganzen Parcours gekommen, ohne ein einziges Mal anzustoßen. Vor laufender Kamera. In einer Live-Sendung. Vor tausend Mann im Publikum. Die haben alle den Atem angehalten und nachher getrampelt vor Begeisterung. Und alle alten Leutchen haben es im Fernsehen gesehen. Meine Wangen glühen. Ich war seit Monaten, ja was sage ich, seit Jahren nicht mehr so stolz. Und die Hamburger Familie kann sich ihre Herzenswünsche erfüllen. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Das ganze Dorf hat mitgefiebert. Sie haben mich angefeuert, nicht aufzugeben und mir grüppchenweise Gesellschaft geleistet. Sie haben mir geholfen und mit dem Zentimetermaß dabei gestanden. Mit der Stoppuhr und mit guten Ratschlägen. Es ist ein so schönes Gefühl, angenommen zu werden. Freunde zu haben, die zu einem halten. Vielleicht, denke ich versonnen, musste das alles so sein. Damit ich die wirklichen Werte kennenlerne. Simone lässt schon den Champagnerkorken knallen, als sie mich strahlend durch den gebohnerten Flur kommen sieht. Wir fallen uns in der kleinen Teeküche um den Hals. Sie riecht wie immer nach Sagrotan und heimlich gerauchten Zigaretten. Unser Fernsehstar ist wieder da. Hurra, 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 dichtet Simone etwas schlicht. Und tanzt mit mir heiser lachend in der Teeküche herum. Und wie waren deine letzten Tage vor Weihnachten? Frage ich gespannt. Meine 13-jährige Tochter hat nachts mit ein paar Typen sämtliche Autos in der Nachbarschaft zerkratzt. Stößt sie zwischen zwei Rauchschwaden hervor. Aus Protest, weil ich über die Feiertage Doppelschichten angenommen habe. Sie hat was? Tja. Simone dreht sich zu mir um und versucht ein tapferes Lachen. Jetzt habe ich auch noch das Jugendamt am Hals. Sie wendet sich wieder dem offenen Fenster zu, wahrscheinlich um ihre aufsteigenden Tränen zu verbergen, und bläst den Rauch in die Dunkelheit. Die Lackierkosten für die Autos kann ich jetzt über Jahre hinweg abstottern. Und Geschenke gibt's auch nicht. Meine Hand gleitet in das Innenfach meiner Handtasche und macht sich an der Brieftasche zu schaffen. Einer plötzlichen Eingebung folgend nehme ich das ganze Geld für den Baggerauftritt, das ich mir vorsichtshalber in Bar habe, auszahlen lassen, und stecke es wortlos in Simones Kitteltasche. Hat mein Großvater... Ich meine... Ich verstumme und beiße mir auf die Lippen. Dein Großvater hat dich schon sehr vermisst, meint Simone, während sie einen Rauchschwall in die Kälte bläst. Er hat jetzt eine ganze Woche keinen Ton gesagt. Die Notfallglocke geht und Simone eilt, die Zigarette hastig unter dem Wasserhahn löschend, mit wehendem Kittel davon. Das mit dem Geld in ihrer Kitteltasche hat sie noch nicht einmal gemerkt. Aber hallo, begrüßt mich Großvater, der im Stockdunkeln sitzt. Wow, denke ich. Was für ein Temperamentsausbruch. Hallo, Großvater, begrüße ich ihn und drehe ihn mit dem Rollstuhl zu mir um. Wie immer hat er an die Wand gestarrt. Tut mir leid, Großvater, dass ich mich so lange nicht um dich gekümmert habe. Schon gut. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich starre ihn mit offenem Mund an. Er hat einen ganzen Satz gesagt. Er hat eine Gefühlsregung gezeigt. Ich habe dich vermisst, purzelt es aus meinem Mund, und ich beuge mich zu ihm hinunter und umarme ihn. Seine schwerlichen weißen Haare kitzeln mich an der Nase. Ich dich auch, kommt es erstickt aus meiner Umarmung. Ich kann es nicht fassen. Er sagt so liebe Dinge. Ich lasse mich auf den wackeligen Stuhl sinken und massiere dem Großvater die Füße. Da auf dem Nachttisch liegt ein Brief, gibt er schließlich müde von sich. Soll ich ihn dir vorlesen? Sparkasse Erkenschwick steht auf dem Umschlag. Augenblicklich krallt sich die kalte Hand der Panik um mein Herz. Mit zitternden Fingern reiße ich den verdammten grauen Umschlag auf. Scheiße, da steht's. 50 Euro. Abgehoben am 13. Dezember um 17.53 Uhr an der Sophienhöhe Dorfsparkasse. Einer plötzlichen Eingebung folgend blicke ich auf die Uhr. Äh, Großvater, tut mir leid, aber jetzt muss ich leider zur Chorprobe. Simone und Katharina haben mir den Kirchenchor so schmackhaft gemacht, dass ich... Reich mir mal die Brille. Zitternd schleiche ich zurück zum Tisch, packe ihm die Brille aus, poliere sie ziemlich umständlich und helfe ihm dann, sie aufzusetzen. Okay, keine Panik, es ist doch nur ein Kontoauszug. Er studiert ihn wie früher meine Lateinarbeit. 20 Euro, hatte ich gesagt. Wieso steht hier 50? Er blickt forschend in mein Gesicht, so als suche er dort irgendwelche Hinweise. Schweigen. Das war mein Stichwort. Jetzt muss ich ihm die Wahrheit sagen. Äh, ich habe... Ich räuspere mich und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich brauchte damals dringend für Jenny... Ach, was rege ich mich denn auf? Er ist Jennys Urgroßvater. Er wird doch mal für 30 Euro Bastelzeug spendieren können. Du hast mich bestohlen? Großvaters Gesicht ist undurchdringlich. Aber nein, ich hatte... Äh, meine Bankomatkarte war gerade nicht verfügbar. Äh, ich meine geladen. Noch nie habe ich etwas so vermurkst wie dieses Geständnis. Ich stammle und stottere. Du hast deinen eigenen Großvater bestohlen? Großvaters Augen haben sich zu engen Schlitzen verengt. Großvater, ich habe mir was geliehen. Ich gebe es dir wieder. Mit zitternden Fingern krame ich in meiner Handtasche herum. Warum habe ich nur die ganze Knete von der Baggershow Simone in die Kitteltasche gesteckt? Bin ich eigentlich bescheuert? Ich war knapp bei Kasse und Jenny brauchte Bastelsachen, sage ich tonlos. Und dir habe ich meine Geheimnummer anvertraut? Und du hast jederzeit Zugang zu meiner Bankomatkarte, krächzt er aufgebracht. Ich bin hier also nicht mehr sicher. Oh Gott, so viel hat er in den ganzen vier Monaten noch nicht gesagt. Mit schweißnassen Fingern blättere ich drei Zehner in die Schublade und zeige ihm die Bankomatkarte, damit er weiß, wo das Geld liegt. Hier, ich lege dir die 30 Euro in die Schublade, neben deine Kreditkarte. Fass meine Bankomatkarte nicht an! Er deutet mit seiner knorrigen Hand auf mich und durchbohrt mich mit stechendem Blick. Sein Kind zittert vor Empörung. Im Zeitlupentempo ziehe ich die Hand heraus. Ich fürchte mich nicht vor seinem Zorn. Ich fühle mich nur gedemütigt. Von jetzt an wird jemand anders die Schublade abschließen, sagt Großvater Matt. Ich werde Simone den Schlüssel anvertrauen. Damit ist das Gespräch für ihn beendet. Er dreht mir den Rücken zu und starrt an die Wand. Ich wünsche dir einen schönen Geburtstag, höre ich mich fauchen. Und frohe Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe. Dann reiße ich meinen Mantel vom Haken und knalle die Tür hinter mir zu, so laut ich nur kann. Und das hast du alles selbst gebacken? Voll ehrlicher Bewunderung drehe und wende ich ein paar Kekse, die bei Jürgen und Hannemarie auf dem Tisch stehen und rieche interessiert daran. Es ist Heiligabend und wie immer haben wir tapfer beschlossen, ihn mit der gesamten Patchwork-Familie zu verbringen. Und zwar im Bungalow in Bad Reichenhall. Erstens, weil ich nicht kochen kann. Zweitens, weil Hannemarie kochen kann. Und drittens, weil sich Hannemarie weigert, zu uns zu kommen. Sie will den Heimvorteil. Mamski, zischt Jenny, wenn du die Kekse nicht essen willst, darfst du sie auch nicht anfassen. Oh, Entschuldigung. Ich lege die Krümelmonster vorsichtig wieder in die Silberschale. Nachher probiere ich sie ganz bestimmt, aber im Moment bin ich total satt. Die Mama ist magersüchtig, erklärt Jenny ihrem Vater und verdreht dabei die Augen. Seit sie mit ihrem Opa Krach hat, isst sie überhaupt nichts mehr. Wieso hast du denn mit deinem Großvater Krach? Ich möchte nicht darüber reden. Wir haben uns in Schale geschmissen. Felix sieht fantastisch aus, in seinem perfekt sitzenden Anzug mit der goldenen Weihnachtskrawatte. Ich habe das kleine Schwarze an, das Felix mir unlängst aus Buenos Aires mitbrachte. Darin friere ich zwar jämmerlich, aber es macht eine gute Figur. Auch Jürgen und Hannemarie stecken in weihnachtlicher Kluft. Jürgen im von Hannemarie selbst gestrickten dunkelblauen Pullover, auf dem ein riesiger Elch prangt. Also stricken kann sie, die Hannemarie. Alle bemühen sich hier um Festtagsstimmung und überhaupt. Nur ich komme leider nicht in Stimmung. Erde an Mamski, hallo? Robby wedelt vor meinen Augen herum. Süßer, gibt's hier irgendwo Alkohol? Flüstere ich, wobei ich erröte. Papa und Hannemarie trinken nur Malzbier, aber guck mal aus dem Fenster. Robby weist grinsend mit dem Daumen nach hinten. Tatsächlich. Mein Felix hat sich bereits am Kofferraum unseres Porsche zu schaffen gemacht und schleppt gerade eine Kiste eisgekühlten Röderer Kristall in den Bungalow. Halleluja, Amen. Heute ist Weihnachten. Das Fest der Nächstenliebe und Harmonie. Die Sache ist die. Ich fühle mich in meiner eigenen Familie, in meinem eigenen früheren Haus, total fehl am Platze. Obwohl doch alle so nett zu mir sind. Trotzdem. Ich bin zu einem Zaungast geworden. Wo bin ich eigentlich überhaupt noch zu was Nütze? Während wir alle feierlich ins Wohnzimmer strömen, stimmt Jürgen mit kläglicher Fistelstimme Ihr Kinderlein kommet an. Robby und Jenny verdrehen genervt die Augen, aber Felix stimmt sofort ein. Na, wenn das nicht mein Stichwort ist! Endlich kann ich mich nützlich machen! Ich eile zum Klavier, stelle mein Champagnerglas darauf ab, wische mit dem Ellbogen den ganzen Krimskrams vom geschlossenen Deckel, klappe ihn auf und dresche enthusiastisch in die Tasten. Mann, endlich kann ich auch mal was zum gelungenen Weihnachtsfest beitragen! Von plötzlicher Gefühlsaufwallung überwältigt gerät meine Stimme arg ins Wanken. Hoch oben schwebt jubelnd. Ich gehe gleich in die improvisierte Oberstimme, dass die Scheiben wackeln. Na nu, warum singt denn keiner mehr mit? Im Spiegel sehe ich Jennys Gesicht. Ihre Augen sind mit großer Sorge auf mich gerichtet. Erschrocken drehe ich mich auf meinem Klavierhocker zu den anderen herum. Warum singt ihr denn nicht mit? Mama, es ist gut, okay? Robby drückt mir mein Champagnerglas in die Hand. Bitte, wenn du trinkst, kannst du nicht singen. Ich kann euch auch gerne eine Arie aus dem Weihnachtsoratorium. Nein, danke, sagt Hannemarie. Kommt doch mit zum Tannenbaum. Okay, das hier ist ihr Hoheitsgebiet. Jürgen bedenkt mich mit einem feinen, kleinen Lächeln, das ich nicht zu deuten weiß. Ich kämpfe mit den Tränen. Da spüre ich Felix Hand um meine Hüfte und seine Lippen formen die Worte Ich ringe mir ein Lächeln ab und geselle mich zu den anderen. Die Geschenkübergabe ist bereits in vollem Gange. Hannemarie bedenkt mich mit einem knappen Blick und zieht ein Päckchen aus dem Geschenkeberg. Frohe Weihnachten, Ella. Ich stehe auf und umarme sie stürmisch. Danke, Hannemarie, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, sagt sie, da hast du recht. Was soll das denn nun wieder? Ich komme mir total bescheuert vor. Ich packe einen großen, schwarzen, selbstgestrickten Poncho aus und ein paar gelbe Filzpantoffeln mit Entenschnäbeln drauf. Auf dem rechten Puschen steht in selbstgestickten Buchstaben Ella und auf dem linken Herbst. Ich bin gerührt. Gerührt und geschüttelt. Was hat sich diese Frau wegen mir für Arbeit gemacht? Irgendwie mag sie mich doch. Und ich sie auch. Wir sind halt nur sehr verschieden. Und den Poncho, den werde ich bei meiner nächsten Trauerfeier tragen. Oder, was noch viel besser ist, bei meinem nächsten Live-Auftritt. Was wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommt. Was aber das Tollste an Weihnachten war? Felix hat mir eine Silvesterreise nach New York geschenkt. Ist das nicht der Hammer? Am Tag vor Silvester saßen wir im Flieger in der Business Class und bevor wir überhaupt in der Luft waren, servierte man uns schon Champagner. Ich fühlte mich unbeschwert und jung. Felix sah wie immer wunderbar aus und zur Feier des Jahreswechsels trug er einen sehr männlichen Dreitagebart. Wohlig lehnte ich mich an seine breite Schulter, während wir in Richtung New York schwebten. Und jetzt sind wir hier. Felix ist noch unterwegs, um Karten für den Silvesterball im Hotel zu ergattern. Und ich stehe am Fenster und schaue auf die kahlen Äste des Central Parks. Was für ein merkwürdiges Jahr, denke ich, während ich mir ein Glas Champagner gönne. Mit meiner Karriere ist es zwar steil bergab gegangen, aber Felix' Geschäfte laufen wieder super. Alle Konten sind ausgeglichen und wir können den Jahresabschluss entspannt und sorglos genießen. Gerade höre ich seine liebe Stimme auf dem Hotelflur. Er redet ziemlich aufgeregt. Und ich zaubere ein liebevolles Lächeln auf mein Gesicht, als Felix mit dem Handy am Ohr hereinkommt. Natürlich weiß ich, was das für mich bedeutet. Verdammt nochmal! Hopp oder Topp! Ja, ich weiß, dass das kein Kinderspiel mehr ist. Ja, ich bringe sie mit. Natürlich in bar. Nein, die singt sowieso nicht mehr. Er verstummt, als er bemerkt, dass ich das Telefonat mitbekomme. Alles in Ordnung. Er wirft mir lächelnd eine Kusshand zu. Wir haben natürlich die besten Plätze auf dem Ball. Und dann mit einem liebevoll besorgten Blick auf mich. Ja, meine Frau braucht einen Friseurtermin. Er schaltet das Handy ab, wirft es aufs Bett und kommt auf mich zu. Prinzessin, strahlt er. Du wirst heute Abend die Schönste sein. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Tatsächlich bin ich in letzter Zeit ziemlich dünn geworden. Und die Abendkleider, die ich im Gepäck habe, schlackern mir um die Hüften. Erst jetzt sehe ich, dass Felix eine große, edel aussehende Tüte dabei hat. Sachs Fifth Avenue steht darauf. Probier das mal. Er schüttelt einen Traum von schwarzer Seide mit goldenen Spitzenborten aufs Bett. Ich schlage mir die Hand vor den Mund. Felix, das ist doch viel zu teuer. Ich schlüpfe hinein und er hilft mir mit dem Reißverschluss. Ich halte die Luft an, als ich mich im Spiegel sehe. Das ist... Ich bin wieder... Wenn ich mir jetzt noch die Haare hochstecken lasse... Ella Herbst, nickt Felix zufrieden. So muss meine Frau aussehen. Oh Gott, ich will gar nicht daran denken, wie viel dieses Kleid gekostet haben muss. Können wir uns das denn leisten? Entfährt es mir und ich ärgere mich, dass ich schon genauso spießig bin wie Jürgen und Hannemarie. Meine liebste Prinzessin! Felix schenkt zwei frische Gläser Champagner ein und reicht mir eines, das so kalt ist, dass es sofort beschlägt. Das war kein leichtes Ja für dich. Mit diesem Kleid will ich dir beweisen, dass bei mir wieder alles in Ordnung ist und dass ich dich liebe und vergöttere. Du bist und bleibst meine wundervolle Frau, die ein Herz aus Gold hat. Dabei küsst er mich, wobei sein Drei-Tage-Bart sanft meine Wange kratzt. Mir schießen die Tränen in die Augen, als mir sein vertrauter Duft in die Nase steigt. Ja, ich liebe ihn, wie ich ihn vom ersten Moment an geliebt habe und es tut mir leid, dass ich je an ihm gezweifelt habe. Ich nehme ihm das Glas aus der Hand und streiche ihm sanft über die Locken im Nacken. Erst jetzt fällt mir auf, wie gestresst er aussieht. Unter seiner Bräune ist er blass und angespannt und er hat Ringe unter den Augen. Felix, was ist los mit dir? Er geht zum Fenster und richtet den Blick starr auf die erleuchtete Skyline von Manhattan. Ich beiße mir nervös auf die Unterlippe. Ich wollte es dir schon längst sagen, Prinzessin, dass unser Trip nach New York nicht rein privater Natur ist. Er strafft sich und trinkt einen Schluck von seinem Champagner. Es geht um einen ziemlich großen Deal, der hier in New York stattfinden wird. Könntest du nicht jemand anderen zu diesem Deal schicken, frage ich vorsichtig. Ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen um ihn. Wir brauchen wohl beide mal eine Auszeit. In diesem Stadium kann ich unmöglich jemand anderen ins Spiel bringen. Ich habe es bis jetzt allein geschafft und ich werde das allein durchziehen. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass die so verdammt sauer werden. Verwirrt greife ich Felix am Arm. Wer ist sauer? Er verstummt, wendet sich von mir ab und trinkt sein Glas aus. Bedroht dich die Mafia, versuche ich zu scherzen? Er atmet scharf aus. Seine Stimme bebt ein wenig, als er antwortet. Ich muss sie bloß beruhigen. Die haben sich dein was verbissen. Ich werde ihnen die Kohle schon wieder, ich meine, ich werde sie in die richtigen Aktien investieren. Seine Hand umklammert das Glas so heftig, dass ich fürchte, es könnte zerspringen. So unter Strom habe ich Felix noch nie erlebt. So Prinzessin, jetzt haben wir aber lange genug gehadert und gezweifelt. Das passt doch gar nicht zu uns. Er gibt mir einen freundschaftlichen Klaps auf den Po. Lass dir vom Friseur die geilste Hochsteckfrisur machen und um acht hole ich dich zum Silvesterball ab. Ich meine, wenn man schon mal mit seinem geliebten Ehemann in New York ist, muss man das doch auch genießen, oder? Besonders nachdem wir dieses äußerst gemischte Jahr hinter uns gebracht haben. Aber heute ist Silvester und wir schließen damit ab. Morgen wird Felix auf die richtigen Aktien setzen und dann wird bei uns zu Hause wieder getanzt, gekocht, gegessen und gelacht. Und so sitzen wir im Ballsaal des Waldorf Astoria an einem großen, runden Tisch, der bombastisch geschmückt ist, trinken Champagner und plaudern mit festlich gekleideten Amerikanern, die offensichtlich alle in Geld schwimmen. Felix sucht einen wundervollen Wein aus und ein livrierter Kellner legt Kaviar in silbernen Kelchen vor. Ich ernte Komplimente für mein Kleid und strahle glücklich. Ja, das hat mein Husband mir heute noch geschenkt. You are such a gorgeous, good-looking couple, höre ich von allen Seiten und möchte vor Glück und Seligkeit zerspringen. Wir legen die Hände ineinander und ich betrachte unsere goldenen Eheringe, die im Schein der Lichter aufblitzen. Eine stark geliftete Dame um die sechzig, die gerade ihren Kaviar vom Perlmuttlöffel auf ihren Cracker schiebt, seufzt ergeben, dass sie sich auch so einen Husband wünsche und ob es solche Exemplare nur in Europa gebe. Wir lachen und prosten uns zu und dann tanzt Felix mit mir Walzer, dass die vielen Dutzend Kronleuchter im Saal zu verschwimmen beginnen. Du wirst morgen deinen Deal perfekt meistern, strahle ich Felix glücklich an. Hier in New York ist es doppelt schwierig, teilt mir Felix vertrauensselig mit. Diese Stadt ist so gnadenlos. Kein noch so kleiner Fehler darf einem da unterlaufen. Das ist wie an einem steilen Abhang entlang Ski zu fahren. Aber du bist ein perfekter Skifahrer, sage ich verwundert. Ein falscher Schritt, ein Millimeter in die verkehrte Richtung und du liegst auf der Schnauze. Du wirst gewinnen, Felix! Sag mir nur, wovon es abhängt. Sag du mir, dass du mir hundertprozentig vertraust, Prinzessin, fordert Felix, und seine Lippen sind plötzlich ganz fest auf meinen. Und dann tanzen, schweben, nein, fliegen wir im Dreivierteltakt ins neue Jahr hinein. Als Jürgen die Kinder nach den Weihnachtsferien wiederbringt, sieht er richtig mitgenommen aus. Hast du Zeit, fragt er, während er sich suchend in der Halle umsieht. Für dich immer, sage ich jovial und nehme ihm seine scheußliche Jacke ab. Drunter trägt er ein kurzärmliges, rot-weiß kariertes Hemd. Das nackte Grauen. Bist du allein? Felix ist in Dubai. Sein letzter Deal in New York war, wie erwartet, ein Mega-Erfolg. Und er ist mit dem verdienten Geld sofort in den Nahen Osten geflogen, um das Eisen zu schmieden, solange es noch heiß ist, wie er mir erklärte. Und weil nur dort noch Investoren dieses Kalibers zu finden sind. Ölscheichs vermutlich. So. Jürgen kratzt sich am Ellbogen, eine Geste der Nervosität, die ich gut an ihm kenne. Und was macht er da? Mein Gott, Jürgen, das geht dich doch überhaupt nichts an. Ich mache mir nur Sorgen um die Mutter meiner Kinder. Nicht doch, entfernt es mir eine Spur zu spöttisch. Ich nötige ihn in die Küche, wo ich gerade versuche, Kartoffeln zu schälen. Ich komme gerade von deinem Großvater. Dass Jürgen hinter meinem Rücken Großvater besucht hat, wurmt mich natürlich. Ich habe den hässlichen Verdacht, dass er das tut, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Er weiß nämlich genau, was vorgefallen ist. Wie geht es ihm, frage ich so teilnahmslos wie möglich. Immerhin hat er Weihnachten und seinen 88. Geburtstag ohne mich verbracht. In Wirklichkeit leide ich wie ein Hund und komme mir wahnsinnig schäbig vor. Es geht ihm fürchterlich. Ella, streck doch die Hand zum Frieden aus. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich Jürgen heulend um den Hals fallen und ihm gestehen, wie verletzt ich bin. Aber mein Stolz verbietet es mir. Jürgen, rege ich mich künstlich auf. Ich möchte nicht darüber reden, warum zwischen mir und meinem Großvater Funkstille herrscht. Das ist Angelegenheit zwischen ihm und mir. Es geht eigentlich nicht um deinen Großvater. Jürgen taxiert mich über seine Brille hinweg wie ein gefährliches Tier. Nein, also doch um Hannemarie. Ich möchte mit dir über deine Finanzen reden, unterbricht mich Jürgen mit plötzlicher Entschlossenheit. Oh. Ich suche am Kühlschrank halt, indem ich eine Flasche Champagner wähne. Jetzt möchte der Herr Steuerberater aber lästig werden. Ich konnte es schon früher nicht ertragen, wenn er dieses strenge Gesicht aufsetzt und mir endlose Predigten über Steuervorteile und Geldanlagen hält. Also mach hinne. Ich stemme die Arme in die Hüften und ziehe die Nase hoch. Ich muss für die Kinder kochen. Du hast damals den größten Teil in Bonus-Zertifikate investiert, dazu in Wertpapierfonds und Delta-Aktien. Ich zucke mit den Schultern. Kann schon sein. Soweit ich mich erinnere, hast du mir ein paar Formulare hingeschoben und da, wo das Kreuzchen war, musste ich unterschreiben. Jürgens Augen werden zu schlitzen. Das ganze Konzept hätte nur funktioniert, wenn die Investitionen langfristig bedient worden wären. Ich verstehe genauso viel, als würde er rückwärts sprechen. Etwas beunruhigt nehme ich aber zur Kenntnis, dass er dauernd den Konjunktiv benutzt. Hätte, könnte, wäre. Ist sein glorreicher Plan etwa nicht aufgegangen? Ich gebe dir jetzt diesen ganzen Stapel Papiere wieder. Er wuchtet mehrere Packen eng beschriebenes Papier auf meine Küchenanrichte. Ich habe dich nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Entscheiden musst du selbst. Ist ja gut, Jürgen, so reg dich doch nicht künstlich auf, versuche ich, die Wogen zu glätten. Ich mache dir doch gar keinen Vorwurf. Mit spitzen Fingern nehme ich den ganzen Papierkram und werfe ihn achtlos auf die Küchenbank. Du solltest die Sache ernst nehmen und retten, was noch zu retten ist. Jürgen greift nach einem herumliegenden Küchentuch, das er auf seinen Ellbogen presst. Frag doch mal einen Fachmann. Es gibt Leute, die sind auf diese Themen spezialisiert. Da bin ich wirklich überfordert. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich bin Steuerberater und die Anlageberatung überlasse ich geschulten Kollegen. Nicht, dass ich da noch mit reingezogen werde. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Was willst du eigentlich, brause ich auf? Ich will nur, dass du dein Leben in Ordnung bringst, sagt Jürgen. Na, endlich hat er es geschnallt. Weder in die Sache mit Großvater noch in unsere Papiere soll er seine Nase stecken. Ganz meiner Meinung setze ich nach. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Papi, willst du schon gehen? Jenny stürmt die Treppe hinunter und wirft sich in Jürgens Arme. Bitte nicht, du wirst mir so fehlen, heult sie theatralisch in sein rot-weiß kariertes Hemd. Mann, das Talent für bühnenreife Auftritte hat sie von mir. Wir begleiten Jürgen ans Gartentor. Draußen steht sein Auto. Du solltest einmal über das Thema Schadensbegrenzung nachdenken, mahnt Jürgen, bevor er inbrünstig die Kinder küsst. Jetzt ist es aber gut. Außerdem, ich bin schließlich nicht alleine daran schuld. Jetzt machst du mir also doch Vorwürfe. Nein, mache ich nicht. Aber mach du mir auch keine. Mami, Papa, ihr habt versprochen, euch nie zu streiten. Tun wir ja auch nicht. Wir machen nur Spaß, rufe ich fröhlich. Jürgen wirft sich aufgebracht in sein Auto und rammt den Schlüssel in den Anlasser. Der Motor heult auf und Jürgen lässt das Seitenfenster noch einmal herunterfahren. Such dir jemanden vom Fach, schreit Jürgen. Und halt deinen Felix da raus. Der versteht nichts davon. Bevor ich noch antworten kann, dass ich Felix natürlich da raus halte, weil der echt Wichtigeres zu tun hat, als sich meinen Beziehungsquatsch reinzuziehen, schaut sich Jürgen ruckartig um, haut den Rückwärtsgang rein und braust davon. Als ich die Rechnung für Jennys Zahnspange, um die sich Jürgen in den Weihnachtsferien gekümmert hat, bei meiner privaten Zusatzversicherung einreiche, kommt ein bedauerndes Schreiben zurück. Ich sei ja leider nicht mehr privat versichert und die Zusatzversicherung für mich und die Kinder sei auch storniert worden. Ich starre auf das Schreiben. Immerhin handelt es sich um über 3000 Euro. Und die habe ich vermutlich zur Zeit nicht wirklich, ähm, griffbereit. Mein Herz rast. Das kann nicht sein, murmele ich. Ich war doch mein ganzes Leben lang privat versichert und die Kinder waren es auch. Ich bin sowas von versichert. Sieben Lebensversicherungen und dazu alle Kranken-, Unfall-, Arbeitsunfähigkeits- und so weiter-Versicherungen, die man überhaupt abschließen kann. Um Rechnungen und automatische Abbuchungen hat sich in den letzten Jahren immer Felix gekümmert. Er weiß immer Rat. Zum Glück ist er seit einigen Tagen aus Dubai zurück. Er war diesmal nicht ganz so erfolgreich wie sonst, aber das tut seiner guten Laune keinen Abbruch. Er schaufelt pfeifend in der Einfahrt Schnee. Prinzessin, freut er sich und breitet die Arme aus. Die Sonne geht auf. Ist er nicht süß? Es gibt wirklich keinen Moment, wo wir uns nicht freuen, uns zu sehen. Dann müssen wir uns sofort umarmen. Felix streicht mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und lächelt mich an. Du siehst wunderschön aus. Ich halte ihm ganz unromantisch den Wisch von der Versicherung unter die Nase. Felix wirft einen Blick darauf und ruft entschieden aus. So ein Quatsch! Da rufe ich sofort an! Diese Trottel haben da wohl was verwechselt! Augenblicklich lässt er die Schneeschaufel fallen und umarmt und küsst mich und stapft entschlossen ins Haus. Denen mache ich aber Feuer unter dem Arsch! Ich atme erleichtert auf. Sofort fällt der schwere Stein von mir ab und ich fühle mich wieder leicht und sorglos. Mein Felix! Der Fels in der Brandung! Er hat alles im Griff! Auf den Schreck brauche ich erstmal ein Glas Champagner. Der Champagner stimmt mich milde und ein ganz warmes Gefühl macht sich in mir breit. Felix zaubert schon wieder pfeifend in der Küche irgendwelche duftenden Köstlichkeiten, nachdem er mir versichert hat, dass sich das bei der Versicherung nur um ein Versehen gehandelt habe. Diese dummen Trottel, wie er sich lachend ausdrückt, haben einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass die letzten Beiträge von dem Schweizer Konto eingegangen sind, statt, wie bisher, von dem Sophienhöher Konto. Die Sache ist erledigt. Ach, ich habe so wunderbare Menschen um mich herum. Von dieser Liebe und Fürsorge kann ich doch wirklich etwas abgeben. Warum also gehe ich jetzt nicht zu meinem Großvater und begrabe das Kriegsbeil? Meine innere Stimme spricht milde mahnend. Denk dran, Ella. Er ist ein armer, alter, verbitterter Mann. Nun reich ihm schon die Hand und mach den ersten Schritt. Ich stelle das Glas ab, küsse meinen Felix zum Abschied und springe in unseren Porsche. Der ist vollgetankt und frisch geputzt. Der Himmel ist blau und die Tannen in unserem Garten sind schneebeladen. Wie wunderschön wir es jedoch haben. Felix in seiner coolen Küchenschürze rennt mir noch nach und reicht mir einen Henkelmann mit Gulasch und Knödeln und eine Flasche Rotwein. Jetzt freue ich mich schon richtig auf Großvater, auf Simone und natürlich auf Katharina und Martin. Mensch, die habe ich alle seit Wochen nicht gesehen. Nachher werden wir alle wieder gemütlich vereint auf dem Badewannenrand sitzen, plaudern und Champagner trinken. Ich komme mir vor wie Rotkäppchen, als ich mit meinem duftenden Tablett über den Flur laufe und, na gut, ein bisschen Herzklopfen habe ich schon, als ich an Großvaters Tür poche. Herein! Er sitzt wie immer mit dem Gesicht zur Wand. Großvater, sage ich, und setze zitternd das Tablett ab. Ich bin wieder da. Ein unmerklicher Ruck geht durch ihn. Er versucht sogar, den Kopf zu drehen. Ella, kommt es heiser, und dann kniee ich vor ihm und drehe den Rollstuhl ganz vorsichtig zu mir um. Sein Gesicht ist bleich und wechseln. Er wirkt eingefallener denn je. Es tut mir leid, Großvater, murmele ich zerknirscht und lasse meinen Kopf an seine Brust sinken. Ganz sacht nähert sich seine zitternde Hand und tätschelt mir unsicher über den Kopf. Da muss ich auch schon weinen. Ich nehme die Hand. Sie ist so mager und kalt, dass mir ganz anders wird. Man stelle sich vor, er wäre inzwischen. Ich streiche ihm vorsichtig über die unrasierte Wange, und er schließt die Augen. Er hat seine Zähne nicht drin. Wahrscheinlich hatte Simone keine Zeit, sie zu putzen, oder er hatte einfach keine Lust mehr, etwas zu essen. Ich komme mir unsäglich mies vor. Wir sagen lange nichts, während das Essen, das ich auf seinem Bett abgestellt habe, verführerisch duftet. Was hast du mir denn da Gutes mitgebracht? nuschelt er schließlich. Ein Versöhnungsessen? Ich stehe auf. Mein Bein ist eingeschlafen und kribbelt genauso wie die Tränen in meinen Augen. Ich stammle. Ich gehe erst mal schnell ins Bad. Dort versuche ich hastig meine verquollenen Augen zu kühlen, wasche mir die Hände und nehme dann, so routiniert wie immer, das Gebiss aus dem Cookie-Dent-Becher. Der steht heute nicht da, wo er sonst immer steht, und ich denke, dass es wirklich Zeit wird, dass ich hier mal wieder Ordnung schaffe. So, Großvater, bevor das Essen ganz kalt wird. Er öffnet gehorsam den Mund, aber das Gebiss will diesmal gar nicht halten. Die Zähne fallen ihm immer wieder raus. Na, sage ich, entschuldige, ich bin aber auch ungeschickt. Er schließt die Augen. Ja. Dann öffnet er gehorsam wieder den Mund. Plötzlich fällt mir siedend heiß ein, dass mein Großvater in den letzten drei Wochen so viel schmaler geworden ist. Vielleicht ist ihm der Kiefer geschrumpft. Ich bin eine Rabenenkeltochter. Ich habe ihn bei lebendigem Leibe verhungern lassen. Es klopft. Oh, Simone, endlich, du bist meine Rettung. Ich schaue hoch, wobei ich immer noch neben Großvater knie, das Gebiss in der Hand. Vor mir steht ein riesiger Finsterling, den ich nicht kenne. Er ist groß, hat buschige, schwarze Augenbrauen und irgendwas mit Loden an. Böse blickt er auf mich herab. Was machen Sie denn da? Er hat einen irre tiefen Bass. Früher hätte ich vergnügt angemerkt, Sie sollten mal für den Sarastro vorsingen. Aber heute habe ich für solcherlei Geplänkel keinen Sinn. Ich setze meinem Großvater die Zähne ein. Darf ich fragen, was Sie hier wollen? Zu meiner grenzenlosen Überraschung streckt er die Hand aus. Die Zähne, die gehören meiner Mutter. Sein Blick ist mit dem Ausdruck absoluten Missfallens auf meine zusammengesunkene Wenigkeit gerichtet. Ich erhebe mich, um nicht weiter aus der Froschperspektive zu diesem Riesenkerl hochschauen zu müssen. Sie müssen schon entschuldigen, sage ich, während ich versuche, ruhig zu werden. Der Mann verströmt eine furchteinflößende Kälte, die nichts mit der bisherigen Gemütlichkeit des Altersheims gemein hat. Das ist unser Zimmer und das sind unsere Zähne. Und jetzt machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Ich versuche, eine entschlossene Miene zu machen. Doch der Mann streckt ohne den Anflug eines Lächelns die Hand aus. Da ertönt eine zittrige Altweiberstimme aus dem Bad. Matthias? Wer, wer war das? Meine Mutter, dröhnt der Buschige. Junge, hast du die Zähne oder nicht? fragt das zittrige Stimmchen. Da sind neue Leute eingeschogen, nuschelt mein Großvater genervt. Wie, was, was heißt das, neue Leute? Wie, wieso? Die Panik drückt noch fester zu. Das würde ja bedeuten, Martin? Dr. Zauner, sagt der Riesige mit der tiefen Stimme. Matthias Zauner, wir kennen uns, Frau Herbst. Das glaube ich kaum. Wir sind uns neulich in der Schalterhalle der Sparkasse begegnet. Ach du Scheiße, der! Der beobachtet hat, dass kein Geld rauskam und ich dann mit Großvaters Karte. Mir schießt das Blut in den Kopf. Vor lauter Peinlichkeit möchte ich im Boden versinken. Ich starre zwischen Großvater und diesem Zauner hin und her. Matthias, ich hab Hunger! schreit das alte Weiberl von nebenan ungeduldig. Plötzlich wird mir siedend heiß und dann eiskalt. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Martin... Mein Großvater senkt den Kopf und starrt auf seinen Schoß. Der Martin ist gestorben. Die Lagerhalle ist verwaist, als ich zu meinem Kondolenzbesuch komme. Katharina sitzt mit Simone am Küchentisch und beschriftet Briefumschläge mit schwarzem Rand. Beide haben rot verweinte Augen. Katharina! Ich sinke heute schon zum zweiten Mal an jemandes Brust und heule sofort los. Warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich hätte dir doch beigestanden. Du warst ja wochenlang weg. Oh Gott, ich bin so ein egozentrischer, unsozialer Mensch. Er wollte zu Hause sterben. Simone beobachtet mich besorgt. Da haben wir ihn hergebracht. Er ist in meinen Armen gestorben, sagt Katharina, und ihr Gesicht hat ein inneres Leuchten, wie ich es noch nie an ihr gesehen habe. Das war das Einzige, was für uns beide noch wichtig war. Ich schaue sie schweigend an. Katharina geht zum Herd und kommt mit einer Teekanne zurück. Das ist leider der falsche Zeitpunkt, um meine Trinkgewohnheiten zu ändern. Bevor ich dankend verneinen kann, öffnet Katharina den Kühlschrank und holt eine Flasche Champagner heraus. Die steht hier noch, seit du mit dem Bagger in der Halle trainiert hast. Ist es nicht pietätlos, wenn ich... Ach, halt die Klappe! Sie lächelt schwach. Die beiden trinken Tee und ich Champagner. Am Ende hat er noch gelächelt und ich habe gesagt, gell, Martin, jetzt wird's wieder. Und da ist er in meinen Armen eingeschlafen. Katharina weint jetzt doch und ich muss gleich mitweinen. Da sitzen wir drei im Schein der Küchenlampe und heulen uns die Augen aus dem Kopf. Oh, Katharina, das tut mir so leid, stammle ich. Er war am Ende so lieb und sanft und er hat sich so bedankt bei mir, dass ich mich die ganzen Jahre um ihn gekümmert habe. Ja, er war nicht immer einfach, der Martin, seufzt Simone und zündet sich erst mal eine Zigarette an. Wir haben ja viele schwierige Leutchen, aber von jedem kann ich was lernen. Sie wirft mir einen weiteren Blick zu und lächelt. Besonders von meinem Großvater, murmel ich. Großzügigkeit zum Beispiel. Ja, strahlt Simone. Stell dir vor, er hat mir 5000 Euro in die Kitteltasche gesteckt. 5000 Euro! Ähm. Und als ich mich bei ihm bedanken wollte, hat er so getan, als wüsste er von nichts. Er ist ein altes Schlitzohr. Simone lacht glücklich. Jedenfalls konnte ich jetzt die Autos bezahlen, die meine Tochter zerkratzt hat. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Simone lächelt mich an. Hauptsache, ihr habt euch wieder vertragen. Ich schlucke mehrmals heftig. Wozu so ein Champagner doch gut ist. Okay. Themawechsel. Äh, was sind denn das für neue nebenan? Das ist die Zauner Theresia, die Mutter vom Bezirksrichter. Aha. Und wer ist der übellaunige Finsterling mit der tiefen Stimme, der sich immer in Loden kleidet? Das ist der Dr. Zauner. Der singt auch bei uns im Kirchenchor. Simone zündet sich eine neue Zigarette an. Apropos singen. Unser Kirchenchor gestaltet Martins Trauerfeier. Ja, sage ich einsilbig wie Großvater, während ich den Rauch wegwedle. Wir hatten gehofft, du würdest... Beide schauen mich flehend an. Ich komme mir mies vor, als ich ihnen ins Wort falle. Nee, nee, ihr Lieben, wirklich nicht. Ich, äh, nichts für ungut, aber ich kann nicht. Es wäre für den Martin eine letzte Ehre. Ich presse die Lippen aufeinander und schüttle stumm den Kopf. Tut mir leid. Gib mir mal ein Packen Umschläge. Wo ist die Adressenliste? Mann, ist die lang! Wollt ihr wirklich 500 Leute einladen? Ich singe nicht in einem Kirchenchor. Nur über meine Leiche. Am nächsten Morgen erwache ich von einem ungewohnten Geräusch. Es klingt nach einem Müllwagen oder Laster, der irgendwas verlädt. Dazu ertönen kurze Befehle aus ordinären Männerkehlen wie Höher! Rechts! Stopp! Ich erhebe mich leise fluchend und trete verschlafen auf unseren Balkon. Ich reibe mir die Augen. Die hieven unseren Porsche Cayenne auf einen Abschleppwagen. He! Schreie ich und vergesse ganz, dass ich im Pyjama auf dem Balkon stehe und dass meine Haarverlängerungen auch nicht mehr wirklich kleidsam sind. Was soll das werden? Die Männer lassen sich kein bisschen beeindrucken. Quietschend und knirschend wird unser riesiges Schlachtschiff auf den Abschleppwagen verladen. Ich parke meine Füße vorwärts in die gelben Entenpantoffeln und watschle mit ihnen die Treppe hinunter und über den frisch gefallenen Neuschnee die Stufen hinunter zum Einfahrtstor. Was soll das werden? Frage ich den erstbesten Kerl, der da steht. Zwangsversteigerung, sagt der Typ und tritt seine Zigarette im Neuschnee aus. Fragen's den Herrn Amtsrichter dort! Bitte wen? stammle ich, als ich der großen Gestalt im Lodenmantel gewahr werde, die sich verlegen in der Einfahrt herumdrückt. Scheiße! Wie sehe ich denn aus mit meinen Pantoffeln und ungekämmten Haaren? Ich wage es nicht aufzublicken, als ich zu dem buschigen Heiser sage, Ja, meine Güte, Sie können mir doch nicht aus lauter Rache mein Auto wegnehmen, nur weil ich das Gebiss verwechselt habe. Leider will der Finsterling gar nicht lachen um diese frühe Morgenstunde. Richterlicher Beschluss, stößt er stattdessen mit tiefem Bass zwischen den Zähnen hervor und reicht mir einen Schrieb. Ich erstarre vor Schreck. Das Fahrzeug ist nicht bezahlt und deswegen holen wir's ab, murmelt er böse. Fassungslos starre ich ihm auf den Mund. Nein, das kann nicht sein. Wieso ist das Fahrzeug nicht bezahlt? Das gehört mir doch seit Jahren. Ich weiß es genau, dass wir es von meiner Gage für die Norma bezahlt haben. Das muss ein Irrtum sein. Irgendwie schaffe ich es, meine steif gefrorenen Lippen zu einem Lächeln zu verziehen. Es wurde verkauft an eine Leasingfirma, versucht der Amtsrichter Lupen reines Hochdeutsch zu sprechen. Und da wurden die Raten seit sechs Monaten nicht mehr bezahlt. Und aus ist's. Der Cayenne rollt Huckepack auf dem Abschleppwagen, der mit einer orangefarbenen Blinklampe auch noch unnötig Aufmerksamkeit erregt, aus unserer Einfahrt. Und wie kriege ich das Auto jetzt wieder, schreie ich ratlos hinter ihm her, als er zu seinem Wagen schliddert. Vielleicht gibt es irgendwo eine Fernbedienung, mit der ich alles auf Rücklauf stellen kann? Aber das ist offensichtlich nicht sein Problem. Mir ist todschlecht, als ich die Dorfsparkasse betrete. Ich fühle mich ganz wie früher, bei meinem allerersten Vorsingen, als ich noch in kleinen Stadttheatern Klinkenputzen ging. Unzulänglich, mickrig, schlecht bei Stimme, unwürdig. Felix ist seit Tagen nicht zu erreichen. Das Ferrari-Handy mit dem Rennwagensound funktioniert in Amerika nicht. So viel ich weiß, hat er in Miami zu tun. Mir hat er lachend erzählt, dass er amerikanische Reedereien mit ägyptischer Bettwäsche für die Luxusschiffe beliefert. Das sei der Deal seines Lebens, nachdem er mit dem Scheich in Dubai diesmal nicht so ganz einig werden konnte. Aber der Sultan von Brunei, mit dem er den ganzen Abend in dessen Harem bei Wein, Weib und Gesang gegessen und getrunken hat, der hat ihm ein Wahnsinnsangebot gemacht. Wenn alles gut geht, wird Felix spätestens Mitte nächster Woche um eine Million reicher sein. Und dann, Prinzessin, wird dein 40. Geburtstag nachgefeiert. Anschließend machen wir selbst eine Kreuzfahrt auf einem Luxusschiff, so O-Ton Felix letzten Mittwoch, kurz vor seiner Abreise am Flughafen. Irgendwo ganz hinten in meinem Hinterkopf schreit eine kleine, dünne Stimme der Vernunft. Warum glaubst du ihm immer noch, Ella? Warum vertraust du ihm noch? Warum handelst du nicht? Ich handle, ja. Ich schleppe mich wie ein angeschossenes Tier in diese Bankfiliale und schäme mich dabei zu Tode. Jeder Schritt in diese Schalterhalle kostet mich so viel Energie, als würde ich einen Achttausender besteigen. Es ist etwas im Argen. Ja, ich habe es sträflicherweise verdrängt. Ich wollte, dass meine Welt in Ordnung ist. Ich bin selbst schuld. Diese Erkenntnis überwältigt mich so, dass ich stehenbleiben und mich an eine Tür lehnen muss. Der Sparkassendirektor, dem damals meine Haarverlängerungen gar nicht auffallen wollten, gibt mir verlegen die Hand. Wir haben unsere Frau Ausweger mit ihrem Fall betraut. Der Direktor weist mir höflich den Weg in ein Hinterstübchen, das von außen nicht einsehbar ist, weil wir glauben, dass manche Probleme von Frau zu Frau besser zu besprechen sind. Frau Ausweger ist jung und hübsch und adrett angezogen. Sie reicht mir mitleidig ihre schmale Hand. Bitte setzen Sie sich. Was dürfen wir Ihnen anbieten? Champagner. Bitte? Ach, lassen Sie mal. Das war ein Scherz. Wir sollten das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Nun, ich denke, wir werden schon ein paar Stündchen brauchen. Gott, ist mir schlecht. Jemand stellt eine Tasse Kaffee vor mich hin, den ich nicht anrühre, weil mir schon vom Anblick übel wird. Frau Ausweger dreht mir den Computerbildschirm hin und ich sehe nur Zahlen, fünfstellige, sechsstellige und nach langem Hinstarren gewahre ich vor all diesen Zahlen ein Minus. Nun, es wurden hauptsächlich Daueraufträge eingerichtet, erläutert sie freundlich. Hier zum Beispiel werden seit Jahren Festbeträge abgebucht für eine gewisse Frau Bernadette Kaiser in Euskirchen. Kenne ich nicht, ringe ich mir von den ausgetrockneten Lippen. Dann für einen Herrn Breitscheid in Augsburg. Wer soll das sein? Röchle ich. Das wollte ich eigentlich Sie fragen. An diesen Herrn haben Sie bereits 653.000 Euro überwiesen. Sie tippt mit fliegenden Fingerchen, an denen ein Verlobungsring glänzt. Dann wären hier Unterhaltszahlungen an zwei Kinder. David und Laura Lamberts aus Zürich. Jetzt fange ich aber an zu lachen. Erleichterung macht sich breit. Frau Ausweger schnaufe ich. Das kann nur ein Irrtum sein. Das sind nicht meine Bankkonten. Ich meine, wieso sollte ich für wildfremde Leute, die über ganz Europa verteilt sind, Unterhaltszahlungen leisten? Das ist alles Ihre Unterschrift. Sie legt mir Kopien vor, unter denen tatsächlich meine Unterschrift steht. Ella Herbst. In meiner Handschrift. Können Sie sich vorstellen, dass jemand Missbrauch mit Ihrer Unterschrift getrieben haben könnte? Ich senke den Kopf und schweige. Genau wie Großvater. Felix. Nein. Das hat er nicht. Das würde er nicht. Missbrauch. Das Wort heilt unentwegt durch meinen Kopf. Das muss ein Irrtum sein. Mein geliebter Felix würde mich niemals hintergehen. Ich vertraue ihm. Und er mir. Wir sind ein Team. Die Sache ist die. Felix hat mich natürlich schon oft, mal eben, schnell, um eine Unterschrift gebeten. Schließlich hat er auch meine Fanpost beantwortet. Und wenn irgendwelche Rechnungen kamen, klar, habe ich schnell mal einen Überweisungsauftrag unterschrieben. Oder öde Formulare, Daueraufträge, Abbuchungsanträge. Genau wie früher bei Jürgen. Ich habe beiden hundertprozentig vertraut. Ich bin blöd. Ja. Aber bin ich so blöd? So blind? Wem kann ich denn vertrauen, wenn nicht meinen Männern? Hat mich jeder auf seine Weise in den Ruin getrieben und schiebt jetzt die Schuld auf den anderen und wäscht seine Hände in Unschuld? Und am Ende bin ich diejenige, die diese Katastrophe auslöffeln muss? Ich habe alles unterschrieben. Es sind meine Konten, die allesamt im Minus sind. Eine klamme Kälte kriecht mir das Rückgrat hinauf. Zu meinem dumpfen Erstaunen nehme ich irgendwann wahr, dass Frau Ausweger schon eine ganze Weile auf mich einredet. Wir haben hier mal einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit Sie sich in Zukunft besser schützen können, sagt Frau Ausweger sanft. Ich spüre förmlich das Mitleid, das sie für mich empfindet. Als erstes rate ich Ihnen, sofort alle Daueraufträge zu stoppen. Und zweitens sollten Sie alle Kreditkarten sperren lassen. Ich zwinge mich auf diesem Computerbildschirm zu starren und wir gehen alle Daueraufträge nacheinander durch. Es tauchen noch weitere Namen und Adressen auf, die ich noch nie gehört habe. Dafür sind eine ganze Menge Daueraufträge, die ich selbst eingerichtet habe, inzwischen gestoppt. Die privaten Krankenversicherungen, auch die für die Kinder. Meine Lebensversicherungen, alle sieben. Die Daueraufträge für Fernsehen, Telefon, Strom. Es ist eine endlos lange Liste, an deren Ende tatsächlich die Leasingfirmen für die Autos stehen. Ich schlucke und würge. Der Brechreiz sitzt mir ganz oben in der Kehle. Das Haus, röchle ich, gehört mir noch das Haus? Frau Ausweger sieht mich mitleidig an. Auf das Haus wurde schon lange eine Hypothek aufgenommen. Wir haben uns auch gewundert, aber Sie sind ja persönlich nie vorbeigekommen. Ich starre sie an. Mein Mund ist so trocken, als wäre er voller Zement. Ich habe eine Hypothek auf unser Haus unterschrieben? Wahrscheinlich beim Fernsehen oder beim Telefonieren. Fassungslos starre ich auf den Monitor. Sie zahlen für den Kredit im Moment etwa 7.000 Euro monatlich. Und auch hier sind Sie schon mit 35.000 Euro im Rückstand. Sie sollten aufpassen, dass das Haus nicht zwangsversteigert wird. Tausend kleine Nadeln stechen in meine Schläfen. Möchten Sie nicht doch etwas trinken? Frau Ausweger blickt mich so nett und liebevoll an, dass ich mich in ihre Arme werfen möchte. Scham! Der Stuhl, auf dem ich sitze, schwankt wie ein Schiff auf hoher See und die Lampe über dem Schreibtisch kreist in großen Schwüngen über meinen Kopf. Frau Ausweger greift zum Hörer und spricht hinein. Kann mal jemand an den Kühlschrank in der Betriebsküche gehen, bitte? Da ist von meiner letzten Beförderung noch Champagner drin. Wie in Trance schiebe ich meinen Großvater durch die graue Winterlandschaft. Die Häuser ducken sich unter ihren Schneelasten und kein Mensch ist auf der Straße. So, als wollte niemand mehr etwas mit mir zu tun haben. Alle Fenster wirken abweisend. Es wundert mich, dass ich einfach weiter funktioniere, dass meine Beine mich noch tragen und meine Arme diesen Rollstuhl noch schaffen. Großvater ist schweigsam wie immer. Diesmal ist die Schweigsamkeit noch trostloser als je zuvor. Ob er etwas ahnt? Um Hilfe bitten kann ich ihn nicht. Die Sache mit der Bankomatkarte schwert immer noch wie eine klaffende Wunde zwischen uns. Der nackte, pure Überlebenswille, wie ihn vermutlich die Trümmerfrauen nach dem Krieg aus irgendwelchen verborgenen Reserven geholt haben, nimmt von mir Besitz. Ich lebe für die Kinder weiter und für Großvater. Sie sind jetzt meine Aufgabe. An Felix wage ich nicht zu denken. Er ist spurlos verschwunden, seit über zehn Tagen schon. Sein Handy ist aus. Ich ahne nur, dass er begriffen hat, dass ich nun alles weiß. Dabei liebe ich ihn immer noch. Diese Erkenntnis gibt mir einen Stich, sodass ich vor Schmerz nicht in der Lage bin, weiterzudenken. Ich werde mich scheiden lassen müssen. Und das kostet wieder Geld. Ich werde den Anwalt nicht bezahlen können. Wir haben gar nichts mehr und können nicht mal mehr bei Null anfangen. Wir sind irgendwo bei minus x Millionen. Das ist so grauenvoll, so unvorstellbar schrecklich. Bilder tauchen vor meinem inneren Auge auf. Felix, wie er mit ausgebreiteten Armen in der Einfahrt steht, wenn ich nach Hause komme. Prinzessin, die Sonne geht auf. Wie wir aneinander gekuschelt am Kamin sitzen, ein Glas Wein in der Hand. Wie er Probleme zur Seite schiebt. Prinzessin, mach dir keine Sorgen. Ich habe alles im Griff. Wie er mir fürsorglich warme Sachen um die Schultern legt, wenn ich friere. Und wie er mir die Füße massiert nach einem langen Tag. An dieser Stelle muss ich aufhören, an ihn zu denken, weil ich sonst wahnsinnig werde. Ihn mir aus dem Herzen zu reißen, ist genauso grausam, als müsste ich mir selbst ein Bein amputieren. Und den Kindern muss ich eine zweite Trennung, die zweite zerstörte Familie zumuten. Nein, unsere Ehe muss zu retten sein. Du siehst ziemlich mitgenommen aus, sagt Jürgen, der die Kinder über die Karnevalsferien zu sich nach Bad Reichenhall holt. Diesmal ist auch nicht der Anflug eines spöttischen oder wissenden Lächelns zu erkennen. Was ist passiert? Es ist nichts weiter, krächze ich heiser. Nur das Gefühl, dass meine Welt gerade untergeht. Komm rein. Die Kinder begrüßen Jürgen stürmisch wie immer und rennen nach draußen. Wenigstens die Kinder haben noch nichts von meinem Elend mitbekommen. Wie ich das geschafft habe, ist mir schleierhaft. Ist Felix auf Geschäftsreise? Falls diese Frage zynisch gemeint ist, habe ich nicht die Kraft, mich darüber zu ärgern. Ich zucke die Achseln. Im Moment bin ich über seinen Verbleib nicht im Bilde. Ich stecke allerdings in großen finanziellen Schwierigkeiten und habe bis jetzt nicht begriffen, wie es dazu kommen konnte. Ich ringe mich dazu durch, Jürgen in kurzen Sätzen die Situation zu schildern. Er knibbelt an seinem Ellbogen herum und zeigt sich zunehmend besorgt. Du solltest jetzt Schadensbegrenzung betreiben, sagt Jürgen. Du musst jetzt versuchen, dich und die Kinder wieder zu versichern. Als nächstes solltest du dir und den Kindern eine Monatsfahrkarte für den Bus kaufen. Damit sparst du Geld. Außerdem kannst du Hannemarie jederzeit anrufen, wenn du Informationen über Felix brauchst. Ich fahre herum. Was soll das denn heißen? Diese neunmal kluge Hannemarie geht mir aber tierisch auf den Geist. Jürgen traktiert seinen Ellbogen, dass ich gar nicht hinschauen mag. Nun, Hannemarie ist nicht nur Hausfrau, wie du immer angenommen hast, sondern... Ich wische mir mit einer fahrigen Geste über die Stirn. Sie ist eine spitzen... Detektivin, lässt Jürgen die Bombe platzen. Sie ist so unauffällig, dass kein Mensch sie bemerkt. Er lächelt stolz. Ich mache den Mund auf, um etwas zu sagen und schließe ihn unverrichteter Dinge wieder. Sie macht ihre Arbeit ausgezeichnet. Und ich wusste schon eher als du, dass Felix es auf dich abgesehen hat, damals in St. Moritz. Und mir war auch klar, dass er nur dein Geld wollte. Du hast sie auf mich angesetzt? Ich begreife nicht, was er da sagt. Ja, natürlich. Ich wusste auch, dass Felix damals einen großen Gewinn gemacht hatte, von dem er dir eine Skiausrüstung gekauft hat. Felix war nur ein Skilehrer, bevor er dich traf. Ich atme tief durch und bemühe mich sehr, beherrscht zu bleiben. Ella. Jürgen versucht, meine Hand zu nehmen, doch ich wehre ihn angewidert ab. Es gibt Mittel und Wege, sich Klarheit zu verschaffen. Nur so kann man wieder einen klaren Gedanken fassen und weiterleben. Er klingt so überzeugt und sicher, dass ich plötzlich einen dicken Kloß im Hals spüre. Er wirkt irgendwie traurig und frustriert und löst damit natürlich sofort Schuldgefühle bei mir aus. Was muss ich ihm damals wehgetan haben, als ich mich Hals über Kopf in Felix verliebt habe? Felix war nichts als ein Skilehrer? Aber er hat mir erzählt, wo er überall studiert hat. Architektur und Kommunikationswissenschaften und Wirtschaft und so. Ich weiß nicht. Ich verstumme und reibe mir die Nase. Bis jetzt habe ich immer alles durch Verdrängen hingekriegt. Jammere ich ängstlich. Jürgens Gesichtsausdruck wird friedfertig. Er steht auf und legt seine Hand auf meinen Arm. Du bist damals Hals über Kopf in etwas reingestolpert, seufzt er. Dein Großvater und ich, wir haben es gleich gewusst, dass du dich in dein Verderben stürzt. Aber wir konnten dich nicht vor dir selbst schützen. Ich zwinge mich, Jürgen fest in die Augen zu sehen. Nimm es bitte nicht persönlich, Jürgen. Aber selbst wenn Felix nur ein Skilehrer sein sollte, ich liebe ihn trotzdem. Und es ist nicht meine Art, hinter einem geliebten Menschen herzuschnüffeln. Du vertraust ihm etwa immer noch, kommt es ungläubig aus seinem Mund. Nach all den Lügen, die er dir aufgetischt hat? Ich halte seinem Blick stand. Vertrauen ist das Letzte, das ich mir nehmen lasse. Woher ich die Kraft habe, das zu sagen, weiß ich nicht. Was meint er mit Lügen? Hört er mein Telefon ab? Läuft irgendwo ein Tonband mit? Ich gehe einen Schritt auf ihn zu, aber er zieht sich jäh zurück. Wie du es schaffst, das ganze Dilemma vor den Kindern zu verbergen, ist mir ein Rätsel, bricht es aus Jürgen heraus. Aber sie wirken so unbelastet und fröhlich wie immer. Er weiß etwas. Er weiß viel. Wahrscheinlich weiß er viel mehr als ich. Wie hypnotisiert starre ich Jürgen an. Das ist doch alles nur ein entsetzlicher Albtraum. Vor meinen Augen dreht sich alles. Wie betäubt umklammere ich die Stuhllehne. Aber ganz tief in meinem Inneren flackert ein letztes Fünkchen Stolz. Die Sache ist, ich liebe Jürgen nicht. Ich liebe Felix. Trotz alledem. Mühsam schleppe ich mich hinter Jürgen her in die Einfahrt, wo Robby und Jenny schon erwartungsvoll im Auto sitzen und streiten, wer wann wie lange vorne sitzen darf. Dann kann ich dich jetzt allein lassen, fragt Jürgen. Ich atme tief durch. Ja, ich bitte sogar darum. Die Panikattacke überkommt mich, da ist Jürgens Wagen noch nicht mal aus der Parkallee. Wie eine Ertrinkende schnappe ich nach Luft und versuche, mich an das eiskalte Treppengeländer zu krallen. Tief einatmen, beschwöre ich mich selbst. Es gibt Menschen, die mich brauchen. Die Kinder, Großvater. Reflexartig greife ich nach dem Treppengeländer und ziehe mich auf allen Vieren hinauf zur Tür. Atmen, ruhig, weiter. Noch vier Meter bis zum Telefon. Wehen anrufen. Ich sterbe. Ich sterbe. Jetzt. Hier. Dass Lungen so schmerzen können. Noch zwei Meter. Noch einer. Wen anrufen? Notarzt? Polizei? Plötzlich höre ich meine eigene Stimme wie aus weiter Ferne. Welche Notfallnummern hängen denn an deinem schwarzen Brett, Großvater? Deine. Aber hallo, meldet sich Großvater aufgeräumt. Großvater, wie erleichtert bin ich, seine Stimme zu hören. Es gibt ihn noch. Doch, er ist noch da. Sofort normalisiert sich mein Atem. Das Hämmern in den Schläfen lässt nach. Ich habe noch eine Aufgabe. Es gibt mich noch. Großvater, wie wäre es mit einem Spaziergang? Ich weiß nicht, was mir die Kraft gibt, das zu sagen. Aber es geht mir. Aber es geht mir augenblicklich besser. Aber immer. Er ist gut drauf. Er wird mir noch von seiner Restenergie einen Rest geben. Sein Reserve-Tank ist noch nicht so leer wie meiner. Dankbar ziehe ich mich warm an, packe meinen üblichen Rotkäppchenkorb mit Dingen, die er mag und ziehe gerade die Haustür hinter mir zu, als ich einen Wagen in der Einfahrt höre. Typisch. Jürgen hat mal wieder was vergessen. Oder ist es Felix? Vielleicht kommt er zurück und alles löst sich in Wohlgefallen auf? Leider ist es ein mir fremder, schwarzer Wagen, aus dem umständlich ein Mann im dunklen Parka mit schwarzer Aktentasche steigt. Das ist einer von der Sorte, die den Strom ablesen oder den Wasserstand messen oder sich sonst wie wichtig machen. Ich lächle den Fremden tapfer an. Kommen Sie rein. Ich habe gerade noch Kaffee in der Kanne. Der Mann will mich genauso wenig nett und freundlich begrüßen wie letztens Freund Loden. Er hat sogar ziemlich die gleiche amtliche, undurchdringliche Mine aufgesetzt. Griasiana, sagt er bärbeißig. Okay, ich wappne mich. Er will nicht den Strom ablesen, er will ihn abstellen. Jetzt hilft nur noch das hilflose Weibchen. Okay, ich weiß schon, dass der Strom nicht bezahlt worden ist, aber ich habe erst vor kurzem davon erfahren, sage ich und ziehe ansatzweise die Schultern hoch. Der Mann ignoriert mein Geschwätz. Er kommt mit schweren Schritten ins Haus, wobei er wie alle Österreicher artig seine Schuhe auszieht und auf Socken weitergeht. Er setzt sich an den großen Esszimmertisch, entnimmt seiner schwarzen Tasche schweigend ziemlich viele Akten und knallt sie auf den Tisch. Ich sehe ihm staunend dabei zu. Darf ich fragen, was sie herführt? Finanzamt, sagt der Mann. Da gibt es massive Ausstände. Er legt mir eine Karte hin, auf der unter vielen schrecklich klingenden Titeln wie Vollzug und Eintreibung auch sein Name steht. Heipel Daniel. Daniel ist so ein lieber Name. So langsam entspanne ich mich. Der Mann könnte mein Sohn sein. Naja, nicht ganz. Trotzdem. Ist das nicht ein Zufall, zirpe ich, während ich ihm Zucker und Milch in die Tasse schütte, dass ich erst vor wenigen Tagen bei meiner Bank war? Jetzt muss ich erstmal einen Überblick über meine Gesamtsituation und damit ja auch über meine steuerliche Situation. Äh, aber ich kriege die Sache schon in den Griff. Hallo? Daniel, äh, ich meine Herr Heipel, hören Sie mir überhaupt zu? Der nette Daniel hat sein Handy aus der Parker-Tasche gezogen und eine Kurzwahl gedrückt. Ibins, wie's du's gesagt hast, sie hat keine Ahnung. Der nicht wirklich nette Daniel hört eine Weile zu, dann sagt er, kommst eh selber vorbei, weißt eh, wo's ist. So, jetzt kommt also noch jemand. Er fordert Verstärkung an. Frau Herbst, sagt der nette Daniel, den ich jetzt einfach aus purem Überlebenswillen so nenne. Ich bin staatlich beeideter Gerichtsvollzieher und in dieser Funktion vom Finanzamt beauftragt, eine gerichtlich angeordnete Zwangsexekution in Ihrem Hause zu vollziehen. So oder so ähnlich leiert er seinen Amtsspruch hinunter. Aber hören Sie, ich... Der gar nicht nette Daniel erhebt sich und blickt sich suchend um. Welche Wertgegenstände befinden sich in diesem Haus? Ich also, äh, wie meinen Sie das? Wir haben einen Vollstreckungsbescheid über 150.000 Euro. Es geht da um irgendwelche Büroparks in Dessau, wo immer das liegt. Oh, plötzlich fällt es mir siedend heiß ein. Nein, das waren die Papiere, die Jürgen mir vor einiger Zeit auf den Küchentisch geknallt hat. Und ich habe die verstaubten Akten weggeworfen. Lange stehe ich nur da und starre den Mann an, bis er vor meinen Augen verschwimmt. Vollstreckung. Das Wort heilt unentwegt durch meinen Kopf. Das hat was mit Kriminalität zu tun. Ich stehe am Rande eines Abgrunds. Wenn ich nicht zahlen kann, wird er dann Handschellen zücken? Äh, ich wollte eigentlich gerade mit meinem Großvater spazieren gehen, beginne ich die Verhandlungen. Also wenn Sie jetzt vielleicht schnell zur Amtshandlung schreiten wollen. Also, wir haben einen Konzertflügel. Ich öffne einladend die Wohnungstür. Herr Heipel, ich weigere mich ab sofort, ihn unter netter Daniel laufen zu lassen, sieht sich interessiert im ganzen Raum um. Sind die Bilder echt? Ja, die hat alle meine Tochter Jenny gemalt. Die ist auf dem musischen Gymnasium in der hochbegabten Klasse. Das sieht man, oder? Was sind die wert? Naja, ich meine, sie ist elf. Herr Heipel lässt augenblicklich von den Bildern ab. Auf einmal wird mir klar, dass er versucht, Dinge im Wert von 150.000 Euro aus unserem Haus zu beschlagnahmen. Das kann doch nicht. Ich meine, wir wohnen hier noch. Also, ich... Herr Heipel macht sich fachmännisch am Breitbild Fernseher zu schaffen, an meinem Flügel. Er fragt angelegentlich nach Pelzen, Schmuck und kostbaren Weinen. Na, hat der Ideen. Wenn der mir jetzt noch meinen Champagner wegnimmt. Mein Herz hämmert. Also, das hier ist echtes, grauenvolles Realitätstheater. Das Auto... Ist schon weg. Ich hebe die Arme mit bühnenreifer Geste. Ich werde nicht eher gehen, bis ich von Ihnen höre, dass das Finanzamt bis Ende der Woche 150.000 Euro hat, poltert Daniel los. Ja, der kann ja richtig böse werden. Über seine Brillenränder hinweg taxiert er mich. Von wem können Sie kurzfristig Geld leihen? Wer hilft Ihnen da aus? Großvater, möchte ich sagen. Der leiht Ihnen sicher gern 20 Euro. In Fünfern. Ich habe doch Leute, die mit mir mal richtig Kohle... Dieter Fuchs, fällt es mir in letzter Not siedend heiß ein. Dieter hat sich eine goldene Nase an mir verdient. Dieter wird mir helfen. Das hätte ich für ihn auch getan, das weiß er. Beim Augenlicht seines Sohnes. Zitternd wähle ich seine Kurzwahl. Während Heipel Daniel im kalten Kaffee rührt, trommle ich nervös mit den Fingernägeln auf den Tisch. Endlich geht er dran. Im Hintergrund höre ich die Krasnenko singen. Dieter, schreie ich ohne Umschweife in das Handy. Ich bin in Not, ich brauche deine Hilfe. Jederzeit, Ella. Du weißt, ich bin immer für dich da. Aber mach schnell, wir nehmen gerade eine CD auf. Hör zu, Dieter. Es müssen doch noch Gagen von mir offen sein. Hier steht so ein finsterer Typ, der will, also er ist Gerichtsvollzieher. Ich bin beim Finanzamt mit 150.000 Euro in der Kreide. Irgendwo ganz hinten in meinem Hinterkopf schreit eine kleine Stimme. Was machst du, Ella? Was um Himmels Willen machst du denn? Du weißt, dass du ihm nicht vertrauen kannst. Nicht Dieter. Ella, kommt es dumpf aus dem Hörer. Ich verstehe dich ganz schlecht. Dieter, du hast mir mal angeboten, dass du mir hilfst, wenn es mir schlecht geht. Und jetzt geht es mir schlecht. Hallo? Ella? Hier im Studio darf man überhaupt nicht telefonieren. Ich rufe dich zurück. Dieter hat aufgelegt. Ich kann mich nicht rühren. Ich bin wie gelähmt vor Angst. In dem Moment poltert es an der Tür und jemand betritt das Vorhaus. Felix, mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Die Zwischentüre geht auf. Raumfüllend steht der Finsterling aus dem Altersheim da. Der mit dem Gebiss. Das ist unser Bezirksrichter, Herr Dr. Zauner, sagt Daniel Heipel. Grüß Gott, brummt der Eindringling. Augenblicklich bückt er sich und entledigt sich seiner Trachtenschuhe. Er wartet auf Socken ins Vorhaus und stellt die trotteligen Dinger neben die Halbschuhe von Daniel. Was für ein albernes Getue. Ich meine, wo mir doch das Haus sowieso nicht mehr gehört und er gekommen ist, um mir den letzten Stuhl unter dem Hintern wegzufänden. Da kann er es auch ruhig verdrecken. Sie will mit ihrem Großvater spazieren gehen, sagt Daniel zu seinem Vorgesetzten. Der Bezirksrichter zieht seine buschigen Augenbrauen hoch und schaut mich mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Bewunderung an. Hier ist nix zum holen, fährt Daniel mit seinem Bericht fort. Das Klavier braucht sie zum Üben und die Bilder haben die Kinder gemalt. Mein Herz fängt wieder an zu rasen. Diesmal kriege ich es nicht in den Griff. Zwei von dieser Sorte schaffe ich nicht. Eine riesige Woge grenzenloser Verzweiflung rollt auf mich zu. Sie reißt mich um. Sie drückt mich mit dem Gesicht zu Boden. Ich habe niemanden mehr. Niemanden und nichts. Sie haben mich klein gekriegt. Ich sehe Sterne, fühle wie meine Beine einknicken. Als letztes höre ich einen dumpfen Schlag. Es ist mein Kopf, der gegen den Kaminsims knallt. Es ist schön, so zu erwachen. Ich liege in einem weichen, weißen Bett. Mir geht es gut. Ich habe lange und tief geschlafen. Ich fühle mich wie in Watte gepackt. Das liegt daran, dass ich schwebe. Wo bin ich? Etwas verschwommen, erkenne ich nach mühsamem Blinzeln einen Schlauch, der aus meinem Handgelenk kommt. Ich versuche ihn abzuschütteln, aber wie in Zeitlupe bewegt sich der Schlauch mit. Hallo, guten Morgen. Jemand klopft freundlich, aber bestimmt auf meiner Wange herum. Nein, höre ich mich wie aus weiter Ferne lallen. Ich will nicht aufwachen. Öffnen Sie die Augen. Können Sie mich sehen? Jemand setzt mir eine Schnabeltasse an die Lippen und ich sauge sie gierig aus. Eine blonde Krankenschwester macht sich über meinem Handgelenk am Tropf zu schaffen und ich sehe irgendeine Flüssigkeit in meinen Armen sickern. Folglich bin ich im Krankenhaus. Hatte ich einen Unfall? Die Kinder. Was ist mit den Kindern? Großvater. Sie hatten einen Nervenzusammenbruch, lächelt die Schwester, die so wunderschön ist, dass ich mich augenblicklich in sie verliebe. In dem Moment betritt ein männlicher Weißkittel den Raum. Er ist noch viel schöner als die Schwester und er nimmt meinen Arm mit unbeschreiblicher Zärtlichkeit und fühlt meinen Puls. Den heirate ich. Ach so. Ich glaube, ich bin schon verheiratet. Mit wem noch mal? Die Schwester sagt irgendwas wie akut suizidgefährdet, psychotische Zustände, Weinkrämpfe. Über wen reden die bloß? Sie hatten einen Weinkrampf. Sie konnten gar nicht wieder aufhören zu weinen und der Mann, der sie brachte, wollte uns keine Auskunft geben. Welcher Mann? Er hat mir seine Karte dagelassen. Die Schwester befestigt den Tropf wieder an einem Haken, der über meinem Kopf schwebt und wühlt in ihrer Kittel-Tasche. Moment, hier. So schön ist die Schwester gar nicht. Offen gestanden ist sie kein bisschen schön. Mann, bin ich etwa wieder nüchtern? Lässt die Wirkung dieser Droge nach? Bitte nicht. Zauner heißt der Mann, Bezirksrichter. Kennen Sie den? Nein. Ich beiße mir verlegen auf die Unterlippe. Dann sinke ich in die Kissen zurück und starre an die Decke. Man hört mir die Lüge ganz deutlich an, aber ich versuche, das zu überhören. Nie gesehen den Mann. Wer sollte das überhaupt sein? Fünf Tage liege ich in dieser Klinik herum und die Ärzte und Schwestern mühen sich mit mir ab. Sie versuchen, genau die richtige Dosis dieser Gemütsdroge für mich zu finden, denn entweder bin ich im Glücksrausch und will alle heiraten oder ich hänge total durch und heule mir die Augen aus. Endlich erlauben sie mir, Besuch zu empfangen und ich rufe Katharina an. Ja, sag mal, was machst du denn für Sachen? fragt sie munter, als sie mit einer Flasche Champagner und einem Blumenstrauß in mein Zimmer weht. Warte, ich hole geschwind eine Vase. Ich betrachte derweil versonnen ihre wunderschöne Handtasche, die auf meinem Nachttisch steht. Ganz oben liegt eine zusammengerollte Zeitung und ich erkenne das Foto einer Frau im tiefdekultierten Abendkleid. Ich schaue genauer hin. Meine Hand zerrt zitternd an der Zeitung. Das bin ich? Kalter Schweiß steht mir auf der Stirn. Wieso stehe ich in der heutigen Boulevardzeitung auf dem Titelblatt unter dicken Schlagzeilen? Schuldendrama. Ella Herbst pleite schreien mich fette Buchstaben an, als ihr Sinn endlich bis zu meinem Gehirn durchdringt. Ich versuche das Bild nicht mit den Augen meiner Tochter Jenny zu sehen und nicht mit den Augen meines Großvaters. Ich befürchte, dass ich dann erneut in Tränen ausbrechen und nie wieder mit dem Weinen aufhören werde. Ruhig durchatmen, befehle ich mir. Komm, Ella. Weiterleben. Keinen Rückfall kriegen jetzt. Ich strecke die Hand nach der Zeitung aus. Gerichtsvollzieher bei Ella Herbst Die einst so erfolgreiche Sängerin hörte wohl den Kuckuck rufen, als das Finanzamt von ihr 150.000 Euro forderte. Der früheren Operndiva, die ihren Thron für Olga Krasnenko räumen musste, droht die Zwangsversteigerung ihres Hauses. Wie aus vertrauten Kreisen der früheren Carmen in Klammern 50.000 Euro Gage pro Auftritt bekannt wurde, soll ihr Steuerberater in die falschen Aktien investiert und ihr Ehemann den Rest ihres beachtlichen Vermögens verschleudert haben. Ihr früherer Manager Dieter Fuchs bedauert das alles sehr. Das hat Ella wirklich nicht verdient. Sie ist so ein vertrauensseliger Mensch und sie war mal eine hervorragende Sängerin. Plötzlich erfasst mich ein unbändiger Kampfgeist. Okay, sie haben mich klein gekriegt. Aber nicht so klein. Ab jetzt spiele ich wieder mit. Das hier war mein absoluter Tiefpunkt. Tiefer werden sie mich nie mehr bekommen. Das schwöre ich. Die Firma Ego & Co. GmbH hätte fast dicht gemacht. Aber nur fast. Meine Kinder werden das hier nicht zu lesen bekommen. Beim Augenlicht meines Sohnes. Ich ziehe mir energisch die Kanüle aus dem Handgelenk. Da bist du ja wieder, sagt Großvater müde, als ich sein düsteres Dachkämmerlein betrete. Tut mir leid, dass mit unserem geplatzten Spaziergang... Ich war beruflich, kurzfristig... Ähm... Die verdammte Badezimmertür steht offen und drinnen ist das Licht an. Der letzte, dem ich jetzt wieder begegnen will, ist dieser lodenbemäntelte Bezirksrichter von nebenan. Ich schließe geräuschlos die Tür. War's schön? fragt Großvater seufzend. Das ist das erste Mal, dass er sich dafür interessiert, was ich gemacht habe. Doch, es war sehr... Aufschlussreich. Und, wie war's bei dir? Frage ich so beiläufig wie möglich, während ich das abgestandene Essen beiseite räume und seine Wolldecke ausschüttle. Großvater seufzt. Er senkt den Kopf und starrt auf seinen Schoß. Ich ziehe mir einen Stuhl heran und nehme seine magere Hand, die gichtverkrümmt auf seinem Schoß liegt. Unbeholfen streichle ich sie. Mir schießen die Tränen in die Augen, aber entschlossen blinzle ich sie weg. Er hebt den Blick, schaut mich schweigend an. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass wir uns gegenseitig so lange in die Augen sehen. Mein harmloses Geplauder und Geplänkel ist verstummt. Plötzlich höre ich mich sagen, du vermisst Frau Bär schon sehr, nicht wahr? Großvater hebt erneut den Kopf und schaut mich schweigend an. Ich zwinge mich, seinen Blick standzuhalten. Ich habe sie geliebt, sagt er plötzlich. Oh, entfährt es mir. Jetzt nur kein falsches Wort sagen, wie sonst immer. Wir schweigen beide. Ich würde ihm so gern sagen, was mich bedrückt. Ich sehne mich so sehr nach Trost, nach dem Rat und Zuspruch eines weisen alten Mannes. Ich würde mich so gern einmal richtig ausweinen, meinen Kopf auf seinen Schoß legen und wieder Kind sein dürfen. Ich ziehe mir die Tischlampe heran und knipse sie an. Wir sollten deine Fingernägel mal wieder schneiden. Ja. Sofort springe ich auf, froh, wieder irgendwas Nützliches tun zu können, erleichtert darüber, dass ich dieser aufkeimenden Depression entrinnen kann. Entschlossen krame ich auf dem Badezimmer Höckerchen im Nessessair meines Großvaters herum, finde Nagelschere und Pfeile und richte mich mit Schwung wieder auf. So, Großvater, jetzt kommt die Manikü... Ups! Um ein Haar pralle ich gegen eine raumfüllende Gestalt, der ich vor Schreck fast die Nagelschere in die Brust ramme. Erschrocken sinke ich auf das Höckerchen zurück. Der musste mir ja wieder über den Weg laufen. Der undurchdringliche Finsterling hat das Gebiss seiner Mutter in der Hand und starrt mich mit einer Mischung aus Verlegenheit und Übellaunigkeit an. Irgendwann wird mir bewusst, dass sich der Mann am Zahnputzbecher zu schaffen macht und so tut, als sei ich nicht vorhanden. Vielen Dank auch. Wie taktvoll. Wie ich diesen Mann verabscheue. Was der für ein Unglück in mein Leben gebracht hat. Von außen donnere ich die Badezimmertür schließlich mit dem Ellbogen zu. Dann setze ich mich zu meinem Großvater und versuche ihm, die Nägel zu schneiden. Es gelingt mir nicht, weil meine Hände zu sehr zittern. Nein, mir geht es nicht gut. Draußen wälzt sich grau und stürmisch ein später Märztag vorbei. Ich war schon bei Großvater und wir haben uns angeschwiegen, wie immer. Ich habe mit Argus-Augen die Badezimmertür angestarrt, während mein Herz abwechselnd zu hämmern begann oder mir so schwer wie ein Mühlstein im Magen lag. Als ich aus dem Bad ein Geräusch hörte, bin ich unter einem Vorwand gegangen und habe Großvater allein gelassen. Mir geht es gar nicht gut. Aber ich mache mit Jenny Hausaufgaben, gemischte Brüche und erkläre ihr die Sache mit dem gemeinsamen Nenner. Das Leben geht weiter und jeder Bruch ist lösbar. Am Ende kommt eine Zahl raus. Jedenfalls bei Elfjährigen. Telefon, zischt mich Jenny genervt an. Wahrscheinlich wieder der Gerichtsvollzieher oder das Finanzamt. Frau Herbst ist die berühmte Kammersängerin selbst am Apparat. Felix, das ist seine Stimme. Aber er sagt nicht Prinzessin, er klingt so zynisch, böse, verletzt. Felix, wo bist du? Wo um Himmels Willen? Felix! Es rauscht und knackt. Diesmal ist er wirklich sehr weit weg. Ich bin im Gefängnis. Mir bleibt das Herz stehen. Wieso bist du im Gef... Ich beiße mir auf die Lippen. Jenny hört mit. Weil die gnädige Frau alle Kreditkarten gesperrt hat. Ich wurde wegen Kreditkartenbetrugs verhaftet und sitze seit drei Wochen in Miami im Knast. Endlich hat man mir einen Anwalt zur Verfügung gestellt und ich darf telefonieren. Vor mir steht ein fetter Aufseher mit Schlagstock und beobachtet mich. Nein, flüstere ich. Oh doch, ätzt es aus dem Hörer. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich höre das Blut in meinen Ohren rauschen. Nein, das darf nicht wahr sein. Er sitzt im Gefängnis und ich bin schuld. Ich rappele mich mühsam auf und taumele zum Kühlschrank. Mein Gesicht, das sich in der Chromfläche spiegelt, sieht grau-grün aus, die Augen wie riesige schwarze Löcher. Automatisch greife ich nach dem Champagner, vergesse aber, was ich damit vorhatte. Hilflos gestikuliere ich mit der Flasche. Felix, ich musste das tun. Es gibt so viele Ungereimtheiten auf meinen Konten, so viele Daueraufträge. Ich bin völlig verzweifelt, Felix. Ich hätte dir das erklären können. Dann erkläre es mir jetzt, schreie ich verzweifelt ins Telefon. Wer sind diese Kinder, für die ich Unterhalt bezahlt habe? Und wer ist Bernadette Kaiser und Siegfried Breitscheid? Und für wen hast du sonst noch Daueraufträge eingerichtet? Warum sind die Krankenversicherungen für mich und die Kinder storniert? Und warum kommt der Gerichtsvollzieher? Es knackt und rauscht. Die Verbindung ist wirklich beschissen. Das wollte ich dir alles erklären. Ich könnte seit drei Wochen zu Hause sein und dir beistehen. Wieder sind Nebengeräusche in der Leitung. Es hört sich an, als weint er etwa? Oh Gott, ich habe ihm Unrecht getan. Andererseits, ich bin hoch verschuldet und alle Naslang kriege ich Post vom Gericht, weil irgendwelche Gläubiger was von mir wollen. Von mir wohlgemerkt, weil ich letztlich alles unterschrieben habe. Was willst du mir erklären? brülle ich ins Handy. Verschwommen nehme ich wahr, dass Jenny mit ihrem Matheheft in der Hand im Türrahmen steht. Dass du mich um mein ganzes Geld betrogen hast? Ich kann es nicht fassen, wie dumm ich mich verhalten habe, wie blöd ich gewesen bin, sträflich blöd. Ich bin im Gefängnis, sagt Felix wieder, seit drei Wochen. Weißt du, was das heißt? Er schluchzt. Es ist eindeutig ein Schluchzen. Sie rasieren einem die Haare ab. Mein Herz wird von Messerstichen attackiert. Mein strahlender, cooler, ewig gut gelaunter Felix mit seiner schwarzen Lockenmäne. Nein, das kann nicht sein. Es ist ein Albtraum. Ich habe ihn noch nie schluchzen hören. Die Hölle tut sich auf. Das tut mir leid, Felix, aber ich kann dir nicht helfen. Ich habe selbst nichts mehr. Der Bezirksrichter hat das Haus zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben. Es stand in der Boulevardzeitung. Dieter Fuchs, den bat ich um Hilfe, hat mich verraten. Ich war in der Nervenklinik, Felix. Ich wollte mir das Leben nehmen. Die Worte sprudeln wie von selbst aus mir heraus. Aber jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, geht es mir besser. Es ist still in der Leitung. Mein Herz hämmert so laut, dass ich es anbrüllen möchte, leiser zu klopfen. Sonst kann ich doch Felix nicht verstehen. Auf einmal höre ich ihn wieder. Er klingt so furchtbar sarkastisch. Frau Herbst, ich muss Sie um Ihre Hilfe bitten. Das werde ich nur noch ein einziges Mal tun und dann nie wieder. Hör mit der scheiß Siezerei auf, brülle ich ins Handy. Du hast mich fast zugrunde gerichtet und jetzt spielst du den Beleidigten. Jenny lehnt im Türrahmen. Schwarze Tinte ergießt sich über ihr Handgelenk, weil sie den Füller so fest darauf drückt. Sie ist leichenblass. Oh Gott! Oh Gott! Was mache ich? Das Kind! Bin ich wahnsinnig? Ich gehe zu ihr und lege den Arm um sie. Tränen kullern ihr über die runden Wangen und tropfen auf die Tinte in ihrem Heft. Du musst für mich bürgen, krächzt es schließlich aus dem Hörer, sonst komme ich hier nicht raus. Mein Herz rast, dass es fast zerspringt. Wenn ich jetzt auflege, zerreißt das Band zu Felix. Für immer. Dann fühlt er sich im Stich gelassen. Felix hat mich doch auch nie im Stich gelassen. Er ist mein Mann. Ich habe ihn geliebt. Und ich liebe ihn immer noch. In guten wie in schlechten Zeiten. Schließlich gelingt es mir, heiser in den Hörer zu krechzen. Sag mir, was ich tun muss. Und dann gleitet mir fast der Hörer aus der Hand. In der Tür zum Vorhaus steht Hannemarie. Jenny springt weinend auf und schmeißt sich in ihre Arme. Das kann ich ihr nicht verübeln. Ich versuche mich auf Felix' Anweisungen zu konzentrieren und kritzele mit zitternden Fingern die Telefonnummer seines Anwalts auf ihr Matheheft. Du kannst dich auf mich verlassen, würge ich hervor. Dann lege ich auf. Hannemarie und ich starren uns lange an. Meine Hand umklammert die Schultasche von Jenny, weil es sonst nichts gibt, woran ich mich schutzsuchend festhalten kann. Die unerträgliche Stille wird nur von Jennys unterdrücktem Schluchzen unterbrochen. Hannemarie räuspert sich. So, Jenny, sagt sie. Ich möchte was mit deiner Mutter besprechen. Draußen vor der Einfahrt sitzt dein Papa im Auto und telefoniert. Lässt du uns ein bisschen allein? Ein Leuchten geht über Jennys verweintes Gesicht. Sie rennt nach draußen. Was wollen die hier? Mir die Kinder wegnehmen? Hannemarie lehnt etwas unentschlossen an der Tür. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Ich versuche etwas zu erwidern, bringe aber nur einen trockenen Huster heraus. Aber ich denke, du solltest einige Informationen haben, die dir weiterhelfen. Sie öffnet ihre braune Handtasche und zieht einige eng beschriebene Seiten Papier hervor. Es ist mir wirklich sehr unangenehm, aber Jürgen hat mich darum gebeten. Mit spitzen Fingern legt sie die Blätter auf den Tisch. Sprachlos starre ich sie an. Was ist das? Das ist mein Protokoll, das ich über deinen Mann gemacht habe. Sie sieht mir mit festem Blick ins Gesicht. Es hat keinen Zweck mehr, dir das vorzuenthalten. Ich will das nicht hören, würge ich mit belegter Stimme hervor. Mit einer verächtlichen Geste fege ich die Papiere vom Tisch. Es hämmert wie verrückt in meinem Kopf. Ich will nicht eine einzige beschissene Zeile. Hannemarie bückt sich seelenruhig danach und hebt sie auf. Es hat keinen Zweck mehr, den Kopf in den Sand zu stecken. Ella, Hannemaries Stimme dringt durch eine dicke Schicht aus Watte, mit der ich versuche, mich zu schützen. Dein Mann ist ein notorischer Spieler. Er hat all dein Geld verspielt. Er steckt bis zum Hals in Schulden. Jürgen besteht darauf, dass du dir das hier ansiehst. Wenn du zu feige dazu bist, lese ich es dir vor. Das haut mich dermaßen um, dass ich unvermittelt zu taumeln beginne. Ich muss mich an der Tischkante festkrallen, um nicht zusammenzusacken. Dein Leben ist schon längst keine Oper mehr, höre ich Hannemarie sagen. Komm endlich von deiner Bühne herunter und stell dich der Realität und benimm dich nicht länger wie eine oberflächliche Gans. Sie schiebt mir einen Stuhl hin und ich sinke kraftlos darauf. Mit fliegenden Fingern taste ich nach meiner Lesebrille und setze sie auf. Was ich in den Händen halte, ist eine Auflistung von Spielcasinos in aller Welt. Über jedem Namen und Land steht ein Datum mit Uhrzeit und darunter eine fünf- oder sechsstellige Summe. Vor einigen steht ein Plus, vor den meisten aber ein Minus. Ich starre auf das Papier, das in meinen eiskalten Händen zittert und vor meinen Augen verschwimmen die Zahlen und Buchstaben. Ich kann Hannemaries Gesichtsausdruck nicht erkennen. Es tut mir leid, sagt sie mit brüchiger Stimme, dass ich dir deine Traumwelt kaputt machen muss. Aber einer muss es ja tun und auf Jürgen hörst du ja nicht. Felix ist dauernd in Kasinos unterwegs? Das sind seine todsicheren Deals, für die er immer wieder kurzfristig Geld braucht? Ich schlucke. Wieder und wieder. Dass ausgerechnet Hannemarie mir die Augen öffnen muss. Ausgerechnet sie, der ich mich immer haushoch überlegen fühlte. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wimmere ich. Ich liebe ihn doch. Hannemarie schaut mich besorgt an. Ehrlich gesagt habe ich dich immer für eine oberflächliche Tussi gehalten, sagt sie, während sie ein Tempotaschentuch hervorkramt. Aber in Wirklichkeit bist du nur wahnsinnig blauäugig und naiv. Entschuldige, das hat Jürgen über dich gesagt, aber damit hat er ausnahmsweise recht. Ich vergrabe das Gesicht zwischen den Händen und schluchze. Plötzlich legt Hannemarie ihre warme Hand auf meine Eiskalte. Es ist eine Krankheit, sagt sie leise, eine Sucht. Er kann nicht mehr aufhören. Er braucht professionelle Hilfe und die kannst du ihm nicht geben, im Gegenteil. Durch dein Schweigen und Kopf in den Sand stecken machst du dich zum Mitabhängigen. Ihr kommt aus dem Teufelskreis allein nicht mehr raus. Ich kann ihn doch nicht aus meinem Leben reißen, wimmere ich hilflos. Es tut mir leid, dass ich dir gegenüber immer so abweisend war, gesteht Hannemarie in einem Anflug von Wärme, der nun über ihr Gesicht gleitet. Menschens Kind, ich habe deinen Felix überwacht und du in deiner grenzenlosen Vertrauensseligkeit wolltest dich unbedingt mit mir anfreunden. Ich hätte dir ja nicht in die Augen schauen können. Ich lehne meinen Kopf an ihre Schulter und versuche, mich zu fassen. Zu meinem großen Erstaunen fühle ich so etwas wie Erleichterung. Sie will mir nichts Böses. Sie will mir helfen. Sie ist auf meiner Seite. Der Luftpostbrief, den ich am nächsten Morgen aus dem Briefkasten fische, ist von Hand beschriftet und kommt aus Texas. Ich weiß nicht, warum ich den Mut habe, ihn zu öffnen. Vielleicht ist es Eingebung. Vielleicht habe ich auch nur beschlossen, die Dinge endlich selbst in die Hand zu nehmen. Sehr geehrte Frau Herbst, lese ich mühsam, wobei ich meine Brille aufsetzen muss. Sicher bekommen Sie viele Briefe dieser Art und ich habe nicht vor, sie zu belästigen. Aber Freunde aus Deutschland haben mir die Boulevardzeitung mit ihrem Foto geschickt. Meine inzwischen verstorbene Frau und ich haben sie jeden Sommer während der Sophienhöher Festspiele bewundert. Wir sind ausgewanderte Deutsche und leben seit 40 Jahren in Houston, Texas, wo wir mit einer Chips-Produktion unser Glück gemacht haben. Doch es zieht uns beziehungsweise nur noch mich immer wieder zurück ins schöne Salzkammergut. Sollten Sie tatsächlich erwägen, Ihre Villa zu veräußern? Ich möchte Ihnen sagen, dass ich Ihnen gerne aus einer momentanen Verlegenheit helfen würde. Ich bitte Sie um Mitteilung, ob und wann Ihre Villa zu besichtigen ist. Geld würde keine Rolle spielen. In der Hoffnung, Sie bald persönlich kennenzulernen, verbleibe ich mit hochachtungsvollen musikalischen Grüßen mit dem Füller hat er seine Handynummer dazu geschrieben. Ich ignoriere das flaue Gefühl im Magen, nehme den Telefonhörer ab und wähle beherzt die lange Nummer, die mit 001 beginnt. Ein Räuspern und Husten knarrt mir entgegen, dann ziemlich nah an meinem Ohr. Achim, Pringles, Horst. Mr. Pringles, Ella Herbst is speaking. Ah, er lacht jovial, bis er freut, dann räuspert er sich wieder umständlich und sagt mit breitem amerikanischen Akzent, well, wir können auch Deutsch reden. Mr. Pringles und ich pallieren eine Weile, wobei mir auffällt, dass er öfter Achim und Horst ruft, was nach längerem Hinhören Ausrufe des Räusperns zu sein scheinen. Aber was ich in meiner Verzweiflung heraushöre, ist, dass er es ernst meint. Er hat mit seiner Frau 30 Jahre lang die Sophienhöhe-Festspiele besucht. Die Carmen hat ihm ganz besonders gut gefallen. Achim! Vor sieben Jahren starb Mrs. Pringles und Mr. Pringles kam fortan allein nach Sophienhöhe. Er hat ein Premierenabonnement und sitzt immer in der ersten Reihe. Auch an jenem besagten Tag, an dem mein unaufhaltsamer Abstieg seinen Anfang nahm. Er hörte die Durchsage, dass ich aus familiären Gründen plötzlich absagen müsse und hörte auch die Krasnenko singen, die für mich einsprangen. Er ist, wie der Rest der Welt, schwer beeindruckt von der Senkrecht-Starterin Olga Krasnenko, aber offensichtlich ist Mr. Pringles der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich über meinen Verbleib Gedanken macht. Mr. Pringles unterbreche ich ihn, weil ich sonst weinen muss. Wenn Sie ernsthaft an meinem Haus interessiert sind, dann sollten Sie es sich schnell anschauen, denn sonst wird es zwangsversteigert. Well, kommt es mühsam aus dem Hörer, ich bin sowieso demnächst in Deutschland, da nehme ich mir ein Privatjet, you know, well, und wenn ich da in Sophie in Höhe bin, dann rufe ich sie an. Mr. Pringles, wir haben uns noch nicht über den Preis unterhalten. Well, Mrs. Herbst, ich entscheide das, wenn mir das Haus gefällt und davon gehe ich aus, dann sagen Sie mir, was Sie davor haben wollen, ist das okay für Sie? Ich starre den Hörer an, als ob da soeben ein Frosch herauskröche, den ich nur noch küssen muss, damit er ein Prinz wird. Wen ich allerdings wenige Tage später vom Flughafen abhole, ist Felix. Sein Anwalt hat ihm wohl geholfen und man hat ihn auf freien Fuß gesetzt. Simone hat mir ihren Kleinwagen geliehen, in dem es unangenehm nach kaltem Rauch riecht. Mir ist total schlecht. Ich habe entsetzliche Angst. Seit dem Überraschungsbesuch von Hannemarie sehe ich Felix' Verhalten mit völlig anderen Augen. Seine Reisen, seine sogenannten todsicheren Deals, seine manischen Luxuskäufe, dann wieder seine Angst in New York, sein plötzlicher Aufbruch nach Dubai und die anschließende Flucht nach Miami. jetzt hat alles eine Logik. Endlich weiß ich, woran ich bin. Er trägt mein sauer verdientes Geld in Spielcasinos und verjubelt es innerhalb von Sekunden. Seit Jahren. Und trotzdem spüre ich, dass ich jetzt zu ihm halten muss. Habe ich ihn zerstört? Habe ich ihn dahin gebracht, spielsüchtig zu werden, weil ich immer nur unterwegs war und ihn unerfüllt und ohne Erfolgserlebnisse zu Hause gelassen habe? Tiefe Schuldgefühle nagen an mir. Es ist sieben Uhr morgens. Dunkle Märzwolken jagen unheilverkündend über den noch dämmerigen Himmel. Da, da, da steht er. Nein, das kann er doch nicht. Doch, das ist Felix. Er lehnt mit verschränkten Armen an der Bushaltestelle und schaut woanders hin. Er hat kein Gepäck dabei. So als erwarte er nicht, abgeholt zu werden. Verwirrt halte ich an und kurble das Fenster herunter. Felix? Angespannte Stille. Ist er das? Warum rührt er sich nicht? Schließlich zeigt er so etwas wie eine Reaktion, tut erstaunt. Frau Herbst? Er steigt zu mir ins Auto und schweigt. Kaltes Grauen erfasst mich. Er riecht anders, sieht anders aus. Er ist ein anderer. Er ist fast kahlrasiert. Ich würde mich gern zu ihm hinüberbeugen und ihn küssen, ihm über die erschreckend eingefallene, unrasierte Wange streichen, aber hinter mir hupt unwillig der Bus. Ich zucke zusammen, gebe unnötig viel Gas und fahre weg. Wie geht es dir? Frage ich schließlich mit belegter Stimme. Nun, wie soll es mir schon gehen, nachdem mich meine Frau ins Gefängnis gebracht hat? Felix! Ich räuspere mich und hoffe, dass meine Stimme nicht so sehr zittert. Ich habe dich nicht ins Gefängnis gebracht. Du hast meine Kreditkarten sperren lassen. Meine, sage ich leise. Aus Not. Man hat mir dazu geraten. So steht es also um uns, sagt Felix. Das ist also der Stand unserer Ehe. Ich sehe ihn forschend an. Es ist an der Zeit, dass er mir die Wahrheit sagt. Felix, du hast mich die ganze Zeit über angelogen. Du hast mir über Jahre hinweg etwas vorgespielt. Sein Sarkasmus ist das Schlimmste. Es ist nicht gerade angenehm, auf einer Eisenpritsche zu liegen und sie das Licht die ganze Nacht nicht abdrehen. So viel kann ich Ihnen sagen, Frau Kammersängerin. Hast du auch mal an uns gedacht? Tränenblind sehe ich ihn an, diesen Mann, den ich fast nur noch an der Stimme erkenne. Felix, ich bin heiser und mein Mund ist ausgedörrt. Das Ganze ist eine Verkettung unglücklicher Umstände und wir dürfen uns jetzt nicht aus der Bahn werfen lassen. Wenn es etwas gibt, was du mir sagen möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich halte zu dir, falls du daran zweifeln solltest. Sein Blick wird weich. Zögernd strecke ich meine Hand aus und berühre sanft seinen Arm. Ich bin deine Frau und ich stehe dir bei, egal was passiert ist. Du musst nur ehrlich zu mir sein. Endlich nimmt er meine Hand. Endlich! Ich schalte mit links, um weiterzufahren. Es ist nicht einfach, dir meine Situation zu schildern, sagt er schließlich und ich bin so dankbar, dass er sich endlich öffnet. Es stimmt nicht wahr, sage ich fast erleichtert und dann purzelt es aus mir heraus. Du hast Spielschulden, du bist ein notorischer Spieler, du bist süchtig, Felix! Falsch! Fehler! Ruckartig entzieht er mir die Hand, reißt den Kopf herum und schaut mich aus blutunterlaufenen, übermüdeten Augen an. Wer sagt sowas? Hast du mir hinterher geschnüffelt? Sein Atem riecht nach Alkohol. Das ist nicht verwunderlich und auch nicht unüblich nach einem Langstreckenflug und der Zeitverschiebung. Ich, ähm, also ich musste nicht schnüffeln, Felix, aber Hannemarie ist zufälligerweise Detektivin und um ehrlich zu sein, hat Jürgen sie schon vor Jahren beauftragt, mich zu beschatten und so ist sie auf deine Spur gekommen, damals in St. Moritz. Sie wissen alles über uns, Felix, seit wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ein entsetztes Schnaufen kommt von Felix, der fassungslos den Kopf schüttelt. Und so hat sie herausgefunden, dass du im Casino so vielen Höhe längst Hausverbot hast und in vielen anderen Casinos auch. Aber in Las Vegas hattest du noch freie Bahn, jedenfalls bis zu deiner Verhaftung. Das ist zum Kotzen! Felix ist aschfahl im Gesicht. Wütend versucht er aus dem Wagen zu steigen, aber er fummelt nur ergebnislos am Öffnungsknauf herum. Seine Finger zittern wie verrückt. Felix, bitte beruhige dich doch, stöhne ich verzweifelt. Er ist betrunken. Ich sehe, wie seine Halsschlagader rast. Er sieht unendlich erschöpft aus unter seiner verblassenden Sonnenbräune. Nun sehe ich seine andere Seite. Die Seite, die er perfekt vor mir verborgen hat. Seine Verletzlichkeit rührt mich. Während ich mich zur roten Ampel vorkämpfe, die uns hier so lange aufgehalten hat, frage ich mich, ob ich ihn wirklich noch liebe. Die Frage bleibt vorerst unbeantwortet. Aber hat Katharina ihren Mann im Stich gelassen, als er regelrecht zerbrach? Ich werde meinen Mann auch nicht im Stich lassen. Es ist der grauenvollste Nachmittag meines bisherigen Lebens. Mr. Pringles hat sein Kommen angekündigt und Felix liegt oben im Bett und schläft seinen Rausch aus. Als wir nach Hause kamen, hat er sich ohne ein weiteres Wort mehrere Gläser Schnaps reingezogen und sich dann stumm in sein Bett verkrochen. Es wäre wirklich besser, dieser Multimillionär würde heute nicht erscheinen, wenn mein Mann volltrunken oder verkatert oder wer weiß zu welchen Sprüchen aufgelegt auf der Treppe auftaucht. Da, mein Handy vibriert. Endlich! Hallo, sage ich mit einem nullprozentigen Resthoffnung in der Stimme. Ja, Mrs. Herbst, hier, Pringles, Sie erinnern sich? Erleichtert schreie ich. Wo stecken Sie denn? Sie wollten doch mein Haus besichtigen. Es wird ja schon dunkel. Well, die Wetterverhältnisse sind so schlecht, aber jetzt bin ich gelandet und mein Fahrer kennt sich aus. Ich melde mich, wenn wir da sind. Ich schlüpfe in meine Winterstiefel und laufe die Einfahrt hinunter bis zur Parkallee. Es ist dunkel, schwarze Wolken jagen über einen sich zornig verhüllenden Märzhimmel und ich stehe da und fange laut an zu beten. Lieber Gott, bitte schicke mir einen Engel, sage ich zu denen sich im Wind biegenden Büschen und Bäumen. Bitte lass diesen Mann echt und gut sein. Bitte lass ihn mir aus meiner Not helfen. Ich bete laut weiter, mindestens zwanzig Minuten lang. Dabei schneit es große, nasse Flocken auf mich herab. Mehrere Autos fahren auf mich zu, ich winke theatralisch, aber alle fahren an mir vorbei. Endlich naht eine mir unbekannte Limousine. Hysterisch springe ich im Scheinwerferlicht auf und ab. Das ist er. Ein älterer Mann mit Cowboyhut entsteigt, höchst umständlich, dem Wagen und weiß den Fahrer an zu warten. Dann schlittert er etwas hilflos über den Schnee auf mich zu. Unter dem Hut sehe ich ein gütiges Gesicht, das auch schon einiges erlebt hat. Das also ist Mr. Pringles. Wie enttäuscht muss er über meinen Anblick sein. Ich bin nicht die strahlende Opernsängerin, die er mal verehrt hat. Man hört mir meine Verzweiflung ganz deutlich an, als ich Wir besichtigen das Haus, den Salon, den Wintergarten, die riesige Küche mit all ihren Gerätschaften, die ich noch nie bedienen konnte, den Fitnesskeller, in dem sich mein fäscher Robby gerade abstrampelt und charmant grüßt. Oh, what a nice young man, freut sich Mr. Pringles und blickt wohlgefällig auf meinen Prachtsohn. Wir besichtigen das Wohnzimmer, in dem Jenny auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzt und tapfer Pringles Chips futtert. Sie grüßt artig, als ahnte sie, was für mich auf dem Spiel steht. Nice children, very well educated. Schließlich haben wir alles besichtigt, sogar die Sauna und die Garage. Fehlt nur noch der Schlaftrakt mit ähm, da wäre noch mein Mann, er kommt gerade von einer Geschäftsreise aus Kalifornien, hat Jetlag und ich fürchte, er Well, lassen Sie ihn schlafen, ich habe genug gesehen, was für eine nette, harmonische Familie. Ja, das sind wir. Ich atme tief ein und mache eine ausladende Bewegung. Dieses Haus hat so viel Schönes erlebt, hier war Lachen und Musik und Geborgenheit. Ich muss mich unterbrechen, weil mir sonst die Stimme bricht. Mr. Pringles nimmt den Faden auf. Eine solche Situation, wenn sie denn wahr ist, ich glaube ja keiner Well Boulevard Zeitung. Ich bringe kein Wort heraus. Er sieht mich über den Rand seiner Brille an und sagt, also Mrs. Herbst, wir regeln das jetzt so. Er macht eine Kunstpause und fixiert mich aus seinen gütigen Augen, als könne er das Chaos hinter meiner Stirn sehen. Ich kaufe das Haus. Ich nehme jetzt diesen Scheck hier. Er zückt einen irre teuer aussehenden Füller und setzt seinen Namen unter einen Blankoscheck. Mensch, der ist ja wie ich. Das habe ich mein ganzes Leben lang auch getan. Dann überreicht er ihn mir, wobei er sein fiependes Handy aus der Brusttasche angelt. Ja, das Wetter, I'm ready in a few seconds. Aha, keine Starterlaubnis, oh nein, ich bin schon well, Mrs. Herbst, Sie setzen den Preis ein, den Sie sich vorstellen und dann ich muss jetzt gehen, weil es schon dunkel ist. Mr. Pringles, Sie können mir doch nicht einfach blind vertrauen. Doch, sagt Mr. Pringles schlicht, wem ich vertraue, das werde noch immer ich. Er lächelt, streckt mir die Hand hin, ich nehme sie, er legt seine zweite Hand auf unsere verschlungenen Hände und auf einmal kommt es mir vor, als würden wir uns schon viele Jahre kennen. Plötzlich muss ich weinen, ich sinke von Schluchzern geschüttelt an des Multimillionärs Brust. Mr. Pringles tätschelt auf meinem Rücken herum und bringt zum Ausdruck, dass er auch freue, die nächste Festspiele zu besuchen und dass er da so etwas brauche wie eine Haushälterin. Klar beeile ich mich zu sagen, natürlich. Ich umarme ihn noch einmal und schwöre ihm, dass ich eine perfekte Haushälterin für ihn finde, die dieses Haus belebt und mit dem Duft von selbst gebackenem Kuchen füllt. Well, okay, und Sie und Ihre liebe Familie sind natürlich auch immer gern willkommen. Deshalb lasse ich auch den Trampolin stehen und in dem Swimmingpool will ich Ihre Kinder sehen. Ich kann es nicht fassen, was dieser Mann für ein großes Herz hat. Kann es sein, dass er feuchte Augen hat? Oder bilde ich mir, ich meine, ich heule ja auch. Ich halte den Blankoscheck fassungslos in den Händen, als ich den Wagen rückwärts aus der Einfahrt rollen höre. Was für eine Summe soll ich da einsetzen? Ich habe keine Ahnung, was diese Villa wert ist. Ihm scheint es auf Hunderttausend mehr oder weniger nicht anzukommen. Trotzdem, seine Freundschaft ist mir mehr als alles Geld der Welt wert. Ich stolpere fast auf dem Rückweg ins Wohnzimmer, weil ich mich so beeile, den Scheck an einem sicheren Ort. Mein einziger Gedanke ist, dass ich den jetzt irgendwo verstecken muss. Und während ich noch fieberhaft überlege, wo, höre ich jemanden hinter mir atmen. Ich fahre herum und zucke zusammen. Auf der Treppe steht Felix. Wer war denn das? Felix sieht noch sehr mitgenommen aus und riecht nach abgestandenem Alkohol. Sein bleiches Gesicht ist unrasiert, seine Augen blutunterlaufen. Das war, das glaubst du nicht, der ist mir vom Himmel gefallen. Felix, er hat mein, er hat unser Haus gekauft. Ich bin selbst noch völlig verdattert. von dem, was ich da eben erlebt habe. Du hast unser Haus verkauft? Unser Zuhause? Unser Paradies? Ich möchte ihn am liebsten wachrütteln. Felix, du hast unser Paradies verspielt. So sieht es aus. Für wie viel? Felix reißt mir den Scheck aus der Hand und studiert ihn mit angestrengter Miene. Da steht da keine Zahl drauf. Er starrt auf den Scheck und hält ihn gegen das Licht. Der Typ ist nicht echt. Der wollte dich austesten. Wie naiv bist du denn? Entschlossen reiße ich den Scheck wieder an mich. Ich habe wirklich nicht viel Menschenkenntnis und bin weiß Gott auf so manchen Betrüger reingefallen, aber an diesen Mann muss ich einfach glauben. Ich habe in seine Augen geschaut, die schon viel Trauriges erlebt haben. Das letzte Traurige, das sie gesehen haben, war ich. Einen Moment lang herrscht Stille zwischen uns. Der Scheck könnte uns retten, bricht es aus Felix heraus. Der Typ hat uns einen Blankoscheck in die Hand gedrückt. Das Haus ist mindestens eine Million wert und dann wären wir aus der ganzen Scheiße raus. Aber wenn ich ihm jetzt diesen Scheck gebe, dann ich muss einen Schluss Strich ziehen, sonst gehen wir alle zugrunde. So, nun ist es heraus. Meine Finger zittern so sehr, dass ich meine Hände verschränken muss. Du willst mich verlassen? Felix sieht mich mit schreck geweiteten Augen an. Sein Atem geht stoßweise. Ella Herbst, sagt er schließlich mit einem Beben in der Stimme. Du bist die großmütigste großzügigste liebevollste Frau, die ich je. Er bricht ab, kommt mit geradezu wild entschlossener Miene auf mich zu. Als er mich küsst, laufen mir seine Tränen in den Mund und vermischen sich mit den meinen. Das Leben mit dir war ein Traum, sagt Felix mit rauer Stimme. Bitte mach es uns nicht kaputt. Immerhin er ist nicht mehr zynisch. Ich habe dich in eine schreckliche Situation gebracht. Es ist jahrelang gut gegangen Ella, sodass ich dich auf Händen tragen konnte. Aber dann, er reibt sich die Augen, kam diese verdammte Pechsträhne. Endlich, endlich ist Felix ehrlich mit mir. Sag mir nur eins, Felix, seit wann spielst du? Weißt du noch, an dem Abend in St. Moritz, im Palace Hotel, als wir uns kennengelernt haben, du willst mir doch nicht sagen, dass doch ich war mit Freunden unterwegs und habe an diesem Abend 50.000 Schweizer Franken gewonnen. Bei meinem allerersten Versuch? Deshalb saß ich an der Bar und habe gefeiert. Ich konnte mein Glück ja gar nicht fassen. Dann bist du aufgetreten und hast so bezaubernd gesungen. Er räuspert sich und wischt sich über die Stirn. Ich hatte noch nie von dir gehört, das gebe ich ja zu. Aber du hast mir Glück gebracht in der Liebe und im Spiel und ich habe mich wirklich in dich verliebt, das musst du mir glauben. Nach einer Pause fügt er hinzu und ich liebe dich immer noch. Er massiert sich die Stirn, als könne er nicht fassen, was passiert ist. Es war so leicht, mir schien das Glück einfach immer heult zu sein. Ich war schon ich kann dich damit weiter auf Händen tragen. Anschließend wollte ich doch immer nur zu dir, nach Hause. Auf einmal sehe ich wieder, wie er strahlend nach Hause kam, mit Champagner in der Hand, wie er gut gelaunt das herrlichste Essen zauberte. Dann blieb er wochenlang daheim, richtete das Haus noch schöner ein, was ich kaum wahrnahm, weil ich ja selbst so viel unterwegs war und lud Gäste ein. Aber es kam immer der Tag, wo er ganz plötzlich wieder zu einer Geschäftsreise aufbrechen musste und er sprach dabei immer von einem todsicheren Deal. Ich konnte dir einfach nicht sagen, womit ich mein Geld verdiene. Du hättest das nicht gut geheißen. Du bist eine so ehrliche Seele. Du hast mir vertraut. Ich beuge mich vor und greife seine Hand. Ja, ich habe dir vertraut, Felix, aber du hast meine gesamte Existenz verspielt. Ich bin aber immer noch derselbe, stößt er verzweifelt hervor. Als wir uns kennenlernten, war ich im Erfolgsrausch und du auch. Was haben wir uns versprochen, Ella, in guten wie in schlechten Zeiten? Er sieht mich flehentlich an. Seine Stimme klingt so warm, dass mir ganz anders wird. Ich möchte ihn am liebsten in den Arm nehmen, aber ich reiße mich zusammen. Soll ich ihn jetzt dafür küssen, dass er mich belogen hat? Nach den ersten Niederlagen habe ich erst recht weiter gespielt, weil ich so sicher war, ich würde wieder gewinnen. Und ich habe auch wieder gewonnen. Ella, oft, immer wieder. Aber von den Gewinnen musste ich Schulden bezahlen. Und irgendwann war ich vollkommen pleite. Felix sagt eine Weile gar nichts, starrt nur zu Boden. Da habe ich mir von dir Geld geliehen. Du hast es ja gar nicht gemerkt. Du warst immer beschäftigt, hast gesungen, warst unterwegs. Also habe ich weiter gespielt. Es kamen Zeiten, da hatte ich das ganze Geld wieder drinnen. Ich habe deine Konten wieder ausgeglichen. und ich habe deine Schulden bezahlt. Wie? Ich hatte früher Schulden? Das meiste weißt du sowieso. Jetzt bricht es aus Felix heraus. Deine ganzen verdammten Aktien, diese Wertpapiere, die dein neunmal kluger Steuerberater mit deinem Geld gekauft hat, die sind alle nichts mehr wert. Ich habe versucht, die Sache vor dir zu vertuschen, damit du keine Sorgen hast und wieder singen kannst. Ich habe gehofft, deine Löcher mit meinen Spiel Gewinnen stopfen zu können, aber das Gegenteil war der Fall. Er presst die Fäuste gegen die Schläfen und ich stehe auf und bringe ihm ein Glas Wasser mit drei Aspirin. Ich habe gespielt und gespielt, um dich da wieder raus zu holen, aber du hattest kein Engagement mehr und da habe ich meine Geschäftspartner angepumpt, natürlich nur vorübergehend, man trifft immer wieder die Gleichen am Roulette-Tisch. Es ist erstaunlich, wie ruhig ich da sitzen kann. Es erleichtert Felix so, sich mir endlich anzuvertrauen, dass er mich jetzt bestimmt nicht anlügt. Aber was sind das für Menschen, für die ich Dauer aufträge? Nachdem ich bei mindestens 20 Leuten Schulden hatte, versuchte ich mich aus der Schlinge zu ziehen, indem ich ihnen anbot, die Schulden in Raten abzustottern. Der eine Typ hat gemeint, ich könnte erst mal den Unterhalt für seine zwei unehelichen Kinder übernehmen. Dann erscheint das nicht auf seinen Konto auszügen und seine Frau bemerkt nichts davon. Mir fällt die Kinnlade runter. Heißt der Siegfried Breitscheid? Genau. Und die Geliebte von ihm heißt Bernadette Kaiser. Fassungslos starre ich ihn an. Ich empfinde keine Wut. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet, dass mir einer erklärt, wie mir diese ganze fürchterliche Scheiße passieren konnte. Jetzt sehe ich wenigstens klarer. Wie er da so sitzt, im zerknitterten T-Shirt und Boxershorts, unrasiert, kahl, geschoren, grau gesichtig, tut er mir einfach nur leid. Zutiefst berührt stelle ich fest, dass uns beiden die Tränen über das Gesicht laufen. Wie kann ich dir nur helfen, flüstere ich mit einem dicken Kloß im Hals. Bitte Felix, mach eine Therapie. Bitte tu es für uns. Ich werde zu dir halten. Ich bin deine Frau und wir stehen das zusammen durch. Ich erstarre, als ich seinen Gesichtsausdruck sehe. Felix, hast du mir überhaupt zugehört? Der Scheck stößt Felix hervor. Ich könnte es noch ein letztes Mal probieren, wenn du mir noch ein letztes Mal vertraust. Er hebt den Blick, sieht mich flehentlich an. Ich kann nicht mehr. Mechanisch stehe ich auf. Ich balle die Hände zu Fäusten und presse die Lippen aufeinander. Felix, du bist in deiner Sucht gefangen, höre ich mich sagen. Ich kann und werde so mit dir nicht weiterleben. Das tut mir entsetzlich weh, aber es ist heraus. Ich werde jetzt gehen, Felix. Ich beuge mich zu ihm herunter und drehe sein fahles Gesicht zu mir. und wenn ich wiederkomme, dann möchte ich, dass du nicht mehr da bist. Ich denke nicht, dass er begreift, was ich gesagt habe. Ich begreife es ja selbst nicht. Ein jähes Schwindelgefühl erfasst mich. Habe ich gerade unsere Ehe beendet? Wo ich doch eben noch so fest entschlossen war, zu meinem Mann zu halten, in guten wie in schlechten Zeiten? Ich werde jetzt zu Großvater gehen, krechze ich monoton. Ich zittere am ganzen Körper. Ich muss hier raus. Ich stopfe den Scheck in die Hosentasche, als wäre er ein Einkaufszettel oder ein Busfahrschein. Es ist aus. Ohne nachzudenken, renne ich in die kalte, dunkle Nacht hinaus. Es ist schon nach neun, als ich schließlich vollkommen erschöpft im Altersheim ankomme. Großvater liegt bereits im Bett. Er hat die Augen geschlossen und im Schein der Notbeleuchtung sieht er aus wie tot. Großvater? Ich taste mich zum Bett und schüttle ihn sanft am Arm. Verwirrt öffnet er die Augen. Halluella nuschelt er zahnlos. Da bist du. Erleichter ziehe ich mir einen Stuhl heran. Ja, da bin ich. Ich wollte dich unbedingt heute Abend noch sehen. Plötzlich überkommt mich ein unbändiges Mitteilungsbedürfnis. Ich stecke nämlich ganz fürchterlich in der Scheiße, höre ich mich sagen. Felix hat mein ganzes Geld verspielt, was nach den Fehlinvestitionen von Jürgen noch übrig war. Er wollte mich retten, aber er hat mich immer tiefer reingerissen und heute habe ich unser Haus verkauft. Die Kinder wissen es noch nicht. Ich unterbreche mich, weil ich so fürchterlich weinen muss. Felix war im Gefängnis und er meint, das sei meine Schuld. Er sieht es nicht ein. Ich habe ihn, wir haben uns getrennt. Ich habe keine Ahnung, Großvater, wie mein Leben weitergeht. Jetzt schluchze ich haltlos. Ich muss doch für die Kinder weiterleben. Mich schüttelt es. Wenn ich wiederkomme, wird er nicht mehr da sein. Ich habe ihn wirklich geliebt, Großvater, und das Schlimme ist, ich liebe ihn immer noch. Großvater versucht, sich aufzusetzen. Dann flüstert er kaum hörbar. Da machst du was mit. Ach, jetzt habe ich den alten, müden Mann doch noch mit meinem Seelenmüll belastet. Das wollte ich doch nicht. Aber ich bin einfach so verzweifelt, weiß nicht wohin. Ich lasse den Kopf auf seine braune Wolldecke sinken und weine hemmungslos. Großvater legt seine von Alters Flecken übersäte Hand auf meinen Kopf. Kaum spürbar. Aber da liegt sie. Wie ein lahmer Schmetterling, so leicht, so zerbrechlich. Ich war so dumm und so naiv, schluchzt ich in diese Decke, die nach Kindheit und Großvater riecht. Ich habe das Leben betrachtet wie ein einziges Fest, ohne mir Sorgen um die Zukunft zu machen. Ich habe mich immer nur auf meine Männer verlassen, weil ich zu faul war, mal selbst einen Aktenordner aufzuschlagen. Ich weine und weine. Großvater tätschelt mich mit seiner gichtverkrümmten Hand. Er sagt nichts, aber es tut gut, mich auszuweinen. Dann habe ich den Kopf in den Sand gesteckt und meine Augen vor dem verschlossen, was ich längst ahnte, aber nicht wissen wollte. Ich rede und rede, ich weine und weine, ich schluchze und schluchze. Mein ganzes Leben ist verfuscht, stoße ich zwischen Jammern und Wehklagen hervor. Ich habe einfach alles falsch gemacht. Kind, 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 sagt Großvater schließlich erschüttert. Wenn es einen Moment in unserem Leben gibt, in dem Großvater und ich uns nahe waren, dann ist es dieser. Für diesen Moment hat sich alles gelohnt. Und heute kam so ein alter amerikanischer Millionär daher. Ich erzähle ihm bruchstückhaft die Geschichte von Mr. Pringles aus Texas, den mir der Himmel geschickt hat und der mir einen Blanko-Scheck gib ihn besser, nicht Felix, nuschelt Großvater. Ich hebe das tränenverschmierte Gesicht. Großvater, darf ich den Scheck bei dir in der Nachteschublade verstecken? Ja. Sagst du auch nicht, ich soll meine Hand aus deiner Schublade nehmen? Schweigen. Dann das Unfassbare. Großvater nimmt meine Hand und sieht mir ins Gesicht. Es tut mir leid, Ella. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ist schon gut, Großvater, sage ich, und die Tränen laufen mir unablässig über die Wangen. Ist schon gut. Wir bauen alle mal Scheiße, nicht? Ich versuche ein Lächeln und er sagt, aber sowas von. Und dann umarmen wir uns lange und innig und ganz vorsichtig. Ich liege an seiner Brust und höre sein Herz ganz leise schlagen. So nahe waren wir uns noch nie. Schließlich geht sein leises Atmen in ein friedliches Schnorcheln über, fast so, als hätte er seinen Frieden gefunden. Leise erhebe ich mich, schnäuze mich und wische mir die schwarz verlaufende Wimperntusche von den Augen. Gerade als ich versuche, mich hinaus zu schleichen auf den schwach beleuchteten Flur, höre ich Großvaters kaum hörbare Stimme vom Bett her. Mach's gut, mein lieber Schatz. So etwas Liebes hat er noch nie zu mir gesagt. Nicht solange ich und vergiss nicht, sagt er, dass Felix dein Mann ist. Ich drehe mich abrupt um. Was hast du gesagt? Leisen Schrittes taste ich mich noch einmal an sein Bett zurück. Ich beuge mich vor, damit er mir ins Ohr flüstern kann. Felix braucht dich jetzt. Lass ihn nicht im Stich. Das klingt so zart wie ein letzter Flügelschlag. So leise wie möglich lasse ich die Tür einschnappen. Als ich am nächsten Morgen aufwache, versuche ich mich an gestern zu erinnern. Plötzlich ist alles wieder da. Der Heimweg im Stock Dunkeln, der Schlüssel im Schloss, meine Hoffnung, dass Felix da sitzen könnte, mit einem Glas Champagner für mich. Prinzessin, wir kriegen das alles hin. Aber alles war still und dunkel. Auf meinem Kopfkissen lag ein Zettel. Du hast mich rausgeworfen und das verstehe ich. Ich habe alles falsch gemacht. Setze mich ins Ausland ab. Wenn du die Scheidung willst, werde ich einwilligen. Ich zahle dir alles zurück, das schwöre ich. Ich habe dich nicht verdient und das wusste ich vom ersten Moment an. Immer dein Felix. Ich liege eine Weile ganz still da, lasse alles auf mich einwirken. Meine Ehe, mein Zuhause, meine Karriere, alles ist zerstört. Ich habe nichts mehr, nichts, nur noch Großvater und die Kinder. Plötzlich ein Geräusch, es klingelt, erbarmungslos, dreimal hintereinander. Ich kneife die Augen ganz fest zu, bis mich eine vage Hoffnung packt. Felix, vielleicht ist es Felix. Während es erneut klingelt, kämpfe ich mich die Treppe hinunter zur Haustür. Komm schon, Ella, mach auf. Noch mehr kann eigentlich nicht passieren. Gerichtsvollzieher, Bezirksrichter, Gefängnis, das hatte ich alle schon. Mit einem entschlossenen Ruck reiße ich die Haustür auf. Draußen auf der Matte steht Simone. Sie ist blass und blickt mich unendlich traurig an. Es ist noch nicht alles passiert. Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Mich packt das blanke Entsetzen. Wir müssen sofort ins Altersheim. In wilder Hast streife ich mir wahllos ein paar Klamotten über, zerre Simone mit und springe zu ihr ins Auto. Warum hast du es so eilig? Simone schaut mich ratlos an, während sie in ihrem Jutebeutel nach dem Autoschlüssel kramt. Sie haben ihn eh schon abgeholt. Den Scheck quietsche ich den Großvater eine Woge der Erleichterung überflutet mich. Simone sieht mich von der Seite an. Sie stellt keine Fragen, sie macht mir keine Vorwürfe. Das Einzige, was sie mir entgegenbringt, ist bedingungslose Freundschaft. Er ist einfach so hinübergeglitten, teilt sie mir mit. Heute morgen um vier hat die Frühschicht ihn gefunden. Er hat einen ganz entspannten Gesichtsausdruck. Wir hatten noch ein sehr ehrliches Gespräch. Mein Lächeln ist so verkrampft, dass es wehtut. Ich seufze laut auf. Wir sollten Großvaters Zimmer so schnell wie möglich ausräumen, wende ich mich mit einem hoffentlich natürlich aussehenden Lächeln an sie. Die Warteliste ist ja lang. Schon passiert, sagt Simone, während sie vor einer gelb gewordenen Ampel heftig abbremst. Ich pralle mit dem Kopf fast gegen das Armaturen Brett. Das ist schon passiert, jammere ich entsetzt. Ja, heute morgen um halb sieben haben sie den Großvater abgeholt und dann haben wir mit vereinten Kräften das Zimmer ausgeräumt. Es war ja nicht viel Persönliches drin, das ging ganz schnell. Die neuen Leute waren auch schon da, weil sie für ihre Oma ganz dringend ein Zimmer brauchen. Habt ihr auch die Schubladen? Ich schlucke und stottere fast. Wo ist der Nachttisch? Ich meine, war da was Besonderes, also Erwähnenswertes? Das Nachtkasterl haben wir nach nebenan gegeben, da war nämlich keines mehr. Simone sagt das so leicht hin, dass ich wieder Hoffnung schöpfe. Es steht ganz friedlich im Nebenzimmer und dort werde ich mich gleich hineinschleichen, den Scheck nehmen und ihn zur Bank tragen. Dann fällt mir siedend heiß ein Wehr nebenan wohnt. Nein, schreie ich und schlage mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Das habt ihr mir nicht angetan. Ich schicke einen Stoß Seufzer zum Himmel. Lieber Gott, bitte mach, dass noch niemand diese Schublade geöffnet hat und wenn doch, dass niemand den Scheck als solchen identifiziert hat, den Blankoscheck. Diesen Bezirksrichter hat mir der Teufel persönlich auf den Hals geschickt. Endlich parkt Simone umständlich vor dem Altersheim ein. Die Sachen von deinem Großvater haben wir alle in eine große Schachtel getan, erklärt sie beim Aussteigen. Ich schöpfe Hoffnung. Und wo ist die Schachtel? Bei mir in der Teeküche. Hastig springe ich die Treppen hinauf in den dritten Stock. Da steht die Schachtel. Ich reiße den Deckel ab und kippe den gesamten Inhalt auf den Fußboden. Es scheppert und klirrt als Großvaters Brille, seine Schuhe Ehrlichkeiten. Der Schreck, flüstere ich, benommen vor Angst. Da war ein Schreck drin. Wie von der Tarantel gestochen, rase ich über den langen gebohnerten Flur und reiße ohne anzuklopfen die Tür zur alten Frau Zauner auf. Es ist ziemlich dunkel im Zimmer. Die alte Frau befindet sich von ihrem Sohn gestützt, halb liegend, halb sitzend, im Bett, während er ihr Können sie nicht anklopfen, fragt er mit seiner Grabes Stimme. Sein Gesicht ist im trüben Licht der morgendlichen Flurbeleuchtung nicht gut zu sehen. Was kann ich für sie tun? Ich schaue ihn verzweifelt an. Er hat so etwas Merkwürdiges im Blick, so als hätte er eine unheilvolle Macht über mich. Ich reibe mir die hämmernde Stirn. Glauben Sie mir, ich bin nur höchst ungern hier. Dass ich hier stehe, zeigt nur, wie ernst meine Lage ist. Tja, dann erst mal herzliches Beileid, sagt der Bezirksrichter und erhebt sich ächzend von der Bettkante. Wir haben es schon gehört. Er war ein feiner Mensch. Ganz im Gegensatz zu seiner Enkelin verkneift er sich wahrscheinlich zu sagen. Er streckt seine riesige Pranke aus und mir bleibt nichts anderes übrig als sie zu drücken. Die Pranke ist weich und warm. Da war noch was in der Schublade komme ich gleich zur Sache. Ohne lange zu fackeln zwänge ich mich an ihm vorbei und reiße die Nachttischschublade auf. Ja, was machen sie denn da? brummt der Bezirksrichter unwillig. Sie haben nicht zufällig so einen weißen kleinen Zettel? Der Richter wendet sich an seine Mutter. Hast du ein weißes Zettel gesehen? Die Mutter schüttelt heftig den Kopf und bedeutet ihrem Sohn ihr wieder die Schnabeltasse zu reichen. Wo ist der Scheck? Mir kommt es vor als kämen große Seifenblasen aus meinem Mund. Der Bezirksrichter sieht mich mit einer Mischung aus Mitleid und leisem Spott an. An Scheck hatten es da Herrinen. Wo ist er? Kreische ich panisch. Mir knicken die Beine weg. Ich sinke an der Wand herunter, lasse den Kopf auf meine Knie sinken und starre auf den Linoleum Fußboden. Felix! War er noch hier? Heute Nacht? Bevor er sich davon gemacht hat? Er hat gesehen, dass ich den Scheck in der Hosentasche hatte. Er wusste, dass ich den Scheck bei Bitte, lieber Gott, nein, mach, dass es nicht so war. Mach, dass der Scheck im Abfall gelandet ist. Schließlich unterbricht die rabenschwarze Stimme des Richters meine verzweifelten Gedanken. Verstanden drauf auf dem Scheck. Mit letzter Kraft hebe ich den Kopf und starre ihn an. Er ist eine Million wert, stoße ich verzweifelt hervor. Der Richter zieht die buschigen Augenbrauen hoch. Das ist allerdings mehr als fahrlässig, brummt er unwillig. So eine Summe gehört in ein Safe und nicht in ein Nachtkastall. Besonders in Ihrer Situation setzt er noch bärbeißig nach. Da muss muss ein bisschen auf seine Wertsachen achten. Wortlos schleppe ich mich aus dem Zimmer. Auf Großvaters Begräbnis singt der Kirchenchor. Unvermeidlicherweise. Simone und Katharina stehen in der ersten Reihe, singen sich die Seele aus dem Leib und werfen mir liebevolle Blicke zu. Meine treuen Freundinnen, die einzigen Menschen außer meinen Kindern, die mir noch geblieben sind. Ohne sie hätte ich dieses letzte halbe Jahr nicht überlebt. Unvermeidlicherweise singt auch der Bezirksrichter mit. Man hört seinen tiefen Bass bis in die Fugen des Kirchengemäuers. Und Jürgen ist mit den Kindern da. Wir sitzen wieder wie eine intakte Familie einträchtig nebeneinander. Genau wie damals bei Frau Bär. Als alles begann. Es ist schön, dass sie bei mir sind. Ich darf in Ruhe und Würde von meinem Großvater Abschied nehmen. Großvater hat sein Ziel erreicht. Das gibt mir Trost. Und seine letzten Worte an mich. Lass Felix jetzt nicht im Stich. Dann kommt der Moment, wo der Sarg in die Erde gelassen wird. Es ist vorbei. Es ist endgültig vorbei. Die Sarg träger haben ihre Zylinder vom Kopf genommen. Sie treten beiseite. Jetzt bin ich dran, endgültig Abschied zu nehmen. Auf Wiedersehen, Großvater. Mach's gut, mein lieber Schatz, höre ich seine Stimme wie aus weiter Ferne. Ja, mein lieber Großvater, denke ich, als ich eine Rose auf den Sarg werfe. Du hast die Prinzessin von ihrem Pracht Boulevard auf den schmalen steinigen Weg zurückgeholt, den die meisten Menschen gehen. Es klingelt am Gartentor. Ein Blick aus dem Küchenfenster versetzt mich in Atemnot. Nein. Doch. Der Scheck ist geplatzt. Felix hat ihn verspielt. Das Haus wird zwangsversteigert und ich werde abgeführt. Ergeben öffne ich die Tür. Jetzt steht dieser Mann Kraft seines Amtes wieder bei mir auf der Matte. Wenigstens hat er keinen Lodenmantel mehr an. Grüß Gott. Ich hätte da ein Einschreiben vom Gericht für Sie persönlich. Keine Panik. Keine Panik. Nie wieder, das habe ich mir geschworen, kratzt mich dieser Mann vom Boden auf und bringt mich in die Nervenklinik. Mit zitternden Fingern nehme ich den Schrieb entgegen. Was steht da drin? Ich meine, Sie könnten es mir doch mit einfachen Worten erklären. Dieses Amtsdeutsch werde ich sowieso nicht verstehen und meine Finger zittern zu sehr, um das Papier ruhig zu halten. Der Bezirksrichter zeigt mir die Hand auf seinen Wagen. Steigen es ein, bitte schön. Muss ich? Ich meine, hat er Handschellen dabei? Hat er denn gar kein Herz? Darf ich mich wenigstens noch von den Kindern verabschieden? Jetzt zittert meine Stimme doch. Sehen Sie, ich muss am Leben bleiben. Ich bin Mutter. Dass ich so lange einsitze, bis Sie Abitur machen, kommt überhaupt nicht in Frage. So lang wird's nicht dauern. Mir wird klar, dass dieser Ausdruck auf seinem Gesicht nur als mühsam unterdrücktes Grinsen bezeichnet werden kann. Sie meinen, ich muss nicht so lange einsitzen? Sie sollen nur bei einer Testamentseröffnung anwesend sein. Dr. Zauner verdreht die Augen und seine buschigen schwarzen Augenbrauen stehen in alle Richtungen. Ich habe die Ehre, sie persönlich zu laden, weil sie ja sonst nicht zu erscheinen gedenken. Sie öffnen ja keinerlei Post vom Gericht mehr und lassen alles retour gehen. Eine Testa Ich selbst war ja bei dem Begräbnis Ihres Herrn Großvater dabei und da ist es doch nicht weiter verwunderlich, dass Sie waren doch seine einzige Angehörige. Mein Großvater hat mich in seinem Testa Hoffnung keimt auf. Der Schwung, mit dem ich in das Auto des Bezirksrichters steige, bringt das ganze Gefährt zum Wackeln. Großvater hat mir sein Reihenhaus in Erkenschwick vererbt und dazu noch seine Ersparnisse aus den letzten 70 Jahren. Er war ein Pfennig Fuchser und dafür liebe ich ihn. Einen Großteil meiner Schulden bei Banken und Finanzämtern konnte ich damit bezahlen, aber noch nicht alles. Frau Ausweger von der Dorfsparkasse hat mit grenzenloser Geduld einen Plan mit mir ausgearbeitet, mit dem es langfristig zu schaffen ist, irgendwann auf Null zu sein. Okay. Ich gebe nicht auf. Ich habe Kinder. Felix hat sich nicht mehr gemeldet. Er ist spurlos verschwunden. Jeden Tag versuche ich, ihn mir aus dem Herzen zu reißen. Auch das werde ich schaffen. In einem Anflug von Mut habe ich Mr. Pringles in Texas angerufen und ganz beiläufig gefragt, ob alles in Ordnung sei. Er hat unterbrochen von vielen Hustern und Räusperern der Marke und Achim mitgeteilt, dass er kurz vor den Festspielen kommen will. Die Carmen sei er jetzt neu inszeniert und er sei so gespannt auf die Krasnenko. Ob er mich zur Premiere einladen dürfe, wenn er mir nicht damit zu nahe trete. Ich habe geschluckt und dann tapfer eben im Festspielhaus eine Premierenkarte hatte. Der Scheck wurde mit keiner Silbe erwähnt. Am Schluss hat er mich gefragt, ob ich schon eine Haushälterin gefunden hätte und ich habe erleichtert ausgerufen, die Beste, die sie sich vorstellen können. Wobei ich noch keine Ahnung habe, aus welchem Ärmel ich die perfekte Super Hausfrau schütteln soll. Der Umzug steht bevor. In vier Wochen beginnen die Festspiele und Mr. Pringles will das Haus bewohnen. Dankenswerterweise hat mir Hannemarie ihre kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Bad Reichenhall angeboten, in der sie früher gewohnt hat. Die Kinder können erst mal bei Jürgen und ihr einziehen, wo ich sie täglich sehen kann. Wie mir soeben klar wird, muss ich in vier Wochen eine 520 Quadratmeter große Villa räumen, eine Maisonett-Wohnung in Bad Reichenhall renovieren, von A nach B ziehen, und zwar mit einem Bruchteil der Sachen, die hier aus den Schränken quillen und das Ganze ohne Auto. Als erstes brauche ich die perfekte die perfekte Haushälterin. Auf meine mehrmals geschaltete Anzeige in allen regionalen Tageszeitungen haben sich leider nur unwürdige Bewerberinnen gemeldet. Später telefoniere ich mit Simone. Wohin trage ich den ganzen Sperrmüll? In das Rohstoff Sammelzentrum. Ach so, du hast ja kein Auto. Ich leihe dir meins. Danke Simone, du bist ein Schatz. Dafür kriegt Katharina am Wochenende wieder eine Gesangsstunde, lacht Simone. Es ist uns tatsächlich nicht gelungen, Katharina davon abzubringen, mit ihrem dürftigen Stimmchen in der Kirche das Solo zu singen. Übrigens ist die Gemeinde sehr interessiert an gut erhaltenen Sachen. Der Kirchenchor macht demnächst einen Flohmarkt und wenn du willst, dann schickt dir der Chorleiter ein paar starke Burschen, die dir das Zeug aus dem Haus schleppen. Okay, solange der Bezirksrichter nicht dabei ist. Simone lacht. Nein, den halte ich dir schon vom Leibe, keine Angst. Nach diesem höchst aufschlussreichen Briefing von Simone, die schon hundertmal mit Sack und Pack umgezogen ist und sich jedes Mal wie sie lachend versichert in der Wohnqualität erheblich verschlechtert hat, bleibt mir nur eins, ich kremple die Ärmel hoch und spucke in die Hände. In meinem ganzen Leben habe ich noch keine Gummihandschuhe angehabt, so etwas ekliges Abstoßen, das ist mir ja noch nie untergekommen, angewidert streife ich sie über. Na dann mal los. Ich habe noch nie so gerackert wie in diesem Sommer. Morgens um sieben stehe ich bereits mit meinen verschiedenfarbenen Müllsäcken vor dem Rohstoff Sammelzentrum von dessen Existenz ich bis vor kurzem noch gar nichts wusste. Zum Glück habe ich das alte klapprige Auto von Simone und transportiere das ganze Zeug, das sich im Laufe der Jahre in unserem Wohlstandshaushalt angesammelt hat, zu den verschiedenen Containern. Meine Kampfmontur ist nicht besonders kleidsam, aber praktisch. Eine alte rote Turnhose von Robbie, die er wegen des fehlenden Markenzeichens nicht mehr an seinen Allerwertesten lässt, und ein ausrangiertes Schulte-Shirt von Jenny, auf dem in leuchtend roten Buchstaben das Wort Chor steht. Wieder fährt ein Wagen vor, ihm entsteigt ein großer, kräftiger Mann in zerrissenen Jeans und Turnschuhen, er hat ein verwaschenes, enges T-Shirt an und zerzauste dunkle Haare. Aus dem Kofferraum wuchtet er eine Menge Altpapier und stopft es in den Container, der neben meinem steht. Nein, doch, der kann ja richtig gut aussehen, ohne seine Amtstracht. Es zuckt unmerklich um seine Mundwinkel, als sich unsere Blicke treffen. Es ist ein komisches Gefühl, ihn heute nach so langer Zeit im Hochsommer ganz ohne Lodenmantel und Aktentasche am Müllcontainer des Rohstoff Sammelzentrums wieder zu treffen. Greasianer, brummt er mit seiner Grabesstimme. Lange nicht gesehen, sage ich, so cool wie möglich. Wie geht's, fragt er und lässt angelegentlich seinen Blick über meine roten Turnhosen und das, was aus ihnen herausschaut, schweifen. Wusste gar nicht, dass sie so lange Hoxen haben. War das ein Grinsen? Hat er mir ein Kompli Prima, mir geht's großartig, ganz ausgezeichnet, gebe ich mich würdevoll und wuchte eine alte kaputte Gitarre aus Simones Kofferraum. Übergangslos zeigt er auf das T-Shirt und sagt, hat sich die gnädige Frau jetzt doch entschlossen im Chor zu singen? Nein! Dass dieser Mann aber auch immer wieder auf diesem unwürdigen Thema herumreiten muss. Das T-Shirt gehört meiner Tochter, das ist alles. Ich singe nicht im Kirchenchor, ein für allemal. Damit pfeffere ich die Gitarre auf den Holzhaufen. Wir starren uns eine Weile wortlos an. Ich werfe das Kinderfahrrad in den Container für Marmor, Stein und Eisen und gerate dabei leicht ins Taumeln. Zitternd vor Erschöpfung lehne ich mich kurz an den Container, dass ich aber auch so gar keine Muskeln in den Armen habe. Den hölzernen Bollerwagen schaffe ich nicht und die alte Hollywood Schaukel und das kaputte Trampolin. Sie sehen erschöpft aus, sagt der Richter mit plötzlicher Besorgnis. Haben Sie denn keinen, der Ihnen hilft? Dann werde ich wohl mit anpacken müssen. Er bückt sich und greift tatkräftig nach einem kaputten Gartenstuhl. Mir bricht der Schweiß aus. Mr. Pringles wird in wenigen Tagen hier sein und ich rackere, was das Zeug hält. Ich bin auf allen Vieren in die Küchenschränke gekrochen, habe sie gescheuert und gewischt. Ich habe es geschafft, den Staubsauger zu finden, ihn laufen bekommen und mich mit ihm genauso innig angefreundet wie mit der Waschmaschine, dem Trockner und der Klobürste. Ich habe alle Einbauschränke entrümpelt und unzählige Wagenladungen von überflüssigen Dingen rausgetragen. Ich habe Kartons zerstampft und Holz zersägt, ich habe Flaschen zerhauen, Bücherregale leergeräumt und Kisten zum Flohmarkt geschleppt. Uff! Na gut, ich lege den Lappen weg, versuche mich aufzurichten. Mein Rücken schmerzt, meine Schultern knacken, meine Beine sind ganz steif. Ich hatte ja keine Ahnung, was Hausfrauen alles leisten. Ich hole mir ein kaltes Mineralwasser aus dem Kühlschrank und nehme einen tiefen Schluck. Ach, erfrischend, nie schmeckte mir ein Champagner besser als das Wasser nach körperlicher Arbeit. Ich wische mir über den Mund und ziehe mir erneut die klebrigen gelben Haushaltshandschuhe an. Weiter, das Bad. Ich schrubbe und wienere, bis alle Kacheln und Spiegel glänzen. Während ich das vierte Klo putze und mit einem Duftpölsterchen unter der Brille versehe, ertappe ich mich dabei, wie ich Katharinas Mendelssohn Solo vor mich hinsumme. Die ganzen Flakons, Düfte und Cremes kommen in den Sack. Das kriegt alles Simone. Genau wie einen Großteil meiner Klamotten, Geschirr und Haushaltszeug. Ich stelle fest, mit wie wenig der Mensch leben kann. Es befreit mich. Es bereitet mir ein fast körperlich spürbares Glücksgefühl, das neue Energien in mir freisetzt. Meine Gehirnzellenfirma hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Alle Mitarbeiter sitzen wieder an ihren Schreibtischen und kleben sich gegenseitig gelbe Memos an die Computer Bildschirme. Weiter. Das Treppenhaus. Nach sieben Stunden ist es geschafft. Es glänzt wie neu. Ein völlig neues Gefühl stellt sich bei mir ein, eine nie gekannte Art von Zufriedenheit. Zwischendurch kamen Simone und Katharina mit dem halben Kirchenchor vorbei. Die Frauen brachten mir etwas zu Essen und halfen räumen und verpacken und die starken Männer haben mir bei den schweren Möbeln mit angepackt. Nur den Konzertflügel haben wir im leeren Wohnzimmer stehen gelassen. Katharina hat dem Chor ihre Arie vorgesungen und plötzlich hatten es alle eilig und wollten wieder Kisten schleppen. Jetzt sind alle lieben Heinzelmännchen wieder weg und mein einziges Problem ist, wo kriege ich innerhalb von vier Tagen die perfekte Haushälterin für Mr. Pringles her. Eine, die sich auskennt mit dem Haus. Eine, die ihm die Betten frisch bezieht, seine Wäsche bügelt und mit dem Essen auf ihn wartet. Eine, die überall frische Blumen hinstellt, eine, die ihn vom Flughafen abholt. Im Grunde braucht er eine, mit der er auch reden kann. Er hat seine Frau verloren und seine Tochter. Er ist einsam. Er braucht eine Haushälterin, die auch Zeit für ihn hat, die ihm zuhört. Eine, die mit ihm zu den Festspielen geht, wenn die Krasnenko singt. Lange sitze ich da und kratze mich nachdenklich am Kopf. Es muss jemanden geben. Ich muss nur überlegen. Meine Gehirnzellen Firma arbeitet auf Hochtouren. Und plötzlich habe ich eine Idee. Verdammt! Warum bin ich denn nicht früher, darauf gekommen? Ich habe die Lösung! Das wird vielleicht nicht auf Anhieb perfekt funktionieren, aber was Besseres fällt mir nicht ein. Heute werden die Festspiele eröffnet. Die Krasnenko singt die Carmen. In Sophienhöhe sind alle Straßen überfüllt, Fernsehteams und Journalisten knäuel drängen sich vor dem großen Festspielhaus. Über den roten Teppich schreiten die herausgeputzten Paare, die aus ihren schwarzglänzenden Limousinen steigen. Im Fernsehen bringen sie von der Krasnenko die Ausschnitte ihrer großen Auftritte im letzten Jahr. Sie hat alle meine Rollen gesungen. Es kam Ich Ich habe die TV-Berichte beim Herrichten des Hauses angesehen, während ich frische Blumen verteilt habe. Mr. Pringles hat sein Kommen angekündigt und ins Telefon gerufen, dass er einen Fahrer habe und ihn die Haushälterin nicht vom Flughafen abholen müsse. Es sei dann auch alles soweit vorbereitet mit dem Notar und er werde noch heute Nachmittag seine Unterschrift unter den Kaufvertrag setzen. Vom Scheck nach wie vor keine Spur. Offensichtlich ist er aber immer noch nicht eingelöst worden und schon gar nicht mit einer überzogenen Summe. Ich habe mich inzwischen mit dem Gedanken angefreundet, dass der Scheck im Müll eines natürlichen Todes gestorben ist. Die Möglichkeit, dass Felix ihn haben könnte, weise ich einfach ganz entschieden von mir. Aber die Zeit drängt. Nur nicht grübeln. Immer wieder fällt mir diese ein, an der sich Katharina so eifrig versucht. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Komisch, die summe ich beim Arbeiten unaufhörlich vor mich hin. Ich habe die Betten bezogen, der frisch gebackene Kuchen duftet auf dem Blech und der Champagner steht kalt. Ich will das Haus in perfektem Zustand übergeben, mitsamt perfekter Haushälterin. Gerade als ich mir ein letztes Mal die Hände an der Schürze abwische, höre ich einen Wagen in der Einfahrt. Es ist nicht Mr. Pringles. Nein, bitte nicht. Lieber Gott, hast du denn gar keinen Humor? Nicht schon wieder der Bezirksrichter. Mit undurchdringlicher Miene stapft er die Stufen hinauf zur Tür. Erwähnte ich schon mal, dass der Bezirksrichter immer dann aufzutauchen pflegt, wenn ich richtig scheiße aussehe? Die Nummer mit dem Küchenkittel hatten wir noch nicht. Ich hüstele künstlich und zupfe mir am Kittelsaum herum. Mann sind die Dinger kurz. Nicht, dass der wieder eine Bemerkung über meine Hoxen macht. Ich blicke ihm trotzig in die Augen. Nun kommen Sie schon zur Sache, sage ich kühl. Er wendet sich von mir ab. Ich hab da was für Sie, brummt er und macht sich umständlich an seiner Aktentasche zu schaffen. Das ist mir jetzt wirklich sehr unangenehm. Also meine Mutter, die tut sich immer so ein Zettel ins Buch rein, sozusagen als Lesezeichen. Er verstummt, als er meinen eiskalten Blick bemerkt. Ich mache den Mund auf und heraus purzeln folgende Worte. Das interessiert mich einen feuchten Scheiß. Ups, was ist mir denn da für eine giftige Schlange aus dem Mund gekrochen? Der Richter glotzt mich an und mir fällt auf, dass auch seine Halsschlagader pocht wie verrückt. Ich will Ihre Villa nicht vereinnahmen, bringt er schließlich stockend heraus. Ich will Ihnen bloß das hier wiedergeben. Mit zitternden Fingern hält er mir einen grün-weißen Zettel entgegen. Völlig ungläubig starre ich ihn an. Es ist der Scheck. Genau in dem Moment schiebt sich ein riesiger Blumenstrauß zur Tür herein und hinter dem Wahnsinns Gebinde der Mann, den ich seit Wochen sehnsüchtig erwarte. Mr. Pringles Der alte Amerikaner nimmt seinen Cowboy-Hut vom Kopf und ruft erst mal laut und erfreut, bevor er mich herzlich umarmt. Mr. Pringles krächze ich, immer noch völlig unter Schock über die plötzliche Wandlung der Ereignisse. Herzlich willkommen zu Hause! Ich sehe zu Mr. Pringles auf und blinzle, um den Tränenschleier vor meinen Augen loszuwerden. Mann, bin ich erleichtert! Alles wird gut. Ich hätte mir gar keine Existenzsorgen machen müssen. Wenn ich jetzt das Haus an Mr. Pringles verkaufe, kann ich meine restlichen Schulden, mein Gesicht prickelt und meine Armbewegungen sind deutlich ungestümer, als ich wollte. Der Bezirksrichter beobachtet unsere Wiedersehen-Szene mit wachsendem Erstaunen. Ich hätte dann noch einen Brief für Sie, brummt er und macht sich mit zitternden Fingern an seiner Hosentasche zu schaffen. Oh, well, das ist genial, dass der Notar schon hier ist, sieht Mr. Pringles ganz falsche Schlüsse. Dann können wir das Unvermeidliche ja schnell über die Bühne bringen, bevor wir uns mit der Festspielbühne beschäftigen. Wollen wir nicht zuerst einen Tee trinken, räuspere ich mich verlegen, oder Kaffee, der Kuchen wäre nämlich noch warm, lache ich die Herren freundlich an. Das lassen sich die beiden nicht zweimal sagen. Sie nehmen umständlich am riesigen Esszimmertisch Platz, den ich vor zwei Stunden im Schweiße meines Angesichts perfekt gedeckt habe. Wo ist denn die Haushalterin, fragt Mr. Pringles, der sich in Vorfreude auf den Streuselkuchen bereits eine Servierte in den Hemdkragen stopft. Ich benetze mir die trockenen Lippen. Dann schenke ich dem einen Herren Kaffee ein, dem anderen Tee, um Zeit zu gewinnen. Meine Hand zittert kaum. Die steht vor Ihnen, sage ich, nachdem ich einmal Luft geholt habe. Mir ist übel. Mann, jetzt könnte ich einen Schluck Champagner gebrauchen. Oh, sagt Mr. Pringles überrascht. Seine Augen ruhen erfreut auf meiner bekittelten Wenigkeit. Das ist sicher ein Scherz. Ich bemerke den Blick des Bezirksrichters. Seine Augen drücken so etwas wie Anerkennung aus. Nein, das ist mein voller Ernst, sage ich entschlossen. Wenn Sie mich nehmen, heißt das natürlich. Aber lieb und gern, freut sich der gute alte Mr. Pringles und der Streuselkuchen fällt ihm fast aus dem Mund vor Glück. Natürlich nehme ich sie, aber das schaffen sie unmöglich allein. Der Garten und der Pool, ich finde, das ist Männerarbeit. Wo ist denn ihr Mann? Der ist zur Zeit, also meistens, um nicht zu sagen, immer, oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Der Gatte ist in freiwilligem Gewahrsam, sagt der Bezirksrichter plötzlich. Ich erstarre. Mir fällt fast die Kuchenzange aus der Hand. Der Gatte ist bitte wo? Was hat er gesagt? Felix ist, er hat sich freiwillig? Er ist ganz in der Nähe? Der Bezirksrichter zieht den zusammengefalteten Brief aus seiner Gesäßtasche. Der ist von ihrem Mann. An sie. Mit feuchten Händen reiße ich ihm den Brief aus der Hand und stürme in mein, also Mr. Pringles Schlafzimmer. Dort sitze ich mit klopfendem Herzen auf dem blüten weiß bezogenen Bett und starre den Brief an. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Ich nehme die Umrisse der Möbel nur noch schemenhaft wahr. Mit geradezu stoischer Ruhe öffne ich den Brief. Der Brief ist mit Felix schräger Handschrift eng beschrieben. Ich falte ihn auseinander und zu meinem grenzenlosen Entsetzen fällt mir sein Ehering entgegen. Er rollt über Mr. Pringles Bett und bleibt unter dem Kopfkissen liegen. Ich werde ganz ruhig. In mir stirbt alles ab. Irgendwann schaffe ich es, mir die Brille aufzusetzen und auf das Geschriebene zu schauen. Ella, ich weiß nicht, wie ich diesen Brief beginnen soll und ich fürchte, du wirst ihn gar nicht lesen. Ich gebe ihn deinem Freund Zauner mit. Er hat mir versprochen, dass er ihn dir persönlich gibt und nicht eher geht, bis du ihn gelesen hast. Meine geliebte Frau, wie sehr habe ich dich verletzt. Erst jetzt, nachdem ich wochenlang wegen Veruntreuung hier im Untersuchungsgefängnis sitze, weiß ich, was ich dir angetan habe. Als ich an jenem Abend gegangen bin, wusste ich nicht, wohin. Ich wusste nur, dass ich die Grenzen deiner Toleranz überschritten und deine Liebe nicht mehr verdient habe. Da ich keinen anderen Ausweg sah, habe ich mich beim Bezirksrichter freiwillig gestellt und warte meine endgültige Verurteilung ab. Man behandelt mich hier fair und ich konnte gleich am zweiten Tag meiner Haft mit einer Therapie beginnen. Das hat mir die Augen geöffnet. Ja, Ella, ich war spielsüchtig, so wie andere Leute Alkohol- oder rauschgiftsüchtig sind. Es ist ein Sog und man kann da nicht mehr raus. Dabei kränkt und belügt man die Menschen, die man am meisten liebt. Es ist ein Teufelskreis und du hast mir sehr geholfen, weil du mir den Scheck nicht gegeben und mich vor die Tür gesetzt hast. Der Bezirksrichter, er heißt übrigens Matthias und ist ein feiner Kerl, hat mich in den letzten Wochen immer wieder besucht. Er musste mir versprechen, dir nichts zu sagen, auch wenn es ihm wirklich schwer fiel. Ich weiß, dass du dich entschieden hast, als Haushälterin in der Villa zu bleiben. Du hast die Partie der perfekten Hausfrau genauso gründlich einstudiert wie früher deine Opernpartien. Dr. Zauner hat mir auch erzählt, dass du den Scheck gesucht hast. Bestimmt hast du geglaubt, ich hätte ihn dir gestohlen. Und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, Ella, das gebe ich offen zu. Weißt du, was der Bezirksrichter über dich gesagt hat? Dass du eine Frau zum Stehlen bist. Ich glaube, er würde dich mir stehlen, wenn er könnte, so wie ich dich Jürgen gestohlen habe. Du warst eine strahlende berühmte Frau und jetzt bist du ganz unten. Der Richter würde dich trotzdem stehlen. Er hat erkannt, was deine wahren Werte sind, nämlich dein großes Herz und dein Humor. Du hast es geschafft, die Kinder weitgehend aus allem raus zu halten, damit sie weiterhin glücklich und sorglos leben können. Und genau das wollte ich auch für dich tun. Obwohl ich dich über alles liebe, gebe ich meine Gedanken schwirren wie ein wild gewordener Wespenschwarm in meinem armen Kopf herum. Felix, er hat sich gestellt, er sitzt seit Monaten ein, er macht eine Therapie, er hat nachgedacht, er liebt mich noch. Gibt es doch noch Hoffnung für uns? Ich weiß nur eins, er hat eine Antwort verdient und zwar sofort. Ich nehme das gebügelte Stofftaschentuch, das ich für Mr. Pringles auf dem Nachttisch bereitgelegt habe und stecke Felix Ring dort hinein. Dann stehe ich entschlossen auf, straffe die Schultern, streiche meine Haare einigermaßen glatt und gehe lächelnd zu den beiden Herren, die abwartend vor ihren inzwischen kalt gewordenen Getränken sitzen. Würden Sie dies bitte meinem Mann geben, raune ich dem Richter zu, freundlich stecke ich ihm das Taschentuch in die Jackentasche. Aber nicht wieder verlieren, ja? Ich habe noch nie eine so tiefe Befriedigung empfunden. Wenig später schreiten wir zur vorläufigen Vertragsunterzeichnung. Mr. Pringles hat alle Unterlagen bereits fein säuberlich vorbereitet und reicht mir nun den mehrseitigen Schrieb mit der feierlichen Überschrift Kaufvertrag zur Unterschrift. Ich greife nach meiner Lesebrille und ziehe mir zum ersten Mal in meinem Leben den Sermon rein, den ich nun gleich unterschreiben werde. Mr. Pringles lugt interessiert durch seine Brille. Sie haben ja bei Betrag gar nichts eingesetzt. Erstaunt blicke ich ihn an. Hätte ich das tun sollen? Er lächelt mich warmherzig an. Was steht denn auf dem Scheck? Nix sage ich ratlos. Es sei denn, die Mutter vom Richter hätte eine Telefonnummer darauf notiert. Der Richter verdreht die Augen. Etwas verunsichert sehe ich zu Mr. Pringles, der ohne eine Sekunde zu verlieren mit seinem grünen Füllfederhalter eine Summe auf den Scheck schreibt. Zahlen Sie an Ella Herbst gegen diesen Scheck zweieinhalb Millionen Euro. Ein Scheck über zweieinhalb Millionen Euro ausgestellt auf meinen Namen. Wie in Trance stecke ich meine Hand danach aus. Da ist jetzt ihr erstes Jahresgehalt auch schon drin, grinst Mr. Pringles. So hat alles seine Richtigkeit. Ich werde ihm eine Hymne schreiben und für ihn singen, das schwöre ich. Der Bezirksrichter hat, wer hätte das gedacht, der Mann ist ja doch flexibel, inzwischen den Champagnerkorken knallen lassen und reicht uns beiden ein Glas. Ich schließe die Augen und genieße den ersten eiskalten Schluck Champagner nach langer Zeit. Mr. Pringles hat die besten Plätze im Festspielhaus wie immer unten im Parkett. Ich glaube, er hätte sich gefreut mit mir dorthin zu gehen. Aber ich habe dankend abgelehnt. Nicht, dass ich was gegen die Festspiele im Allgemeinen oder die Krasnenko im Besonderen hätte. Ich habe meinen Frieden mit der Krasnenko gemacht. Sie ist fantastisch, ein Jahrhunderttalent und die Leute lieben sie mit Recht. Mein Weg ist inzwischen ein anderer. Ich bin dankbar für die tolle Zeit, die ich erleben durfte. Erst jetzt weiß ich, wie wenig selbstverständlich dieses Leben war. Aber zweitens habe ich heute etwas Wichtigeres vor. Heute ist nämlich das Kirchenchor-Konzert von Simone und Katharina. Sie üben seit letztem Herbst wie verrückt für diesen Auftritt und wir haben viel daran gearbeitet. Katharina hat mich angefleht zu kommen. Sie hat so fürchterliche Probleme mit ihrem Solo hat sie gesagt, dass sie keinen Ton herausbekommt, wenn ich nicht in der ersten Reihe sitze. Ich muss ihr einfach beistehen, das habe ich ihr auch versprochen. Dem Bezirksrichter habe ich es auch nochmal versichert, dass ich bestimmt pünktlich in die Kirche komme und er hat seinerseits versprochen, Felix bei nächster Gelegenheit das Taschentuch zu geben. Der Blick, mit dem er mich dabei angesehen hat, war eine Mischung aus Schuldbewusstsein, Bewunderung und Enttäuschung. Die Glocken der Dorfkirche in Sophienhöhe läuten feierlich, als ich mich mit den Gemeindemitgliedern über den Marktplatz schiebe, auf dem immer noch der Maibaum steht. Die meisten Leute grüßen mich freundlich und respektvoll, so als habe sich inzwischen rumgesprochen, dass ich mit dem halben Kirchenchor für dieses Konzert geübt habe. Erwartungsvoll strömen wir in die kühle dunkle Kirche, die die sommerliche Hitze ausschließt. Durch die bunten Fenster scheint die schräg stehende Sonne und taucht die festliche Gemeinde in ein sehr warmes Licht. Es ist schon voll und ich schiebe mich ziemlich weit hinten in eine hölzerne Bank. Da vorne am Altar stellt sich zögerlich der Kirchenchor auf. Der Chorleiter sitzt bereits an der Orgel und gibt das A. Das kleine Orchester, bestehend aus Jugendmusikschülern und einigen Lehrern, stimmt vorsichtig die Instrumente. Neugierig spähe ich zwischen den breiten Rücken meiner beiden Vordermänner hindurch und betrachte das Geschehen mit freudiger Erwartung und Hunger nach Musik. Hoffentlich macht Katharina ihre Sache gut. Für ihre dünne hauchige Stimme kann sie ja nichts. Dafür sieht sie einfach super aus. Das Auge hört mit. Allmählich erkenne ich den ein oder anderen aus dem Kirchenchor wieder. Sie waren fast alle in meinem Haus, um mir zu helfen. Irgendwie sind wir alle eine große Familie geworden. Jetzt entdecke ich auch den Bezirksrichter in der hinteren Reihe. Ich wusste ja, dass er dabei sein würde, aber er macht mir immer noch Angst. Seine mächtige Gestalt im dunklen Trachtenanzug ist auch nicht zu übersehen. Simone steht ganz rechts im Sopran. Sie scheint sich suchend nach jemandem umzusehen und auch die anderen im Chor werden langsam unruhig. Warum fangen die denn nicht an? Der Chorleiter dreht sich suchend um die eigene Achse. Was ist denn da los? Plötzlich weiß ich, auf wen sie warten. Katharina! Katharina ist nicht da! Der Chorleiter huscht in die Sakristei. Das Publikum beginnt zu tuscheln. Ein Flüstern geht durch den Kirchenraum und heilt von den Wänden wieder. Schließlich kommt der Chorleiter Achselzucken zurück. Er wendet sich der Gemeinde zu und sagt, zu meinem großen Bedauern muss ich ihnen mitteilen, dass sich unsere Chorsolistin nicht wohl fühlt. So müssen wir ihnen den Mendelssohn leider ohne Gesang vorspielen. Ich bitte unsere Unzulänglichkeit zu entschuldigen. Das Publikum reagiert mit ungläubigem Raunen und dann tritt augenblicklich Stille ein. Das Orchester beginnt mit dem Vorspiel. Ich kenne jeden Ton. Es sind die Takte, die ich so oft für Katharina am Klavier gespielt habe und die ich beim Putzen hundertmal vor mich hingesummt habe. Sie haben mir Kraft gegeben und den Mut nicht zu verzweifeln. Oh Gott, schießt es mir durch den Kopf, sie hat mich bestimmt nicht gesehen und wagt sich Kirchenchor schaut erwartungsvoll. Aber doch nicht auf mich, Leute, doch nicht auf mich. Sie stoßen sich in die Rippen und fangen an zu lächeln. Jetzt müsste eigentlich der Einsatz kommen. Der Dirigent zeigt mit der rechten Hand auf mich. Ich sehe ihn fragend an und plötzlich singe ich. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Meine Stimme trägt mich, als hätte ich Flügel. Die Kirche ist ein riesiges Schiff, das mich über das schwarze Wasser der Vergangenheit trägt. Verwirrt lasse ich meinen Blick über die Gemeinde schweifen, die mich so liebevoll aufgenommen hat. Plötzlich traue ich meinen Augen nicht. Mitten in der ersten Reihe thront verzückt lächelnd Mr. Pringles. Ungläubig starre ich ihn an und zucke fragend mit den Schultern. Woher wusste er überhaupt, dass ich singen würde? War das etwa hat ihm der Bezirksrichter das ist doch wohl ein abgekartetes Spiel? Da geht ein kleiner Ruck durch die Menge und während sich einige Köpfe nach hinten drehen sehe ich ganz hinten die Kirchentür aufgehen. Eine Gestalt schiebt sich um Lautlosigkeit bemüht zur Tür herein. Eine schlanke männliche mit kurz gelockten Haaren die im hereinflutenden Sonnenlicht glänzen wie ein Heiligenschein. Nein, das kann doch unmöglich. Ich kneife die Augen zusammen als wäre ich plötzlich in tiefes Wasser geraten und hätte keinen Boden mehr unter den Füßen. Er wird dir geben was dein Herz wünscht singe ich mit zitternder Stimme. Felix? Wieso ist er frei und und woher wusste er Ich starre ihn mehrere Sekunden lang reglos an. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich reibe mir die Augen und versuche meine wirren Gedanken zu ordnen während das Orchester ein wunderschönes Zwischenspiel anstimmt. Felix er ist frei er ist da er fasst sich mit der Hand an den Mund an seinem Finger glänzt der Ring. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn singe ich ein letztes Mal bevor der Chor einsetzt er wird dir geben was dein Herz wünscht. Und mit einem Mal wird mir klar was ich hier tue. Ich spiele keine Rolle ich bin ich und was ich singe das meine ich auch es ist ein Gebet auf auf einmal erfüllt mich tiefe Dankbarkeit ich darf wieder singen aber nicht für Ruhm Erfolg oder Geld trotzdem fühle ich mich rundum glücklich ich habe mich verändert ich habe kämpfen gelernt ich habe gelernt über meinen Schatten zu springen und bin über mich hinaus gewachsen ich habe vor einem Jahr auf mein Herz gehört und mich um Großvater gekümmert der sieht jetzt von oben auf mich herab und sagt aber hallo Felix ist da er ist auch über seinen Schatten gesprungen um unsere Ehe zu retten wir stehen in der Kirche in der wir vor fünf Jahren geheiratet haben ich hebe die Hand an der mein Ehering glänzt beiläufig an meine Wange das ist meine Antwort während mir diese Gedanken durch den Kopf schießen bricht die Gemeinde in euphorischen Beifall aus der Dirigent drückt mir die Hand und verbeugt sich tief Simone klatscht lacht unter Tränen und zeigt auf die Tür zur Sakristei da lehnt Katharina mit einem dicken Blumenstrauß und grinst mich an sie kommt auf mich zu und der ganze Kirchenchor applaudiert herzlich als ich von Katharina die Blumen entgegen nehme ja seid ihr denn alle beginne ich und muss dann unter Tränen lachen meine Augen suchen Felix der irgendwo da hinten in der Menge steht plötzlich spüre ich eine schwere Hand auf meiner Schulter und drehe mich verwirrt um das Gesicht des Bezirksrichters ist ganz nah an meinem ich fühle fast seine buschigen Augenbrauen auf meinem Gesicht und zucke erschrocken zurück als er mit seinem Raben schwarzen Bass anerkennend murmelt sie sind wirklich eine Frau zum Stehlen tja denke ich mag sein Herr Richter aber stehlen lasse ich mich nicht mehr